Ich lasse mir nicht absprechen, dass ich einen herzlichen VfB habe. Es gab zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter hinten. Da ist es Berger! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Kipizza hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und jetzt sieht das Spiel aus und der Volk für Stuttgart ist deutscher Fußballmeister. Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir zurück aus der Sommerpause der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Guten Abend, Ricky. Ja, da sind wir wieder. Sebastian, vier Wochen kein STR. Es gab nur ein ganz kurzes Transfer-Update. Ansonsten haben wir es uns gut gehen lassen. Und ich muss natürlich erst mal fragen, Sebastian, bist du gesund aus dem Risikogebiet zurückgekehrt? Ja, aber ich war ja auch nicht im Risikogebiet. Also ich meine, es kommt ja darauf an, aus welcher Landesperspektive man das sieht. Aber ich war ja in Kroatien, aber ganz im Norden in Istrien. Und das war aus deutscher Perspektive kein Risikogebiet. Und es war dank Nachsaison dort auch so unfassbar leer, dass ich, glaube ich, in den 14 Tagen vermutlich drei oder vier Leuten begegnet bin. Also es war offiziell kein Risikogebiet und inoffiziell auch überhaupt gar kein Risiko aus meiner Sicht jedenfalls. Ja, ich war ja in Südtirol. Das hat bei dem einen oder anderen Bekannten direkt Schnappatmung ausgelöst, weil man offensichtlich sich keinen Reim darauf machen konnte, dass praktisch vier Monate, sogar sechs Monate, nachdem es da richtig gewütet hat, das Coronavirus, sich die Lage etwas entspannt hat. Also ich wurde mehrfach mit großen Augen angeschaut, wie ich denn das Risiko nur eingehen könnte, mit der Familie nach Südtirol zu fahren. Immerhin sei es doch da so schlimm. Ich kann aber an der Stelle jedem den Rat geben, fahrt nach Südtirol. Die freuen sich, wenn endlich wieder Leute kommen, denn die haben wirklich ein großes Problem, was Tourismus angeht. Denn die ganzen Deutschen sagen wohl dort ihre Aufenthalte ab. Also mit den Leuten, mit denen ich mich da unterhalten konnte, den grault es schon ein Stück weit vor der anstehenden Winter-Faschings-Saison. Vor allem nachdem Jens Spahn ja gesagt hat, man solle in Deutschland Urlaub machen. Also da gab es wütenden Protest von diversen Südtirolern in meine Richtung. Ich habe dann aber mehrfach erklärt, dass ich an der Sache erstmal nichts ändern kann, so akut. Ja, absolut. Und das möchte ich jetzt auch noch kurz meine zwei Cent zu der Sache. Ich glaube, entscheidender als der Ort, an dem du dich aufhältst, ist die Art und Weise, wie du dich verhältst. Und ich glaube, du kannst wirklich auch Urlaub im Ausland machen. Also vielleicht sollte man nicht wissentlich in ein Risikogebiet reisen. Ja, aber wenn du dich dort halt an die Hygieneregeln hältst und in öffentlichen Verkehrsmitteln, in öffentlichen Gebäuden beim Einkaufen den Mundschutz trägst und Abstand hältst. Ich glaube, dann kann man sich sehr gut überall eigentlich sicher aufhalten. Denn diese Definition der Risikogebiete, meiner Meinung nach, die suggerieren ja auch, dass du an manchen Orten komplett sicher bist. Und dann sagt dann der Herr Spahn, mach in Deutschland Urlaub. Und wenn du dann halt in Garmisch-Partenkirchen feiern gehst, dann ist es halt auch nicht so gut. Also ich glaube, es ist wichtiger, wie man sich verhält, als wo man sich aufhält. Und wenn man da so ein bisschen, ja, Obacht gibt und ein bisschen Acht gibt, wie man sich verhält, ich glaube, dann passt das auch im Ausland. Da ist heute eh eine längere Ausgabe, wird noch eine kleine Anekdote aus dem Südtirol. Weil das war für mich fast schon das absolute Highlight. Ich war in der Buchhandlung und, ja, hab da so ein bisschen rumgestöbert, zusammen mit meiner Tochter, die sich dann übrigens den kompletten, oder die kompletten Harry-Potter-Bücher gekauft hat. Was mich ja total heiß gemacht hat, das Ganze nochmal zu lesen. Aber das ist eine andere Geschichte. Was ich eigentlich erzählen wollte, ist Folgendes. Man erkannte in Südtirol die Deutschen eigentlich immer ganz gut daran, dass sie entweder keinen Mundschutz trugen oder eben dann nur diesen Mund-Nasen-Schutz, ja, gerade so über den Mund. Also oft schaute der Oberlippenbart noch raus und das gefiel vielen Italienern nicht so gut. Und so auch in diesem Buchladen, da wurde nämlich der Herr darauf hingewiesen, dass der Mund-Nasen-Schutz doch dann auch am besten den Mund und die Nase bedecken solle. Und er war aber der Meinung, das muss nicht unbedingt sein, denn er atmet eh nur durch den Mund ein und aus. Das war die Begründung, woraufhin er dann sehr freundlich, aber bestimmt des Hauses verwiesen wurde. Und das fand ich einfach köstlich, weil also so eine Stringenz würde ich mir hier in Deutschland auch wünschen. Vor allem dann, und das ist jetzt kein Schut gegen Ostdeutschland, aber vor allem in den ostdeutschen Bundesländern ist da noch einiges, ja, ich würde mal sagen, nachzujustieren. Denn ich habe zum Beispiel Urlaub auch in Thüringen gemacht und was ich da erlebt habe, muss ich sagen, das erinnerte eher an die Zeit vor Corona als an die aktuelle Situation, in der man vielleicht ein bisschen vorsichtiger zu Werke gehen sollte. Ja, aber das muss genug sein, der unnützen Vorrede. Es soll natürlich heute wieder um den VfB Stuttgart gehen, Sebastian. Und der Alltag, möchte ich fast schon sagen, hat uns wieder jährlich grüßt das Moment hier, könnte man fast schon sagen, denn der VfB musste mal wieder nach Rostock zum DFB-Pokalspiel. Die erste Runde ist bekanntlicherweise eine Runde, die immer in Rostock stattfindet, jedenfalls für den VfB Stuttgart. Und so war es auch in dieser Saison. Und so ein bisschen war man natürlich schon gespannt, wie das jetzt alles für den VfB laufen wird. Denn sind wir ehrlich, wir jetzt hier als Fans wussten wirklich nicht so genau, wo der VfB aktuell steht. Dazu kamen dann noch jede Menge Verletzte und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber so ein Stück weit hat diese Verletztenliste auch die Vorfreude ein klein wenig getrübt. Ist davon in Istrien überhaupt was angekommen, oder? Wie muss man das vorstellen? Ich habe das natürlich sekündlich verfolgt, den Verletzten-Ticker vom VfB. Ich möchte noch kurz einwerfen, jemand hat die Zahlen erhoben, die Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich es ist, dreimal in Folge gegen Hansa Rostock in der ersten Pokalrunde zu spielen. Ich habe das dann in den Text reingeschrieben und daraufhin hat sich dann auf Twitter eine hochmathematische Diskussion über Stochastik und Wahrscheinlichkeiten entspannt, die, glaube ich, zu keinem abschließenden Ergebnis geführt hat, aber so ganz falsch ist das wohl nicht, was da errechnet wurde. Und die Chance, dass es zu einer bestimmten Partie in der ersten Pokalrunde kommt, ist einmalig 1 zu 1024. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es dreimal in Folge zu dieser Partie kommt, die liegt laut der Berechnung bei 1 zu einer Milliarde. Also es ist echt wahrscheinlicher, ein Lotto zu gewinnen, als dass der VfB dreimal in Folge in Rostock antreten muss. Das wollte ich noch kurz einwerfen, unnützes Wissen hatte ich noch. Ja, und die Verletztenliste hat mich auch in Istrien erreicht und das war schon, ja, ein Stück weit erschreckend. Ich hatte dennoch relativ große Vorfreude auf den Ernstfall dann gegen Hansa Rostock, weil ich auch der Meinung war, dass der VfB jetzt zum dritten Mal in Folge auch eigentlich genau wissen müsste, was ihn erwartet. Und ja, habe ich dann auch nach dem letzten Testspiel gegen Straßburg, wo sie ja in den ersten 15 Minuten wirklich übelst hergespielt wurden, dann gefragt, wie das denn in Rostock aussehen sollte und war dann relativ angetan. Ah, angetan schon, du nimmst schon was vorweg, aber lass uns kurz noch bei den Verletzten bleiben. Gehen wir es einfach mal ganz kurz durch, denn es wurde ja schon für mächtig, ich würde mal sagen Headlines gesorgt von diversen lokalen Medien, aber dazu kommen wir später noch. Also Maxim Awuja, das ist mittlerweile klar, Achilles-Szenenriss, der fällt bis mindestens Januar 2021 aus, eher länger. Also wir sollten einfach in der Saison nicht mit Maxim Awuja rechnen, vielleicht auch die U21 sollte nicht unbedingt mit ihm planen. Und ich denke mal, da hätte er wahrscheinlich eher ein Zuhause gefunden. Dann der große Schock, zumindest titelt die Bild-Zeitung so. Nicolas Gonzalez erleidet einen Muskelbündelriss in der Hüftmuskulatur, fällt mindestens, muss man sagen, bis zum 5.10. aus. Das Ganze kann sich vielleicht auch noch bis November hinziehen, das weiß man noch nicht so ganz genau. Da kommt es natürlich dann drauf an, wie gut ist das Heilfleisch von Nico Gonzalez. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber das hat ja auch was Gutes, denn die Wechselwahrscheinlichkeit sollte ja eigentlich gesunken sein bei Nico Gonzalez, oder wie siehst du es? Ja, sehe ich so, dass die Wechselwahrscheinlichkeit für ihn gesunken ist. Andererseits ist natürlich dann die Frage aufgeworfen, ob du dann bis Anfang, Mitte, Ende, Oktober ohne Gonzalez eigentlich auskommen kannst, oder ob du dann nochmal in der Offensive nachbessern musst. Aber ich denke schon, dass die Wechselwahrscheinlichkeit, die jetzt ja auch so gefühlt mit jedem Tag, auch vor der Verletzung schon so ein bisschen gesunken ist, jetzt in meiner Empfindung fast gegen Null geht. Also ich sehe ihn jetzt wirklich dann eher beim VfB in der kommenden Saison als irgendwo anders. Ich auch, aber lass uns nochmal ganz kurz bei dem Thema bleiben, Nachverpflichtungen. Würdest du jetzt sagen, man müsste da nochmal was tun, also aufgrund der Verletzung, weil es ist ja davon auszugehen, dass er vielleicht drei, maximal fünf Spiele verpasst. Dann hast du vielleicht jetzt zusätzlich nochmal einen Spieler verpflichtet, der braucht ja auch eine gewisse Qualität, der möchte unter Umständen auch spielen, kostet Geld, das der VfB aktuell nicht hat. Also würdest du jetzt sagen, okay, das Risiko muss man eingehen und nachverpflichten? Ja, ist die Frage, was ist das größere Risiko, nachverpflichten oder nicht nachverpflichten? Also wirklich schwierig, weil du brauchst ja, du bist ja in der Offensive eh jetzt nicht so tief besetzt im Kader, dass man sowieso vielleicht noch jemanden gebrauchen könnte. Aber klar, du musst wirklich jemanden finden, der sofort hilft, der muss also sofort verfügbar sein, der muss wechselwillig sein, der muss die Qualität mitbringen. Und der VfB muss auch das Geld noch haben, um ihn zu bezahlen. Das scheint in der aktuellen Situation eher unwahrscheinlich. Insofern ist das dann vielleicht auch eher ein Wunschdenken, noch irgendwie einen Spieler zu finden, der für fünf bis sieben Spiele irgendwie aushelfen kann und sich dann wieder ohne zu murren auf die Bank setzt. Also insofern, und ich glaube, Sven Wisslitz hat es ja auch angedeutet, dass der VfB eher nicht Richtung Nachverpflichtung eines Backups für González, also so ein Teilzeitstürmer, denkt. Wahrscheinlich wird da nichts passieren. Man hätte vielleicht auch Mario Gomez einfach fragen können, ob er die paar Wochen noch dranhängt und dann kann er vielleicht sogar noch Historisches für den VfB schaffen und mehrere Tore schießen. Und seinen Vorsprung, den er ja jetzt vor Kakao haben müsste, ich weiß gar nicht, wie das ausgegangen ist, hat er den nicht überholt mit Toren für den VfB? Ja, ich glaube, er hat auch gegen Darmstadt nochmal getroffen, also die komischen Statistiken da, verschiedenen Statistiken zum Trotz, also ich glaube, er hat ihn auf jeden Fall überholt in jeder Statistik. Auf jeden Fall hätte er noch was für sein Torekonto tun können. Also ich weiß nicht, ob das so einfach möglich gewesen wäre, aber warum nicht? Also ein Versuch wäre es definitiv wert gewesen, aber der wird sich wahrscheinlich auch denken, deckt mir Marsch. Ich habe mit dem Thema abgeschlossen. Gut, der Nächste, der ausfällt, ist Erik Thommy. Das liegt jetzt auch schon eine Weile zurück, hat sich verletzt im Test gegen Liverpool, gebrochener Ellbogen, beziehungsweise es ist kein gebrochener Ellbogen, sondern eine Knochenabsplitterung. Auch er wird frühestens für den 5.10. zurückerwartet. Es könnte auch noch bis Mitte Oktober dauern. Ich denke mal, da würdest du jetzt nicht unbedingt nachverpflichten. Also ich würde es nicht tun, weil das ist wirklich absehbar, dass Erik Thommy zurückkommt. Und ich glaube, er war jetzt auch nicht so der Anker im Kader von Sven Mistentat, sondern eher ein Spieler, der halt gut ist, dass man den hat, sage ich jetzt mal. Der auch Qualität mit reinbringt, aber das ist jetzt nicht so ein Schlüsselspieler wie Nico Gonzalez, oder sehe ich das falsch? Schlüsselspieler nicht unbedingt, aber für mich waren bei ihm die Zeichen schon deutlich Richtung Startelf. Ja. Also ich hatte das Gefühl, die linke Seite ist seine, also die hätte er besetzt. Und wenn man jetzt überlegt, dass sein Backup dann vermutlich Borna Sosa ist, da kommen wir dann gleich zu, der seinerseits auch verletzt ist, dann hast du natürlich auf der Seite insgesamt ein Problem, weil du da jetzt zwei Spieler hast, die verletzt sind. Und da muss man einfach nur hoffen, dass Erik Thommy dann schnellstmöglich dann wieder fit wird. Aber man hat ja gegen Rostock jetzt auch gesehen, dass auch Silas links den Flügel dann bespielen kann. Da fehlt hier halt rechts wieder jemand. Aber ich glaube, das kann man dann wirklich die paar Wochen noch irgendwie überbrücken. Nehmen wir doch gleich Borna Sosa mit rein, denn der hat sich nach einem U21-Testspiel mit Schmerzen im Knie zurückgemeldet. Und es wurde relativ schnell vom VfB vermeldet, dass es nichts Strukturelles ist. Ich habe dann trotzdem gleich direkt Angst bekommen, denn du erinnerst dich wahrscheinlich noch, Borna Sosa fehlte aufgrund eines Ödöms im Knie vier Monate. Also das ging, glaube ich, los beim Abschlusstraining für das Spiel gegen Wien-Wiesbaden kurz vor der Corona-Pause und zog sich dann wirklich vier Monate hin, bis er wieder fit war. Und dann kam er eben von diesem U21-Testspiel zurück und hatte wieder Schmerzen im Knie. Und natürlich hat man da einfach kein gutes Gefühl nach so einer schwerwiegenden, langen Verletzung, wenn er in das Spiel zurückkommt und wieder Probleme meldet. Aber die gute Nachricht ist, seit Dienstag ist Borna Sosa zurück im Mannschaftstraining. Am Montag trainierte er schon individuell und sollte für das Spiel am Samstag gegen Freiburg eine Option sein. Jetzt müssen wir einfach mal hoffen, dass der gesund bleibt, weil ich bleibe einfach bei der Einschätzung, dass Borna Sosa durchaus noch einen Schritt machen kann. Er deutet es immer wieder an, was er nach vorne hin für Offensivpotenzial einfach hat. Die Flanken sind stark, auch so die Dribblings finde ich nicht allzu schlecht. Und selbst in der Defensive, wo er ja dann oft auch Kritik erntet, bin ich der Meinung, gibt es deutlich schlechtere Linksverteidiger als Borna Sosa. Natürlich ist das immer leicht zu behaupten, aber ich bin schon der Meinung, dass Borna Sosa eine Verstärkung sein kann in der kommenden Saison. Wichtig ist, dass er einfach mal ein paar Spiele am Stück machen kann und dass er keine Einwürfe machen muss. Das wäre auch noch ganz gut, glaube ich. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat er ja auch bei seinen Einsätzen in der U21 auch richtig gerockt. Tore vorbereitet, keins geschossen, aber er war richtig stark einfach. Und da wünscht man sich ja fast, dass er diesen Schwung nochmal mitnimmt zum VfB. Aber andererseits, ich habe mal seine Statistiken angeguckt, in der vergangenen Saison kam er auf zwölf Einsätze und in der Bundesliga-Saison davor kam er auch auf zwölf Einsätze. Also es ist dann wirklich ein Spieler, von dem ich sage, du kannst nicht damit rechnen, dass der 30 Spiele macht oder so. Also ich vermute mal, dass das nicht der Fall sein wird. Und insofern wäre es toll, wenn er jetzt wieder im Mannschaftstraining ist, ist er und dann auch schnell wieder einsatzbereit ist. Ja, wir drücken ihm die Daumen. Lilian Egloff hat sich auch im Trainingslager verletzt, aber einen Tag nach dem Liverpool-Testspiel war es bei ihm dann soweit. Darüber habe ich im Transfer-Update ausführlich gesprochen. Da gab es ja diesen Zweikampf mit Dani Di Davi. Da hat der ein oder andere schon Absicht dem Herrn Di Davi unterstellen wollen, was natürlich Blödsinn ist. Inzwischen ist auch klar, Teiris der vorderen Sündes Mose und für Egloff sollte es Ende September dann wieder auf den Platz gehen. Also ob er dann direkt Anfang Oktober wieder eine Option für die Startelf oder beziehungsweise für den Kader ist, das sei mal dahingestellt. Aber er sollte Ende September dann wieder mit der Mannschaft trainieren können. Auch da ist also eine Rückkehr absehbar. Wir haben ja heute schon den 15., also zwei, drei Wochen, da müsste Egloff wieder auf dem Platz stehen. Also auch da würde ich sagen, klingt es zwar alles sehr dramatisch, also gerade wenn man die Menge an Verletzungen sieht, die der VfB-Kader aktuell zu beklagen hat. Aber die Jungs kommen dann jetzt auch zeitnah zurück. Philipp Förster, da weiß man es noch nicht so ganz genau, wie es für ihn weitergeht. Probleme am Wadenbein hört man da immer wieder. Am Montag hat er individuell trainiert. Ob das jetzt dann schon ein Zeichen ist, dass er zeitnah zurückkommt, kann ich schwer einschätzen. Aber Philipp Förster ist ein Kandidat, der mir im ersten Test sehr gut gefallen hat. Du erinnerst dich vielleicht noch? Den habe ich da sogar als mögliche Überraschung der kommenden Saison betitelt. Das möchte ich jetzt nochmal revidieren, nachdem er gar keine Vorbereitung hatte. Aber dennoch wäre ich froh, wir hätten einen Philipp Förster im Kader. Das muss ich einfach mal so sagen, weil er wird auf jeden Fall gebraucht werden. Also davon gehe ich einfach fest aus. Du kannst jetzt nicht nur mit Mangala, Endo und Castro, von mir ist da noch die Davi-Plan da im Zentrum des VfB Stuttgart. Da fehlt dann vielleicht schon nochmal jemand, der eine Gelbsperre kompensieren kann oder überhaupt ein bisschen Druck vielleicht auch auf die Spieler ausübt, die jetzt in der Startelf stehen. Also auch so eine gewisse Konkurrenzsituation ist ja ganz hilfreich, um die Qualität des Kaders zu steigern. Also von daher wäre ich ganz froh, wenn Philipp Förster zeitnah wieder mit der Mannschaft trainieren könnte und dann vielleicht auch einsatzbereit wäre. Dann kommen wir zu einem, das ist ganz übel, Clinton Mola. Das deutete sich am Anfang gar nicht so sehr an. Da hieß es erstmal nur Überlastungsreaktion in der Hüfte. Dann sprach der Herr Mislintat schon von einem Knochenödem. Dann wurde ich schon etwas nervöser und die Hände wurden etwas feuchter, weil das ist natürlich nie so besonders gut. Dann habe ich letzte Woche gelesen, dass er in zwei Wochen wieder ins Mannschaftstraining bzw. ins individuelle Training einsteigen soll. Und jetzt sagt es, wenn Mislintat, ich glaube gestern oder am Sonntag, tritt eine schnelle Verbesserung ein, ist Clinton in drei, vier Wochen vielleicht schon wieder dabei. Geht es langsam, fehlt er uns womöglich bis Januar. Für ihn selbst ist es undankbar, ohne klaren zeitlichen Anhaltspunkt individuell zu trainieren. Also das ist gar keine gute Nachricht. Im Endeffekt weiß man nicht, wann Clinton Mola zurückkehren wird. Das ist ähnlich wie bei Borna Sosa eben. Wir haben ja darüber gesprochen, dass er monatelang mit diesem Ödem sich rumschlagen musste. Und Mola war glaube ich schon ein Kandidat, der durchaus sich Hoffnungen auf einen Startplatz in der ersten Elf machen durfte. Und ich sage mal, das ist wirklich ein herber Ausfall. Also aus meiner Sicht, wie siehst du es bei Clinton Mola? Ist das ein kompensierbarer Ausfall? Ja, die Auftritte, die er gehabt hat, die waren ja durchaus positiv und solide. Also gerade gegen, das Spiel war gegen Hamburg, hat er wirklich in der zweiten Liga dieses Spiel, da hat er wirklich richtig gut ausgesehen. Er war dann ja im Saisonfinale, saß er wieder auf der Bank. Aber ich finde, er hat sich jetzt wirklich wenig zu Schulden kommen lassen. Und auch wenn er jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt ein Kandidat für die Startelf gewesen wäre, wenn man mit Dreier- bzw. Fünferkette spielt, ist es ja nicht schlecht, jemanden auf der Bank zu haben, der einen guten Linksverteidiger gibt. Und jemand hat auch jederzeit, dass er seine Stammposition im defensiven Mittelfeld nochmal bringen kann. Und ich fand, bisher hat er bei seinen Auftritten im VfB-Trikot wirklich überzeugen können, wenn man das auch sein Alter berücksichtigt. Und dass er jetzt dann wirklich so ewig ausfällt mit einer unklaren Diagnose. Also man weiß ja eigentlich dann nicht nur, wie lange er ausfällt, sondern man weiß vermutlich auch nicht, wie man seine Verletzung dann therapieren soll. Das ist schon bitter. Ich hoffe, man hat da irgendwelche Anhaltspunkte. Ich habe gelesen, er trainiert irgendwie nach so einem besonderen Plan, der mit den Stuttgarter Medizinern erstellt wurde. Also irgendwas wird man, denke ich mal, schon versuchen. Aber klar, wenn man wirklich nicht sagen kann, ob er in vier Wochen zurückkommt oder eben erst in drei Monaten, dann ja, das ist schon sehr undankbar. Ich denke immer, wenn die offizielle Kommunikation lautet, entweder eine Reaktion oder ein Problem, bedeutet das für mich immer, sie haben eigentlich keine Ahnung, was es ist. Das ist kein Vorwurf an der medizinischen Abteilung, aber manche Leute haben, weiß ich nicht, Probleme im Sprunggelenk und die liegen dann, sind begründet an einem eitrigen Weisheitszahn oder so. Es gibt ja nun mal Sachen, die kann man nicht einfach so schnell wegtherapieren, man weiß genau, was es ist. Sondern es gibt halt immer noch Dinge, die kann man auch im Jahr 2020 dann nicht genau definieren, wo das Problem liegt. Und ja, so ein Problem scheint bei Clinton Mohler aktuell vorzuliegen. Und er ist ja auch noch relativ jung, dass er nicht sagen kann, ja, das hatte ich in meiner Karriere schon dreimal, das ist dies und das. Sondern das scheint einfach ein bisschen, ja, defizitler zu sein und man kann halt nur hoffen, dass es dann eher diese vier Wochen sind, vielleicht auch acht Wochen und nicht der Januar, der es im Worst Case laut Mislintat ist. Die und die Verletzung hatte ich schon ein paar Mal in meiner Karriere, das ist eine gute Überleitung zu Konstantinus Mafropanus, der hat nämlich wieder Probleme mit der Leiste, beziehungsweise wir können jetzt glaube ich sagen, hatte Probleme mit der Leiste. Muskuläre Probleme, da hieß es relativ schnell auch von Sven Mislintat, keine Sorge, das ist nicht das Gleiche, was er in London schon hatte. Bei Arsenal, da haben ja eben diese Leistenprobleme zu einer wirklich sehr, sehr langen Auswahlzeit geführt. Ich glaube, über ein Jahr konnte er da nicht spielen. Das sei jetzt wohl nicht wie der Fall, sondern es sind in Anführungsstrichen nur muskuläre Probleme. Und ja, er meldet sich jetzt auch zurück, ist ebenfalls seit Dienstag im Mannschaftstraining, trainiert er am Montag noch individuell und ist jetzt wieder offensichtlich belastbar. Wir hoffen einfach, dass alles hält und dass er zeitnah dann vielleicht auch eine Option für die Startelf sein kann. Denn Mafropanus hat aus meiner Sicht schon einen guten Eindruck bei Nürnberg hinterlassen, hat dann auch keine schlechte Partie gegen Sandhausen gezeigt. Auch wenn es ein bisschen schwer einzuschätzen ist. Man hat halt gesehen, wie enorm schnell er ist. Also das, was Mislintat ja auch mehrfach betont hat, das konnte man da schon sehen. Und auch hier würde ich mich einfach freuen, wenn es noch eine Option gibt, eben so eine wie Mafropanus. Weil er bringt auch so eine Geiligkeit mit rein in die Abwehr, die so ein Stück weit fehlt. Ich erinnere mich da gerne zurück an, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, zu Schalke gegangen. Kabak. Kabak, natürlich. Ich erinnere mich dann gerne wieder an Osan Kabak, der ja auch irgendwie so eine Geiligkeit mit reingebracht hat. Und so eine Entschlossenheit, die uns manchmal gefehlt hat oder oft gefehlt hat, vor allem in der Abstiegssaison. Und ja, ich wäre froh, wenn Mafropanus wieder eine Option wird. Und selbst wenn es dann eben nur ein Jahr hier in Stuttgart ist, ich glaube, da könnte ich beide Seiten von profitieren. Voraussetzung ist natürlich, dass er gesund bleibt. Matteo Klimowitz hat sich auch mit muskulären Problemen abgemeldet. Auch er ist seit heute, seit Dienstag wieder im Mannschaftstraining. Aber ich muss kurz das Thema muskuläre Probleme ansprechen. Also es ist jetzt nicht so, dass der VfB früher nie muskuläre Probleme zu beklagen hätte. Aber ich möchte kurz daran erinnern, dass sehr viele Muskelverletzungen im Dezember 2016 zur Entlassung von Oliver Bartlett in Leverkusen führten. Und auch in Dortmund oder zu seiner Dortmunder Zeit gab es oft Probleme mit Muskelverletzungen. Und auch da hörte man dann immer mal wieder, ja, ob der Bartlett da so richtig, sag mal, den Mix findet zwischen Überbelastung und richtiger Belastung. Ich will jetzt hier nicht direkt dazu aufrufen, dass wir uns Sorgen machen müssen. Aber ich glaube, wir müssen die Sache echt mal so ein bisschen beobachten. Weil zu viele muskuläre Probleme können natürlich dann bei so einem Kader, wie wir den jetzt haben, dann zu extremen Problemen führen. Sprich, wir könnten dann unter Umständen das Ganze nicht mehr kompensieren können mit den Kräften, die wir so haben. Weil wir haben halt viele junge Spieler, wir müssen bei fast jedem Spieler darauf hoffen, dass er den nächsten Schritt geht. Und wenn dann noch viele Verletzungen dazukommen, gerade muskuläre Verletzungen, die sich dann auch mal zwei, drei Wochen, manchmal vier Wochen hinziehen können und manchmal noch länger, siehe Mafropanus. Ja, das könnte uns das Genick brechen im Abstiegskampf. Also deswegen hoffe ich jetzt einfach, dass das das übliche Problem ist, was man eigentlich bei jeder Vorbereitung zu beklagen hat. Und nicht das andeutet, was in Leverkusen offensichtlich war, als Bartlett da als Athletiktrainer aktiv war. Das wollte ich noch hinzufügen hier an dieser Stelle. Ja, und dann waren das eigentlich schon die ganzen Verletzten. Und wir erkennen relativ schnell, dass beim VfB Stuttgart bis auf Gonzales, Tommy und, ja, Eckloff, der Rest, nee, Mola muss man noch dazu sehen, der Rest der Verletztenliste dann demnächst etwas gelichtet wird und Spiele zurückkehren werden. Und ich glaube, dann braucht man auch nicht mehr so diese große Welle schieben, wie das zeitweise der Fall war. Vor ein, zwei Wochen hätte man davon ausgehen können, dass der VfB nicht mal eine komplette Mannschaft zusammenbekommt. Ich glaube, ganz so schlimm ist es dann doch nicht. Also können wir das Thema erstmal abschließen, beobachten das Ganze. Und sollte es, wie gesagt, mehr muskuläre Verletzungen geben, dann fahren wir da einfach mal an die Mercedes-Straße und gucken mal, was wir da so regeln können. Nein, natürlich nicht. So. Ist natürlich Quatsch. War nur ein kleiner Joko hier an der Stelle, um überzuleiten. Denn es gab ein weiteres heiß diskutiertes Thema in der VfB-Timeline, sowohl auf Twitter wie auch auf Facebook. Und zwar ging es im Vorfeld zum Saisonstart oft, ja, um die Kaderqualität. Ja, wie gut ist der VfB Stuttgart eigentlich? Findet Sven Mislintat hier den richtigen Weg oder ist er da vielleicht auch ein bisschen zu blauäugig mit vielen jungen Talenten? Deswegen, jetzt frage ich mal ganz konkret erstmal, Sebastian, wie stark ist aus deiner Sicht der Kader im Vergleich zum Abstiegskader 18-19? Also, wie würdest du das einschätzen? Sind wir da besser aufgestellt als 18-19? Ich erinnere nochmal daran, damals kam Maffeo, Castro. Den Rest habe ich schon komplett vergessen. Sosa kam auch und die Davi kam. Stimmt, die Davi kam ja auch 18-19. Das habe ich wirklich komplett vergessen. Ja, wie würdest du es einschätzen, also wenn du die beiden Kader miteinander vergleichst? Ich kann dir noch ein paar Namen nennen. Ich habe hier gerade den Kader von 18-19 offen, wenn du noch so ein paar brauchst. Ja, komm, sag mal, sag mal. Okay, also natürlich im Tor Ron-Robert Zieder. Wir wissen es noch. Jetzt lädt die Seite. Weltmeister. Ja, Weltmeister, ganz klar. Und wir hatten einen zweiten, und zwar dann auch aktuellen Weltmeister, nämlich Benjamin Pavard, der damals noch für den VfB spielte. Den muss man natürlich erwähnen. Timo Baumgartel war mit Sicherheit auch jemand, auf den man so ein Stück weit gesetzt hat, dass der nochmal den nächsten Schritt geht und sich vielleicht dann auch für größere Aufgaben empfiehlt. Marc-Oliver Kempf. Oder er ist den nächsten Schritt dann gegangen nach Eindhoven, ne? Ja, ja. Er konnte vor allem in der Saison nicht das zeigen, was man sich eigentlich von ihm erhofft hat. Hat natürlich auch viel mit Verletzungen sich rumschlagen müssen. Aber trotzdem war das eher eine enttäuschende Saison für ihn. Marc-Oliver Kempf kam von Freiburg, hatte auch zu Beginn seiner Zeit beim VfB lange mit Verletzungen zu kämpfen und kam, glaube ich, dann erst gegen Nürnberg zurück, als auch der VfB seinen ersten Sieg errungen. Also das war ein holpriger Start für ihn. Ansonsten, Insua war noch im Kader, okay. Andreas Beck war natürlich mit dabei als Rechtsverteidiger. Dennis Aogo. Dennis Aogo. Dann natürlich dein Schwarm, Santiago Azcaciba, war mit dabei. Auch der gerät mehr und mehr in Vergessenheit, muss man sagen, beim VfB, nachdem, was Vataru Endo so zeigt im letzten halben Jahr. Bei euch vielleicht, aber bei mir persönlich nicht. Aber die hatte natürlich einen ganz speziellen Platz im Herzen. Das verstehe ich. Dann hatten wir noch Eric Tommi. Ne, der kam erst im Winter, meine ich. Ne, Quatsch, der kam im Winter davor, richtig. Der war zu Beginn der Spielzeit dabei. Hat aber dann irgendwie so ein bisschen nachgelassen. Also er hat ja diese starke Rückrunde gespielt und hat dann im neuen System unter Korkut erstmal gar nicht so richtig gezündet, möchte ich fast schon sagen. Und dann kam ja Weinzierl und da hat ja überhaupt nichts mehr funktioniert, bei egal welchem Spieler. Also von daher können wir da vielleicht auch Eric Tommi ein bisschen in Schutz nehmen. Dann hatten wir Steven Zuber, der jetzt ja von Hoffenheim zur Eintracht gewechselt ist und da glaube ich auch irgendwie so gut wie in der Startelf stehen wird. Aber der kam eben auch erst im Winter dann zum VfB. Also konnte uns nicht direkt helfen, aber wäre wahrscheinlich eine Verstärkung gewesen. Also wenn er von Beginn an dabei gewesen wäre. Aber ansonsten gibt es wirklich kaum Spieler, die man jetzt hier noch groß herausheben sollte. Aber um es mal abzukürzen, ich glaube, wenn du mir jetzt so vorliest, wer da im Kader des VfB stand und ob man damit die Klasse halten kann, dann würde ich viel Geld drauf wetten und sagen, ja, mit dem Kader kann man eigentlich problemlos die Klasse halten. Ob man da irgendwie jetzt oben mitspielt, eher nicht. Aber mit dem Kader kannst du eigentlich nicht absteigen. Und jetzt rein auf dem Papier würde ich sagen, dass der Abstiegskader 18, 19 stärker war als unser Kader jetzt. Wenn ich jetzt mal so überlege, was uns gefehlt hat im Abstiegsjahr, war das vor allem das Tempo. Also das war für mich eines der eklatantesten Schwächen des kompletten Kaders. Es fehlte grundsätzlich das Tempo. Und das ist jetzt natürlich komplett anders. Also so sehe ich es zumindest. Also wir haben viel Tempo dazu gewonnen. Natürlich durch Spieler wie Silas, Tongi, Gullibali. Nico Gonzalez ist natürlich auch ein schneller Spieler und auch vor allen Dingen ein präziserer Spieler geworden, als er das 18, 19 noch war. Und es gibt dann auch viele weitere junge Talente. Wir brauchen die jetzt nicht wieder alle aufzählen. Schurlinow, was weiß ich. Also ist schon klar. Wir haben mehr Tempo im Kader. Und ich glaube, dass das wirklich eine Menge an Erfahrung auch kompensieren kann. Also was nützt dir das zum Beispiel, dass ein Gentner, Aogo und wie sie alle heißen, viel Erfahrung in der Bundesliga haben, aber ihren Spielern nicht mehr hinterherkommen, ihren Gegenspielern. Also das ist ja toll, dass die dir dann davon erzählen können, wie man es eigentlich macht. Aber wenn sie nicht mehr in die Zweikämpfe kommen, weil sie zu langsam sind, dann bringt dir das alles nichts. Also ich sage es mal so. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass der VfB absteigt 18, 19. Ich habe aber auch nicht damit gerechnet, dass er ohne große Probleme die Klasse hält. Also dass es eng wird, davon kannst du immer ausgehen im zweiten Jahr. Aber ich sehe jetzt nicht den aktuellen Kader so viel schlechter als den 18, 19er Kader. Also ich bin durchaus der Meinung, dass wenn wir diese beiden Mannschaften jetzt gegenüberstellen könnten, der aktuelle VfB dem 18, 19er VfB das Leben durchaus schwer machen könnte. Ja, absolut. Also ich finde der Abstiegskader 18, 19, das war halt so eine relativ sichere Sache. So Kickernote 4. Also du weißt, was du bekommst. Das wird meistens nicht wirklich gut, aber es wird auch nicht komplett schlecht. Also es wurde dann halt doch komplett schlecht. Und der Kader jetzt ist halt dann ein Kader, der hat vermutlich mehr Potenzial als der Kader damals, hat aber auch natürlich das Potenzial, grandios zu scheitern. Der ist halt einfach riskanter. Aber wenn es funktioniert und ein paar Spieler machen da ihren Schritt und andere Spieler rufen ihr volles Potenzial ab, dann ist das sicherlich eine richtig tolle Mannschaft. Aber ob das halt wirklich so kommt, das muss man abwarten. Und der Kader 18, 19, das war sowas, also wenn der Ogo das macht, was er immer macht, dann steigst du eigentlich nicht ab. Es hat dann trotzdem aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert. Aber eigentlich war das ein solider Bundesliga-Kader. Jetzt hattest du natürlich, wie du schon gesagt hast, mehrere Spieler, die immer so Kickernote 4 abliefern. Aber du hattest halt, weiß ich nicht, dann immer noch drei Spieler, die Kickernote 5 oder schlechter abgeliefert haben. Und dann reicht es halt nicht mehr. Gut, genau. Und du hattest zum Beispiel Nico Gonzalez, der halt gegen Schalke aus 18 Metern das leere Tor nicht trifft. Und jetzt hast du halt Nico Gonzalez, der in der zweiten Liga, muss man dazu sagen, 14 Tore geschossen hat. Und auf den man sich in der Bundesliga jetzt freut. Und ich glaube, in der Bundesliga hat sich auf den kaum jemand gefreut. Ja, das stimmt schon. Also der hat definitiv einen Schritt gemacht. Das möchte ich nicht abstreiten. Aber jetzt bleiben wir mal bei Mislintat, der auf junge Spieler setzt. Fehlt aus deiner Sicht so ein bisschen der richtige Mix, wie man so schön sagt? Also fehlen die Erfahrenen und dann vielleicht auch so diese Spieler im Alter zwischen 25 und 28? Oder sagst du, nö, das ist eigentlich die richtige Herangehensweise in der aktuellen Situation? Ich finde, du hast die Spieler in dem Alter, wo sie die Mannschaft führen könnten. Es sind halt nicht unbedingt die Spielertypen, die das machen. Du hast einen Didavi im perfekten Fußballalter, einen Castro. Du hättest einen Badstuber, den du jetzt halt, das will ich jetzt nicht hier mal sehen, und den hast du halt in die zweite Mannschaft geschoben. Der ist halt weg. Und ich weiß halt nicht, ob das dann halt Didavi und Castro hinbekommen. Aber du hast ja ein paar drin, die das halt durchaus machen können. Insofern würde ich sagen, der Mix passt einigermaßen. Ich hätte halt gerne noch einen, wo man sagt, genau der ist jetzt der Kapitän. Also Castro kann das sicherlich ausfüllen, aber er ist jetzt ja auch nicht so die offensichtliche Wahl, wo man sagt, ja, der hat das richtige Alter, der hat die Erfahrung und der hat auch irgendwie den Anspruch, die Mannschaft zu führen. Also da bin ich mal gespannt, wie das funktionieren wird. Wenn jetzt noch einer mit dabei wäre, der halt irgendwie 27, 28 ist, dann wäre das vermutlich nicht schlecht. Du hast einen Endo, der ist in dem Alter, aber der hat natürlich auch noch keine Sekunde Bundesliga gespielt. Das muss sich alles zurechtfinden. Und ob das jetzt wirklich funktioniert, wird man sehen müssen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es eine Mannschaft ist, die sich auch in der Liga finden wird, beziehungsweise die sich ja eigentlich auch gar nicht finden muss, weil sie ja fast unverändert im vergangenen Jahr miteinander zusammenspielen. Weil jetzt, wenn man das Spiel gegen Rostock gesehen hat, da war, glaube ich, Waldemar Anton der einzige Neuzugang in der Startelf. Ansonsten waren es ja nur Spieler vom vergangenen Jahr. Also die kennen sich ja. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, wie sehen die Alternativen aus? Vor allem jetzt in dieser Corona-Zeit. Also ich sehe es halt so, der VfB kann sich aktuell einfach, ich sage mal, eine Erfolgsgarantie nicht leisten und kann sich die dementsprechend dann nicht einfach verpflichten. Das heißt, du kannst jetzt keine Spieler holen, von denen du ausgehen kannst, dass die dir, weiß ich nicht, 10, 15 Tore zum Beispiel bescheren oder 9 Vorlagen oder 10 Vorlagen liefern und auf der anderen Seite die und die Zweikampfwerte abliefern. Das heißt, wir brauchen so eine gewisse Kreativität. Und da sehe ich halt das eine Modell, also das ist jetzt immer schwer zu sagen, welches das Richtige ist, aber es gibt dieses eine Modell, dass du sagst, ich hole jetzt Erfahrung dazu, ja, ich hole mir Spieler, ähnlich wie Union, die schon viele Bundesligaspiele absolviert haben. Ich gehe jetzt aber einfach davon aus, dass der VfB aufgrund der klammen Kassen da eher ins untere Regal greifen muss. Sprich Spieler, die, sag mal jetzt, nicht bei den Top 10, Top 8 in der Bundesliga unterkommen, die kommen dann vielleicht zum VfB. Und da müssen wir einfach darauf hoffen, dass die vielleicht gezeigte Leistungen wieder abrufen können. Also das ist mir fast schon ein bisschen zu riskant. Und ich gehe auch davon aus, dass die unter Umständen, jetzt, das trifft bestimmt nicht für alle Spieler zu, aber unter Umständen ein bisschen teurer sind als junge Talente, egal wo die jetzt mal herkommen. Ja, ob das jetzt aus Frankreich ist, England oder auch aus Deutschland. Und bei diesen jungen Talenten sehe ich halt einfach die Möglichkeit, dass man sagt, okay, du hast zumindest mal eine ganz, ganz wichtige Komponente mit dabei, darauf achtet, das ist das Tempo. Dann hast du natürlich einfach auch die Perspektive mit dabei, dass die Spieler den nächsten Schritt gehen können, weil die meisten, die wir verpflichten, also wenn man sich dann so mal umhört und in Foren liest, dann sind das immer Spieler, die bei vielen Vereinen, also auch größeren Vereinen auf dem Zettel sind. Aber man ist sich nicht 100% sicher, kann der jetzt wirklich durch die Decke gehen. Und die landen dann eben bei uns. Also klar, die richtig fetten Talente, die kriegen wir in der Regel nicht. Aber die, wo man sich nicht ganz so sicher ist, ob die den nächsten Schritt machen können, und die können wir uns dann unter den Nagel reißen. Aber trotzdem ist das natürlich jetzt die Möglichkeit, für so junge Talente hier beim VfB zu zeigen, dass sie in der Lage sind, den nächsten Schritt zu gehen. Und ich finde, das Risiko, dass der VfB oder Sam Mislintat damit eingeht, ist überschaubarer, wie eben mit Spielern, die ihren Zenit vielleicht noch nicht unbedingt überschritten haben, aber jetzt auch nicht mehr andeuten, da jetzt noch viel Potenzial abrufen zu können. Also die haben einfach ein gewisses Level erreicht. Du hast das so schön beschrieben mit Kickernote 4 und viel mehr wird es dann vielleicht auch nicht. Ab und zu gibt es dann nochmal einen Ausreißer, aber ansonsten reicht es halt nicht so ganz. Deswegen, wenn ich mich jetzt für ein Konzept entscheiden müsste, bin ich da eher bei Sam Mislintat, dass ich sage, ich hole junge Spieler und versuche einfach mit diesen jungen Spielern was aufzubauen und den VfB dann sozusagen als junge, wilde Mannschaft rauskommen zu lassen. Und ich habe immer auf Twitter geschrieben, dann gehe ich, glaube ich, lieber mit so jungen Spielern unter als mit so alten, satten und unter Umständen dann wirklich so reich gemachten Typen, die sich auch null mit dem VfB identifizieren unter Umständen. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Wobei man muss dazu sagen, das muss ich noch ganz kurz sagen, bevor du antwortest, auch bei diesen jungen Spielern gehe ich jetzt nicht unbedingt davon aus, dass die direkt die DNA des VfB aufsaugen, sondern für die ist es halt einfach nur eine Möglichkeit, regelmäßig zu spielen. Und sobald sie ihr Potenzial wirklich abrufen, sind sie ja auch weg. Das ist auch relativ klar. Ja, genau. Mein Thema ist halt, ich frage mich halt, ob jetzt Sam Mislintat oder auch den Thomas Hitzberger wägen die ab, holen wir jetzt für Position X den 17-jährigen Franzosen, Holländer, Engländer oder holen wir den gestandenen 31-jährigen Bundesligaspieler. Also findet diese Entscheidungsfindung statt und man entscheidet sich dann nach sorgsamen Abwägen dann immer für den jungen Spieler. Also für mich ist so eine Personalie, Augsburg hat ja Daniel Caligiuri von Schalke verpflichtet. Weißt du, und so ein Spieler, also wenn der halt bei den ganzen Neuverpflichtungen mit dabei wäre, der ist 31, der spielt, glaube ich, seit gefühlt 25 Jahren immer gut. Der hat seine Qualität. Und wenn Augsburg sich den leisten kann, dann hätte es auch vielleicht der VfB schaffen können. Weiß ich nicht. Aber das ist für mich so eine Personalie, dass die im VfB-Transfer, in den Transferdiskussionen so gar nicht aufgetaucht ist. Das irritiert mich so ein bisschen. Also über solche Spiele hat man wirklich nie geredet. Ob man nicht vielleicht dann doch mal einen holt, der schon vermutlich irgendwie 200 Bundesligaspieler hat und darunter irgendwie eine Handvoll schlechte Spiele. Weil ich glaube, so einer kann dir dann wirklich auch helfen. Und das fehlt mir in diesem Transfermix so ein bisschen, dass man solche Spieler gar nicht, also offensichtlich gar nicht versucht hat zu verpflichten. Also ja, ich gebe dir da schon recht. Also gerade, ich habe ja ein paar Mal Kevin Stöger zum Beispiel genannt, dass das vielleicht eine Option wäre für den VfB. Der ist ja immer noch ohne Verein. Bei Caligiuri sehe ich es jetzt ein bisschen anders, weil ich der Meinung bin, dass er eigentlich jetzt gerade genau in diese Kategorie reinfällt, die ich vorhin beschrieben habe. Spieler, der eigentlich immer so eine gewisse Leistung abruft. Du weißt, was du von ihm zu erwarten hast. Aber da kommt jetzt nicht mehr viel. Und dann hast du natürlich gleich auch wieder einen Spieler dabei, der aufgrund seiner Erfahrung eine gewisse Position innerhalb der Mannschaft einnimmt. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, forderst du ja genau das, dass da so ein Leader mitkommt, der die Jungen dann sozusagen führt. Aber wir hatten das ja in der Abstiegssaison. Also, dass wir dann Spieler dabei hatten, die aufgrund ihrer Erfahrung auch ein hohes Ansehen innerhalb der Mannschaft genossen haben, aber die dann in den entscheidenden Momenten trotzdem eben nicht als Leader auf dem Platz aufgetreten sind. Und man kann auch sagen, dass ein Caligiuri nicht immer als Leader in den schwachen Schalke-Phasen in der abgelaufenen Saison in Erscheinung getreten ist. Also, es ist für mich halt einfach schwierig zu sagen, okay, jetzt hole ich wieder so einen erfahrenen, älteren Spieler, der unter Umständen mehr Geld kostet als ein jüngerer Spieler. Ich weiß nicht, ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich glaube, das ist das Hauptproblem. Ich habe einfach keinen Bock mehr auf diese älteren Spieler, die es dann vielleicht auch schon, jetzt bei Caligiuri ist es nicht der Fall, bei anderen wäre es vielleicht der Fall, bei mehreren Bundesliga-Mannschaften versucht haben, aber es nie so richtig nachhaltig geschafft haben, wirklich dann sich da zu etablieren. Die schwimmen halt immer so ein bisschen mit und quasseln dann auch gerne mal ins Mikrofon. Aber auf dem Platz ist es dann wirklich immer nur eher Kickernote 4. Ich muss das einfach immer wieder bemühen, weil es einfach so treffend ist. Ja, also das ist für mich so ein Konzept, das habe ich jetzt so oft hier in Stuttgart gehabt und in unterschiedlichen Qualitätsstufen, muss man fast schon sagen, dass ich darauf irgendwie keinen Bock mehr habe. Ich persönlich habe einfach Bock auf junge Spieler, die sich da wirklich die Lunge aus dem Leib brennen, Tempo mit ins Spiel bringen, auch eine gewisse Kreativität mit ins Spiel bringen, Dinge machen, die vielleicht ein Caligiuri nicht macht, weil er es früher versucht hat als junger Spieler und weiß, es bringt eh nichts. Aber trotzdem, ich sehne mich halt einfach nach ein bisschen mehr Action auf dem Platz und nicht nach diesem relativ langweiligen Ballgeschiebe, das wir dann vor allem 18, 19 miterleben mussten. Das war auch zum Teil 19, 20 der Fall, muss man zugeben, aber da lag es dann eher am Gegner, nicht am VfB. Ja, also ich verstehe jeden, der sagt, hey, irgendwas fehlt da in der Mannschaft, irgendwie so ein Leader, wirklich so ein richtiger klassischer Leader. Auf der anderen Seite glaube ich, dass sich der vielleicht jetzt in diesen neuen Gebilde dann auch herausbilden kann. Also auch da kann es sein, dass auf einmal Spieler, von denen du es jetzt gar nicht so richtig ahnst, dass die dann plötzlich zu solchen Charakterköpfen werden. Also nur mal ein Beispiel. Ich finde zum Beispiel, dass man bei Daniel Didawi deutlich merkt, dass er gerade in Sachen Zweikampfverhalten schon anders auftritt, als wir das in den Jahren zuvor von ihm gewohnt waren. Also ich finde, Didawi weiß inzwischen offensichtlich auch, wie man hinlangt, wie man so schön sagt. Also ich erkenne da schon ein anderes Zweikampfverhalten, als, sag ich mal, vor zwei Jahren. Ja, und ich finde auch Kaminski macht sich ungemein. Also auch da habe ich das Gefühl, auf dem Platz übernimmt er viel mehr Verantwortung, die regiert gut und so. Also auch da, finde ich, gibt es offensichtlich, seitdem Batschuber weg ist, vielleicht ein Vakuum, das er füllen kann. Kobel, haben wir schon oft drüber gesprochen, nimmt die Rolle absolut wahr als Leader, den man auch auf dem Platz hört. Und warum soll da nicht noch ein weiterer Spieler dann plötzlich den nächsten Schritt gehen? Natürlich glaube ich auch nicht, dass Endo der Typ sein wird, der das schafft. Bei Mangala mache ich da auch ein großes Fragezeichen. Silas wirkt auch nicht so. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass ein Schulinov zum Beispiel so jemand sein könnte. Und ja, vielleicht auch Gonzalez irgendwann. Also auch bei ihm könnte ich mir vorstellen, sollte er hier beim VfB bleiben, dass er dann so eine Rolle irgendwann einnehmen kann. Also ja, da habe ich einfach große Hoffnung auf die Spieler, die aktuell im Kader stehen, auf die jungen Spieler vor allem dann. Ja, also ich fand es ein bisschen schade, dass man jetzt in der Sommerpause hier in Stuttgart oft wirklich dann über die Qualität und über Sven Mislintat diskutiert hat. Ich fand die Frage halt einfach irgendwie ein bisschen sinnlos. Also Sven Mislintat wurde oft gefragt, hat der Kader die Qualität, um die Klasse zu halten? Wenn du so eine Frage dem Kaderplaner stellst, was soll er denn darauf antworten? Also der kann ja nicht sagen, ja. Also kann er einfach nicht sagen, weil sonst sieht er so blöder aus wie Reschke, nachdem er gesagt hat, wir werden definitiv nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und es wäre auch einfach unrealistisch zu sagen, dass die Mannschaft gut genug ist, um die Klasse zu halten, weil es wird auf jeden Fall eng. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und auf der anderen Seite kann er natürlich auch nicht sagen, nein, weil dann würde ihm jeder unterstellen, er macht einen schlechten Job. Also deswegen finde ich die Frage erstmal unsinnig. Und solange man die Alternativen nicht kennt, ist es auch ganz, ganz schwer darüber zu diskutieren, ob jetzt Sven Mislintat die richtigen Transfers getätigt hat. Ja, also wenn jetzt die Alternative irgendein Drittligaspieler wäre, theoretisch, ja, dann nehme ich natürlich irgendwie einen Cissé, der als Riesentalent gilt, als irgendwie, weiß ich nicht, ein 20-jähriger Drittligaspieler ist jetzt natürlich einfach nur so aus der Luft gegriffen. Aber weißt du, was ich meine? Ich muss die Alternativen kennen, um wirklich abschätzen zu können, wie sinnvoll oder unsinnig eben getätigte Transfers sind. So sehe ich es aktuell. Weil ich sehne mich halt einfach nach etwas mehr Frieden und Ruhe hier beim VfB. Ja, ich glaube, das kannst du komplett vergessen für die kommende Saison. Aber ich habe auch in meine Erwartungen an die Saison reingeschrieben, also man erwartet doch eigentlich nur, dass man eine Mannschaft auf dem Feld stehen hat, die wirklich alles dafür geben, das Spiel zu gewinnen. Und das reicht ja eigentlich schon. Aber das möchte man halt auch wirklich sehen. Und das hatten wir in der vergangenen Saison ja wirklich auch nicht immer, wenn man sich dann so an Auftritte wie in Karlsruhe oder so erinnert hat. Und das muss halt da sein. Und dann verzeihen, glaube ich, die Fans auch viele Fehler, viele Ungenauigkeiten und haben auch Geduld mit einer jungen Mannschaft, also der jüngsten Mannschaft der Bundesliga. Aber dann muss man wirklich das Gefühl haben, die Mannschaft will wirklich die Spiele gewinnen oder zumindest nicht verlieren. Dieses Gefühl hatte ich in der zweiten Liga tatsächlich nicht immer. Und was ich meinte, auch du musst ja kein Daniel Caligiuri oder einen Spieler wie Caligiuri dann verpflichten. Aber ich hätte zumindest gerne die Gewissheit, dass dann die Optionen abgewogen werden, ob man jetzt einen erfahrenen Spieler verpflichtet, der vielleicht ein bisschen mehr kostet, oder den nächsten jungen Spieler verpflichtet, der weniger kostet, dass diese Abwägung stattfindet. Und das Gefühl hatte ich jetzt in der Vorbereitung und in der Transferaktivität nicht immer. Aber ich sehe es genau wie du. Also lieber eine junge, hungrige Mannschaft, die Spaß macht, als irgendwie so eine alte, satte Mannschaft, wie dann tatsächlich in der Abstiegssaison, die dann auf dem Papier viel besser aussieht als auf dem Rasen. Ich glaube, warum ich mich so nach der Ruhe hier sehne, ist, ich habe mir auch mal angeschaut, was eigentlich diese Vereine, von denen man immer so spricht, wenn man vom ruhigen Umfeld spricht, was die eigentlich anders machen. Also Freiburg, Union Berlin, weiß ich nicht, Augsburg kann man glaube ich auch dazu zählen, Mainz und so. Da hast du eigentlich, gerade wenn du dann die Podcasts von den Leuten anhörst, immer das Gefühl, dass das gesamte Umfeld zusammenhält. Also angefangen bei der Mannschaft, dann über die Funktionäre und dann auch die Fans. Also natürlich werden da auch Entscheidungen kritisiert, ist ja gar keine Frage. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass man sich hier in Stuttgart gerne schlechter redet, als man teilweise ist. Also weißt du, wie ich meine? Dass man da immer versucht, irgendwie noch das Negative zu finden. Ich erkenne das bei mir selber auch. Also ich hinterfrage, das habe ich ja schon mal gesagt, nach all diesen Jahren, wo man angelogen wurde von unterschiedlichen Sportdirektoren und Vorständen und Präsidenten, da merke ich auch, wie ich immer alles mit Skepsis begutachte sozusagen. Und immer irgendwie witter ich irgendwie noch einen Clou dahinter. Also ich fühle mich irgendwie immer nicht ganz wohl mit der aktuellen Situation beim VfB. Und das zieht sich, glaube ich, hier komplett durch die Fanszene durch, habe ich das Gefühl. Also es gibt irgendwie nie diesen kompletten Zusammenhalt von Fans, Mannschaft und ich sage mal Funktionären als Allgemeinbegriff. Bin ich da paranoid? Das muss man schon festhalten, dass die VfB-Fans so gebrannte Kinder, geprügelte Hunde, was auch immer sind. Also da lief halt in den letzten Jahren so viel schief und es wurde so viel Quatsch erzählt, dass man jetzt immer, man hört eine Nachricht, man liest eine Nachricht und denkt als erstes, okay, aber wo ist der Haken? Ja, so ist es ja leider. Und man sieht erst mal immer das Schlechte in allen Entscheidungen. Und ich finde, dass aufgrund unserer Vergangenheit ist das jetzt auch erst mal ganz normal. Aber du hast recht. Also man sieht erst mal den Kader und denkt, um Gottes Willen, wie soll man mit dem Kader dann die Liga halten? Und dann guckt man mal auf andere Vereine. Also ich hatte es dir schon vorher geschrieben. Ich habe mir heute die große Saisonvorschau vom Rasenfunk angehört. Und wenn du dann hörst, wie es anderen Klubs zum jetzigen Stand der Vorbereitung wenige Tage vorm Saisonauftakt geht, dann denkst du, okay, also dass da jetzt drei Vereine sind, die noch schlechter sind als der VfB, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, weil die haben ja genau die gleichen Probleme. Da fehlt es an Stürmern. Manche wissen noch, da haben, weiß ich nicht, ein anderes System in der Vorbereitung gespielt, als das, was sie eigentlich spielen wollen. Manche müssten komplett anderen Fußball spielen als in der vergangenen Saison. Dann wieder anderen sind die kompletten Leistungsträger verloren gegangen. Also jeder Klub hat die Probleme wie der VfB. Und dass da dann drei schlechter sind als wir, das ist nicht unwahrscheinlich. Aber wir sehen es dann tatsächlich erst mal negativer als vielleicht andere. Ja, was daran liegt, dass uns halt jahrelang irgendwie Quatsch erzählt wurde. Also du siehst in Zukunft nicht irgendwie so einen Zusammenhalt, wie zum Beispiel, ich nehme jetzt immer wieder die Freiburger, weil es ist halt einfach, ich finde, oder auch die Bielefelder kann man nehmen. Also ich erinnere da an das DFB-Pokalspiel vom Montag. Da kann man sich dann schon mal aufregen, glaube ich, als Fan von Arminia Bielefeld zum einen über den Schießrichter, zum anderen auch über die gezeigte Leistung. Aber wenn man dann die Bielefeld-Timeline so durchscrollt, merkt man da eine relative, ich würde nicht sagen Entspanntheit, aber es ist schon, da geht man anders mit diesem, ich nenne ihn mal Rückschlag um, als beim VfB. Bei uns wäre man ja schon ausgeflippt, wenn wir gegen Bielefeld dieses Testspiel beim Heldencup verloren hätten. Also das fällt mir halt immer wieder auf. Und die Frage ist halt, ob das sich mal irgendwann normalisiert und das etwas entspannter hingenommen wird, das Ganze, und ob es mal irgendwann auch wieder der Fall ist, dass man der sportlichen Führung vertraut. Das, obwohl man ein bisschen Tat und Hitzesberger mag, aber trotzdem merkt man, dass da schon eine Menge Misstrauen auch noch mit dabei ist. Nicht von allen, aber doch, man merkt es schon, finde ich. Ja, absolut. Aber ich finde, das liegt auch ein Stück weit, ist das Problem hausgemacht in der Kommunikation. Also, Bielefeld verliert gegen einen Viertligisten. Ich glaube, er wäre jetzt ein Regionalligist. Und dann stellt sich halt nach dem Spiel, stellt sich Fabian Kloos vor die Kamera oder vor den Mikrofon und sagt, heute waren wir Kacke. Super, also hat er ja recht. Der VfB verliert das Derby gegen Karlsruhe und Sven Bisslintat sitzt bei Sport im Dritten und sagt, eigentlich war alles geil. Also, das nehme ich ihm halt nicht ab. Also, das kaufe ich nicht. Und warum stellt man sich nicht hin und sagt, heute haben wir einfach mal Scheiß gebaut? Das ist halt so. Und solange die Kommunikation halt auf so einer unehrlichen Ebene basiert, finde ich, werden die Fans auch kein Vertrauen fassen. Die wollen einfach mehr Ehrlichkeit. Ich glaube, ich sage das jetzt mittlerweile seit vermutlich 50 Folgen. Einfach ein bisschen transparenter kommunizieren. Und wenn du halt einfach mal ein Spiel verkackt hast, dann sag es doch einfach. Das nimmt dir ja keiner krumm. Vor allen Dingen, wenn du mit einer jungen Truppe auftrittst. Und so wie sich Fabian Klos hinstellt und sagen, heute waren wir Kacke. Wenn du Kacke spielst, dann sag es doch auch. Und sag nicht, eigentlich waren wir ganz gut, aber. Und du führst halt tausend Gründe an, warum du jetzt gegen Karlsruhe verloren hast. Es gibt kein wirkliches Argument dafür, außer du warst halt schlecht. Und dann sag es halt einfach. Also, schneidet dir ja niemand deswegen den Kopf ab. Also, und ich finde, da muss auch von Vereinsseite die Kommunikation noch ein bisschen transparenter, ein bisschen ehrlicher werden. Und ich glaube, dann gibt es auch wieder mehr Vertrauen. Und ja, du hast ein junges Team. Und wenn das auf dem Platz zeigt, dass es wirklich gewinnen will, ich glaube, dann werden die Fans und die ganze Fans, das ganze Umfeld wird auch wieder geduldiger und positiver gestimmt. Und dann kann da tatsächlich auch was wachsen. Eigentlich ganz gut. Ist wieder eine hervorragende Überleitung, Sebastian. Und zwar zum neuen Kapitän, Gonzalo Castro. Och, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Also, so lange haben wir schon nicht gesendet, dass wir die Ernennung von Gonzalo Castro zum Kapitän hier gar nicht thematisieren konnten. Gonzalo Castro sagte, ich glaube, auf vfb.de, ein guter Kapitän sorgt dafür, dass in der Mannschaft ein gutes Klima herrscht. Er ist wie ein Vater, der sich um alle Kinder bemüht und fragt, wie es ihnen geht. Natürlich, muss ich schon nachdenken, aber egal. Natürlich, aber schlumpf. Natürlich muss er auch Verantwortung übernehmen, wenn es mal nicht richtig läuft. Das ist auch ein großer Aspekt. Und jetzt kommt's. Und er muss gute Mannschaftsabende organisieren. Das ist übrigens ein Insidershoot gegen den ehemaligen Kapitän, Marc-Oliver Kempf. Weil da hab ich immer so mitbekommen, dass, also wenn ich was über Kempf gehört habe, so, dann hieß es immer, ja, da kommt nichts von dem. Nicht einmal ein Mannschaftsabend oder irgendwas wird organisiert. Das hörte man dann immer über Marc-Oliver Kempf. Aber dass Mannschaftsabende 2020 immer noch so ein Ding sind, oder gehen die dann kegeln oder was machen die? Die zocken halt auf der Playstation FIFA gegeneinander. Sitzen zu Hause und zocken FIFA gegeneinander. Ja, Materazzo sagte eher, also Castro hat gute Chancen zu spielen. Da ging's darum, ob das Kapitänsamt mehr oder weniger dann eine Einsatzgarantie sei. Aber das Kapitänsamt, sagt eben Materazzo auch, ist keine Einsatzgarantie. Wie für jeden anderen Spieler gilt auch für ihn immer das Leistungsprinzip. Also ganz konkrete Frage, Sebastian, ist Castro als eher introvertierter Mensch die richtige Wahl? Das werden wir am Ende der Saison dann sehen. Sehr clever. Also ich denke, er kann sein, weil ich habe das Gefühl, dass die Kapitänsbinde an seinem Arm ihn nochmal so ein Stück weit beflügeln kann. Ich finde so gegen, in Rostock war er auch irgendwie auffälliger als sonst, als ob es jetzt an der Kapitänsbinde lag oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, das kann dazu führen, dass er ja wirklich besser wird, weil er ist jetzt halt, wie alt ist er, 32? 31, 32. Ja, so um den Dreh. Ich müsste jetzt auch googeln. Jenseits der 30, hat unfassbar viele Bundesligaspiele gemacht, aber war halt noch nie Kapitän in einem Team. Und vielleicht ist das auch so ein Ding, was ihn halt nochmal an sein Leistungsmaximum bringt. Könnte passieren. Natürlich kann es auch passieren, dass er als vermutlich introvertierter Mensch dann eher so ein Gentner 2.0 als Kapitän ist. Aber das muss die Saison zeigen. Aber ich finde jetzt die Wahl, ihn zum Kapitän zu ernennen, ist sicherlich nicht falsch. Ob sie die richtige ist, wird sich dann über die Spielzeit zeigen. Also an Gentner muss sie natürlich auch denken, als Castro zum Kapitän ernannt wurde. Und trotzdem erkennt man, glaube ich, schon auf dem Platz ein paar Unterschiede. Also du hast das Rostock-Spiel schon angesprochen. Ich persönlich, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, fand Castro jetzt nicht so überrangend, nicht schlecht oder so, aber er wurde, glaube ich, von den Stuttgarter Nachrichten zum Spieler des Spiels ernannt. Ja, überhaupt gar nicht. Er war sicherlich nicht überragend, aber er war auffällig, würde ich mal sagen. Auffällig, ohne auffällig gut zu sein, das meine ich. Ja, genau, darauf wollte ich nämlich zu sprechen kommen. Was man auf jeden Fall gesehen hat, ist, dass er wirklich einfach gecoacht hat, also mit den Spielern gesprochen hat. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also das ist ja etwas, das man gerade bei den Corona-Spielen dann oft hören konnte, eben, dass man wenig hört beim VfB Stuttgart, dass es wenig Anweisungen gibt, wenig Coaching. Und man sah dann zwar immer wieder Castro bei Matarazzo, übrigens Castro sah man auch ganz oft bei Weinzierl oder bei weiter weiß ich es jetzt gar nicht mehr so genau, aber ich kann mich noch an die Zeit unter Weinzierl erinnern, da war Castro auch immer mal wieder ein Ansprechpartner für ihn. Wahrscheinlich, weil der Einzige ist, der halbwegs die Taktik versteht, die Weinzierl da weitergegeben hat, weil der hat wirklich schon alles erlebt, Gonzalo Castro, aber das ist was anderes. Und zumindest in Rostock konnte man das erkennen, dass er da versucht, das Ganze so ein bisschen zu vermitteln, was Matarazzo vielleicht der ganzen Mannschaft mitteilen möchte. Also da sehe ich dann schon den Leader auf dem Platz und den Kommunikator auf dem Platz, den es unter Kempf dann vielleicht auch nicht so ganz gab. Wir haben das ja ein paar Mal hier thematisiert, dass man eigentlich nie das Gefühl hatte, dass Kempf, auch wenn er auf dem Platz stand, der Kapitän der Mannschaft ist, sondern du hast immer das Gefühl gehabt, dass Gommes, Badstuber, selbst Kobel einen höheren Status innerhalb der Mannschaft genießen, als eben Marc-Oliver Kempf. Und die Interviews, die er danach geben musste, die waren jetzt auch nicht immer so, sei mal, also da gab es bessere. So, ich möchte mich gar nicht so lang dran abarbeiten. Ist auch unfair dem Spieler dann vielleicht gegenüber, wenn er da seine Stärken eben nicht so sehr hat. Und ich glaube, da kann Castro unter Umständen dann vielleicht sich ein bisschen besser ausdrücken. Aber es ist halt auch keiner, der wie Kloos sich hinstellt und sagt, wir haben heute Kacke gespielt. Also der wird dann eher auch den Gentnerweg gehen und sagen in Mainz, da muss man nicht unbedingt gewinnen. Aber ich finde, bei Castro könnte es sein, dass er aufgrund der Bürde oder der Verantwortung des Kapitänsamts dann wirklich einmal mehr den Mund aufmacht, als er das sonst machen würde und sich dann vielleicht auch einmal öfter anbietet oder auch einmal öfter den Ball fordert oder sich dann freispielt oder freistellt halt. Und ich glaube, deswegen könnte ihm die Kapitänsbinde wirklich helfen, ihm helfen, dem VfB noch mehr zu helfen, indem er halt noch aktiver wird. Und ich finde, das hat man gegen Rostock oder in Rostock so ein bisschen gesehen, dass er sehr, sehr engagiert auf jeden Fall zu Werke ging. Und zum Thema Kempf kann man ja auch sagen, als dann Castro vom Feld ging, hat ja auch dann Kaminski die Binde übernommen. Und nicht Kempf, der ja auch nicht im von der Mannschaft gewählten Mannschaftsrat ist. Also insofern kann man sagen, Marc-Moliver Kempf ist, glaube ich, also ich mag ihn als Spieler, ich finde ihn cool, aber vermutlich ist er jetzt nicht unbedingt zum Kapitän geboren. Mannschaftsrat ist auch nochmal so ein Thema, können wir auch ganz kurz hier drüber sprechen. Also die Mannschaft wählte den Mannschaftsrat, der besteht aus Gonzalo Castro, Daniel Di Davi, Fabian Bredlow, Pascal Stenzel und eben Marcin Kaminski, wie von dir gerade schon angesprochen. Aber da muss man natürlich schon fragen, was heißt das für Marc-Oliver Kempf? Also das ist ja dann wirklich, also man muss, glaube ich, schon von einer Degradierung sprechen, wenn du vom Kapitän, also dann noch nicht mal einen Platz im Mannschaftsrat bekommst. Das finde ich schon interessant, um es mal so auszudrücken. Ja, ist für ihn sicherlich im Standing, so im Mannschaftsgefühl, ein bisschen schwierig. Er wurde damals von Walter zum Kapitän ernannt, oder? Genau, ja. Walter hat beschlossen, dass Marc-Oliver Kempf sein Käpt'n ist. Ja, dann kann man sagen, dass wenn man demokratisch irgendwie gewählt hätte, wäre Kempf vermutlich nicht Kapitän geworden. Ja, also er scheint dann tatsächlich so im Mannschaftsinternen Sympathie-Ranking jetzt zumindest mal keine Top-5 einzunehmen. Es sind die Mannschaftsabende. Also ich kann da nur noch mal Kass vor. Ja, er hätte mal Kegeln gehen sollen. Ja, statt zu Hause sich um die Frau kümmern, ja, und dann ein Kind in die Welt setzen. Und sein neugeborenes Kind, also wie kann er nur? Also furchtbar. Richtig. Da hätte er ruhig mal, weiß ich nicht, mit, ich weiß gar nicht, was man mit den Jungs so macht, also außer Playstation spielen, fällt mir wirklich nichts mehr ein mit dieser jüngeren Generation. Auf TikTok ein Video. Ja, ja, genau. Oder er hätte mal bei Kevin Großkreutz angerufen, wie es so am Wilhelmsplatz aussieht. Wobei der Mannschaftsrat, das ist ja auch auffällig, die werden sich wahrscheinlich noch mit so Problemen rumschlagen, wie wir das tun und sich wahrscheinlich in irgendwelchen Kneipen treffen, statt, weiß ich nicht, auf TikTok oder sonstigen Social Media. Und Doppelkopf spielen. Ja, genau. Denn das ist auffällig. Kein junger Spieler im Mannschaftsrat. Also gerade bei so einer jungen Mannschaft könnte man ja meinen, dass die ja auch ein Stück weit einen Vertreter brauchen. Ist das dann vielleicht auch noch mal ein Indiz dafür, dass vielleicht die jüngeren Spieler den VfB wirklich dann eher nur so als Durchgangsstation wahrnehmen und das Ding halt einfach mitmachen und aber sich jetzt nicht groß mit dem Ganzen ja identifizieren? Oder interpretiere ich da wieder ein Stück zu viel hinein? Ah, das, ja, ich glaube schon. Also so viel würde ich nicht rein interpretieren. Ich habe auch keine Ahnung. Jetzt frag mal einen Cissé oder einen ähnlichen jungen Spieler, was eine Mannschaftsrat ist, also in der jeweiligen Landessprache. Also das ist vielleicht auch schon irgendwie noch so ein relativ antiquiertes Instrument halt zur Hierarchie in der Mannschaft. Ich habe auch keine Ahnung, ob junge Spieler da überhaupt noch Interesse dran haben. Aber ich würde es nicht daraus ableiten, dass die jungen Spieler kein Interesse am VfB haben. Aber natürlich birgt das auch so ein gewisses Konfliktpotenzial. Also wenn es da nicht läuft, dann heißt es gleich wieder irgendwie, oh, die zwei Lager, die Alten und die Jungen. Klar, es ist jetzt kein wirklich junger Spieler drin, wobei ich glaube, Stenzel ist 25 oder so. Also es ist auch kein alter Spieler halt. Aber klar, da fehlt jetzt natürlich jemand im Mannschaftsrat, der irgendwie U20 ist oder 2021. Aber ob die es natürlich Bock drauf haben, dann die Kegelabende zu organisieren, ist eine andere Frage. Also insofern, da würde ich nicht zu viele rein interpretieren. Okay, dann haben wir das Thema, glaube ich, erschöpfend bearbeitet und kommen zu einer ganz aktuellen Lage, muss man sagen. Und zwar geht es um Fußballfans im Stadion. Das begleitet uns ja schon eben seit dem Corona-Neustart. Jetzt wird alles nochmal ein bisschen konkreter. Erstmal möchte ich damit anfangen, dass wir ja in Rostock was erlebt haben, was man wirklich jetzt hier in Deutschland schon ewig nicht mehr erlebt hat, nämlich Fans, Fangesänge und ein richtig lautes Stadion. Das hat der Gesundheitsminister Harry Glawe, der Gesundheitsminister von Mecklenburg-Vorpommern, in die Wege geleitet. Denn der erlaubte eben 7500 Zuschauer im Ostseestadion und in Rostock. Natürlich kein Alkohol, keine Gästefans. Wir kennen das alles. Nachverfolgbarkeit der Zuschauer und so weiter und so fort. Die Sportministerin Stefanie Drese sprach von einem wichtigen Schritt. Also kann man vielleicht jetzt auch noch darüber diskutieren, ob das das richtige Signal ist in der aktuellen Zeit. Man muss ja schon so ein bisschen die pandemische Situation berücksichtigen. Und wenn man dann die Zahlen zum Beispiel mit Anfang Mai vergleicht, dann erkennt man schon, dass wir auf einem ähnlichen Niveau aktuell sind. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, also damals ging es auf gar keinen Fall. Jetzt sagen wir, okay, wir brauchen jetzt das Zeichen, dass Zuschauer wieder zurückkehren ins Stadion und wir wollen das jetzt einfach probieren und durchsetzen. Das ist übrigens auch mein Eindruck. Man möchte das jetzt einfach, jetzt muss man es einfach mal probieren. Und wenn es nicht klappt, dann haben wir halt Pech gehabt. Das ist mein Eindruck. Die Ministerpräsidentin, Manuela Schwesig, twitterte, also sie war im Stadion, muss man dazu sagen, und twitterte dann, gute Stimmung beim DFB-Pokal in Rostock. Die Fans haben lange darauf gewartet. Ich freue mich, dass wieder mehr Zuschauer ins Stadion können. Es ist ein großer Schritt in Corona-Zeiten. Viel Erfolg, Hansa Rostock und so weiter und so fort. Und auf was ich jetzt die ganze Zeit hinleiten möchte, Sebastian, sind dann die Bilder, die wir in Rostock gesehen haben. Also zum einen war es schon cool, als man den Applaus hörte und die Fans haben ihre Hansa-Hymne da gesungen. Das war schon ein cooles Gefühl, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber als man dann eben die offensichtlich nicht eingehaltenen Abstandsregeln, die nicht getragenen Mund-Nasen-Masken im Fernsehen erkennen konnte, dann hat man sich schon gefragt, was geht hier eigentlich gerade ab? Und ist das eigentlich gut, was wir da gerade miterleben? Wie war denn dein Eindruck, als du zum ersten Mal nach langer Zeit wieder Fußballfans im Stadion, vor allen Dingen in dieser Menge, gesehen hast? Ja, das war schon komisch. Also ich hatte gedacht, wenn ich mal wieder eine Fußballübertragung sehe, mit Fans im Stadion und Fangesängen, nicht vom Band, sondern wirklich in echt, bin ich total begeistert. Aber es hat sich dann komplett komisch angefühlt, auf einmal wieder ein Stadion zu sehen, mit Menschen drin. Und ich glaube, wir werden da alle so ein kleines Corona-Trauma davon tragen. Ich habe das mit meiner Frau drüber unterhalten. Das ist ähnlich, wie wenn man irgendwie Filme aus den 50ern und 60ern sieht, weil alle Leute überall rauchen, wo man denkt, hey, was stimmt denn mit denen nicht? Und genauso ist es jetzt mit uns, nach den Zeiten des Social Distancing und überhaupt, wenn auf einmal wieder viele Leute auf einem Fleck sind, dass man denkt, hey, das ist doch falsch. Und so ging es mir ein bisschen mit den Fans im Rostocker Stadion auch. Aber ich finde, bei der ganzen Diskussion müssen wir eigentlich vorher mal als Disclaimer vorausschicken, dass, ich glaube, in ganz Mecklenburg-Vorpommern aktuell, ich glaube, ich habe heute geschaut, 42 Menschen mit Covid-19 infiziert sind. Also man kann da eigentlich sagen, in Mecklenburg-Vorpommern gibt es tatsächlich aktuell kein Corona. Und das ist natürlich auch so, muss man im Hinterkopf behalten, wenn man dann ein Stadion sieht, in dem dann 7500 Fans sieht. Und das andere, du hast schon angesprochen, dass Abstandsregeln nicht eingehalten wurden, dass viele Leute, die diesen Mund-Nasen-Schutz nicht getragen haben, den sie, glaube ich, offiziell auf dem Weg zu ihrem Platz hätten tragen müssen, auf dem Platz dann nicht mehr, weil man ja Abstand eigentlich zum Nebensitzer gehabt hätte. Ich bin auch der Meinung, egal ob jetzt Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Thüringen, Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Hamburg, also wenn jetzt die Stadien wieder geöffnet werden, da kommen wir später noch zu, ja, sie werden wieder geöffnet, ich glaube, das wird in keinem Stadion wirklich gut funktionieren. Also Hygienekonzepte und Stadionbesucher, das harmoniert einfach nicht. Und das hat man in Rostock dann auch gesehen. Du hast schon zitiert, die Ministerpräsidentin, die Frau Schwesig, hat es dann live aus dem Stadion per Twitter gefeiert. Aber ich habe heute gesehen, dass, glaube ich, dann der Rostocker, weiß ich nicht, Stadtpolitiker, Sozialsenator war das, der Sozialsenator war es, dass das irgendwie doch alles nicht so cool war, wie die Ministerpräsidentin das dann am Sonntag noch dargestellt hat. Also beim Sozialsenator handelt es sich um Steffen Bockhahn, der am Dienstag sagte, allen muss klar sein, dass ein solcher Verstoß, also da geht es eben um die nicht eingehaltenen Corona-Regeln, das nicht eingehaltene Hygienekonzept, dem Verein schadet und zu massiven Sanktionen führen wird, wenn es sich wiederholt. Wir hoffen, dass alle diesen Warnschuss verstehen. Und einen Warnschuss gibt es jetzt auch für die Rostocker. Und zwar dürfen beim nächsten Heimspiel der Rostocker weniger Zuschauer ins Stadion. Also nicht mehr die 7500. Ich weiß jetzt nicht, ob es dann 7400 sind oder so. Das muss man glaube ich noch abwarten. Also ich habe jetzt keine genaue Zahl gelesen, wie viel weniger ins Stadion dürfen. Von daher muss man da immer ein bisschen vorsichtiger sein. Ob das jetzt wirklich ein Warnschuss war oder einfach nur eine Platzpatrone oder sowas in der Art. Ja, aber was man auch noch sagen muss, es wurde sich ja viel darüber aufgeregt, was da so in Rostock zu sehen war. die Kameras haben wohl teilweise auch bewusst Bilder ausgewählt, die nicht ganz repräsentativ waren. Denn man konnte schon auch einige Rostocker oder in der Rostocker Twitter-Timeline Bilder finden, wo man schon gesehen hat, dass die Abstände eingehalten wurden. Und vor allem auf der Südtribüne, ich glaube, da sitzen dann die Hartgesottenen beziehungsweise die etwas, ja, das ist wahrscheinlich die Cannstatter Kurve von Rostock oder so. Da hat man diese Verstöße gesehen und da wurde natürlich dann auch gerne mit der Kamera reingehalten, weil ganz ehrlich, wen juckt denn jetzt irgendwie fünf sitzende Zuschauer, die sich nicht bewegen und mehr oder weniger nur das Spiel anschauen mit ihrem Bier in der Hand. Die wollen natürlich solche Bilder zeigen, die man dann auch gesehen hat mit den ausgebreiteten Schals und ja, einfach eine gewisse Enge, das will man ja dann vielleicht auch übertragen und vielleicht sind da die TV-Bilder auch ein bisschen, möchte ich mal jetzt zur Ehrenrettung der Rostocker sagen, ein bisschen irreführend gewesen. Also zumindest, wenn man die Rostocker Timeline durchflügt, findet man viele, viele Bilder, wo man genügend Abstand erkennt. Also diese drei oder vier Sitzplätze, die, glaube ich, ja, vorgesehen waren, das konnte man auch erkennen. Was mich zum Beispiel komplett irritiert hat, ist, dass man die Kurven, also zum Beispiel auch den Gästeblock, überhaupt nicht besetzt hat. Ja, weil man keine, das kann ich dir erklären, weil man keine Stehplätze zugelassen hat. Also da gibt es nur Stehplätze, die haben nicht, die haben nicht diese geile Technik wie wir in Stuttgart, dass man einfach mal die Sitzplätze unten hochholen kann, aus der Versenkung sozusagen, aus der alten Champions-League-Vergangenheit. Nein, man muss in Rostock dann praktisch diese Stehplätze freilassen, weil man die nicht kurzfristig zu Sitzplätzen funktionieren kann. Ja, das ist das Problem. Ja, es gab aber dann offensichtlich auch Bundesländer, wo das wieder möglich war, also Stehplätze anzubieten, da standen dann mehrere Ordner, die dafür gesorgt haben, dass die Abstände eingehalten werden. Also das Thema wird uns, denke ich mal, in den nächsten sechs Wochen beschäftigen, denn heute... Ja, ich wollte noch kurz einwerfen, bevor du jetzt zu den aktuellen News kommst, weil ich fand zum Beispiel, ich hatte dann gedacht, okay, wenn das in Rostock mit 7.500 schon so semi funktioniert, dann wird das in Dresden mit 10.000 vermutlich eine Komplettkatastrophe, aber jetzt so gefühlt, hat das in Dresden besser funktioniert, oder? Also ich habe von dem Spiel der Dresdner gegen Hamburg nur den Ausraster von Toni Leistner gesehen und selbst da hat sich ja der Dresden-Fan, bevor er den Toni Leistner vermutlich beschimpft hat, den Nasen-Mundschutz hochgezogen, das fand ich klasse. Ja, aber auch nur, weil er ein richtiger Ultra weiß, dass die Kameras immer auf ihn gerichtet sind und da wollte er einfach dafür sorgen, dass er nicht dann später ein Stadionverbot bekommt oder so. Ja, und dann habe ich noch ein Video gesehen, das Video, was man immer sieht, wenn es um Dresden geht, nämlich wenn sie diese Polonaise tanzen und gut, da wusste man glaube ich dann relativ schnell, dass das kein aktuelles Video ist. Hoffe ich jetzt einfach mal, ansonsten bin ich empört. Also deswegen kann ich dir gar nicht sagen, wie das in Dresden funktioniert hat. Ich gehe eh davon aus, dass du das einfach nicht so hinbekommst, dass sich 10.000 Menschen, die ins Stadion gehen, nicht irgendwie gefährlich nahe kommen. Also das wirst du einfach nicht hinbekommen. Davon gehe ich besser aus. Also egal, in welchem Bundesland das Stadion steht, wenn da 5.000 oder 10.000 Menschen drin sind, dann möchten sie sich gefährlich nahe kommen. Das ist ja. Deswegen müssen sie nicht verhindern kommen. Und du singst da, du hast es glaube ich auf Twitter auch geschrieben, da singen die und verteilen praktisch dann die Viren oder die Aerosole mit ihrem Schal, damit auch wirklich jeder davon was abbekommt. Jetzt müssen wir wirklich dann vielleicht auch mal ein bisschen abwarten, wie sich das alles entwickelt. Jetzt wäre interessant, wenn es eine Studie gegeben hätte nach diesem, ich nenne es mal Skandalspiel in Serbien, meine ich, war das. Als es ja dann, ich glaube ich Serbien oder war es in Kroatien, eine der ersten Länder, die dann wieder Spiele mit Zuschauern zugelassen haben. Da hieß es dann auch Mundschutz und Abstandsregeln. Und dann hat man die Meisterschaftsfeier gesehen, wie 20.000 Fans sich in den Armen lagen. Und da wäre es natürlich jetzt mal interessant gewesen, wenn es da eine Studie dazu gegeben hätte, wie viele Menschen haben sich denn wirklich angesteckt und wie hat sich der Virus verbreiten können in dieser Situation. Ich meine, da wird es jetzt, denke ich mal, auch Studien geben dazu und man wird dann relativ schnell sehen, ist das jetzt wirklich keine so große Gefahr, wie ja manche sagen. Also wenn man praktisch in einem offenen Raum ist, also ich denke, da muss man vieles einfach noch abwarten aktuell, ohne da jetzt direkt zu sagen, es geht oder es geht nicht. Also ich finde es halt grundsätzlich gefährlich und schwierig, vor allem, wenn du die aktuellen Zahlen siehst und du hast ja vorhin gesagt, Schleswig-Holstein, nee Quatsch, Mecklenburg-Vorpommern, da ist die Infektionszahl nicht allzu groß, aber trotzdem, man sieht es natürlich im Fernsehen. Aktuell sollten wir darauf achten, wirklich diese Abstände einzuhalten und die Maske zu tragen und ich sehe es halt dann bei meiner Tochter, die mich auch fragt, ob das Spiel von, also ob das live ist. Dann habe ich auch gesagt, ja, ist live und die war halt auch ein bisschen erschrocken darüber, dass der Stadion wieder voll ist und einen Tag später geht sie dann in die Schule und muss eine Maske tragen. Das ist natürlich dann auch, natürlich kann man das erklären, geschlossener Raum und dass das alles enger so ein bisschen ist, kann man erklären, aber dass man es dann wieder erklären muss, frage ich mich, ist das jetzt unbedingt nötig? Also man kann da unterschiedlicher Meinung sein, aber ich habe es ja gerade eben schon angedeutet, wir werden in den nächsten Wochen definitiv häufiger darüber diskutieren und dann auch bald wissen, wie gefährlich eigentlich so ein Stadionbesuch ist, denn sollte sich das Virus schneller und weiter verbreiten durch Öffnung der Stadien, dann werden wir das in den nächsten sechs Wochen definitiv bemerken, denn die Bundesländer einigten sich heute auf eine einheitliche Regel, die es Fußballfans ermöglichen soll, die Spiele wieder im Stadion zu verfolgen. Also die Stadien werden jetzt nicht voll gemacht, das Ganze wird wie folgt ablaufen, die Grenze der zugelassenen Fans soll demnach oberhalb einer Zahl von tausend Zuschauern und bei 20 Prozent der jeweiligen Stadionkapazität liegen. Hier in Stuttgart reden wir da von 10.000 bis 12.000 Zuschauer, würde ich mal so einfach aus dem Arm geschüttelt schätzen. Und das Ganze, wie gesagt, geht jetzt in den sechswöchigen Testbetrieb und dann wird man prüfen, wie diese Corona-Auflagen, die es geben wird, wie die eingehalten werden können. Und ich denke mal, man wird auch so ein bisschen verfolgen, wie sich das Infektionsgeschehen an den jeweiligen Orten entwickelt. Ja, fällt mir schwer, da jetzt eine Prognose abzugeben. Ich weise jetzt einfach mal auf Frankreich hin, die ja die Stadien auch schon vor langer Zeit geöffnet haben. Ob das jetzt, also die hochschießenden Zahlen in Frankreich, ob das jetzt automatisch was mit dem Fußballspielen zu tun hat, das weiß ich nicht. Und ich gehe auch ehrlich gesagt nicht davon aus, dass es nur was damit zu tun hat. Aber nochmal, es trägt halt auch nicht unbedingt dazu bei, dass die Abstandsregeln eingehalten werden, sondern es ist halt ein neues Risikofeld, das man öffnet. Und da stecken sich dann vielleicht im ganzen Stadion fünf Leute an, aber die fünf stecken halt dann wieder fünf weitere an. Und so funktioniert es dann halt einfach. Und ich bin weiterhin der Meinung, dass wir vielleicht noch ein bisschen Geduld haben sollten. Das ist jetzt erstmal ad acta gelegt, aber ein bisschen Geduld haben sollten. Und dann hätte man vielleicht jetzt in dem Jahr sagen sollen, komm, da finden die Spiele einfach ohne Zuschauer statt und ab 2021 probieren wir das Ganze. Ich für mich würde sagen, das wäre die bessere Wahl gewesen. Aber gut, vielleicht funktioniert es ja auch ganz gut. Wie ist denn deine Meinung jetzt zu diesem Testbetrieb? Ach, ich finde es schon ein bisschen schräg. Also in Deutschland und auch in den Nachbarländern steigen die Corona-Zahlen wieder und gleichzeitig scheinen die Bundesländer irgendwie so einen Wettbewerb zu fahren, wer zuerst am meisten öffnet und zulässt. Das kommt mir irgendwie seltsam vor. Also als der Spielplan veröffentlicht wurde, da haben wir gesagt, vielleicht können wir irgendwie am 34. Spieltag gegen Bielefeld wieder mit Zuschauern spielen. Und jetzt sieht es auf einmal so aus, als ob wir gegen Freiburg am ersten Spieltag wieder Zuschauer haben. Und das nicht, weil die Corona-Zahlen rapide sinken. Nee, sie steigen. Und also ich habe das Gefühl, jetzt ganz persönlich, man erklärt Corona quasi für beendet, weil man jetzt einfach wirtschaftliche Interessen über Menschenleben setzt. Die alte 10-Millionen-Euro-Regel ist das ja, glaube ich. Ein Menschenleben ist 10 Millionen Euro. Das habe ich mal gelesen. Nee, aber ist ja auch klar. Ich meine, was man halt im März, April gemacht hat und hat halt irgendwie alles, alle Läden dicht gemacht, das ist klar. Du kannst es halt volkswirtschaftlich nicht noch mal machen. Ja, und jetzt sagt man halt, okay, jetzt macht man halt dann vielleicht dann doch diesen viel zitierten schwedischen Weg, wo dann halt, ja, dann Geld irgendwie wichtiger ist als Menschenleben. Und dann ist es halt so. Und das ist irgendwie eine komische Entwicklung. Ja, vor allen Dingen, Sebastian, das Schlimme ist doch, dass wir uns jetzt alle monatelang zurückgehalten haben. Und jetzt auf einmal ist es mehr oder weniger egal. Also nicht ganz egal, aber jetzt öffnen wir langsam. Und da fragt man sich ja auch, diese ganzen Entbehrungen, die waren dann mehr oder weniger für den Arsch. Also wenn ich jetzt dann im Oktober oder November dann das Ganze nochmal mit voller Wucht zu spüren bekomme, diese ganze Pandemie. Ja, aber dann frage ich mich halt, was soll der Scheiß? Warum habe ich mich jetzt monatelang zurückhalten müssen und extrem einschränken sollen? Nur damit man jetzt langsam, aber sicher wieder alles öffnet und eigentlich genau weiß, dass man damit wahrscheinlich die Lage verschärfen wird. Das ist das, was mir nicht in den Kopf gehen möchte. Also ganz unabhängig jetzt auch vom Fußball. Da gibt es ja genügend andere Sachen, wo man einfach merkt, dass da jetzt so eine gewisse Müdigkeit eintritt und keiner hat mehr so richtig Bock auf die Sache. Und es wird jetzt einfach, es wird einfach gemacht. Also wir öffnen jetzt die Stadien, wir öffnen dann als nächstes, ich weiß gar nicht, ob die Kinos schon wieder offen haben, aber das kommt dann wahrscheinlich als nächstes. Ja klar, haben die Kinos schon wieder offen. Ach, haben schon wieder offen, okay, alles klar. Und man achtet auch allgemein nicht mehr so sehr darauf, ob jetzt wirklich jeder seinen Mund-Nasenschutz über Mund und Nase trägt. Das ist etwas, das kann ich irgendwo, also vielleicht bin ich da auch einfach ein komischer Mensch, aber das kotzt mich an. Muss ich einfach so sagen, wie es ist. Wenn ich in einen Laden gehe, in Lidl, und da rennt einer mit seiner zwei Scheißmaske unter der Nase rum, da könnte ich direkt ausflippen. Also das verstehe ich nicht. Am liebsten würde ich ihm das Klopapier-Päckchen in die Fresse hauen, weil das war wahrscheinlich der Erste, der damals 15 Päckchen eingeladen hat. Absolut, ja. Das ist ein anderes Thema. Sorry, ich soll ja hier um Fußball gehen. Nee, alles gut, ja. Nee, also ich finde es gerade relativ spannend. Also du hast halt nach wie vor irgendwie die Infektionszahlen, die da reingespült werden, die sinken nicht. Und trotzdem wird jetzt irgendwie da alles geöffnet, während dann andere Länder um dich rum dann wieder irgendwie nah am Lockdown sind. Also es bleibt definitiv spannend. Und natürlich sehe ich schon auch den Konflikt. Also einerseits sagst du, es macht Sinn, die Beschränkungen, die Corona-bedingten Beschränkungen lokal zu definieren. Natürlich, wenn du in Mecklenburg-Vorpommern kaum Corona-Fälle hast, aber in Baden-Württemberg total viele, dann macht es absolut Sinn, in Mecklenburg-Vorpommern Zuschauer zuzulassen und in Baden-Württemberg halt nicht. Aber wenn du dann halt wieder an die zweite, erste und dritte Liga denkst und du willst halt einen fairen Wettbewerb haben, dann kann es ja nicht sein, dass jetzt RB Leipzig Woche für Woche vor 10.000 Zuschauern spielt und VfB Freiburg-Hoffenheim Woche für Woche für Null-Zuschauern spielen. Das kann es ja auch nicht sein. Und ich glaube, den Konflikt kannst du ja nicht lösen. Insofern musst du jetzt irgendwie eine Entscheidung treffen und die Entscheidung ist jetzt heute getroffen worden, zumindest mal für sechs Wochen, zugunsten der Kohle, hätte ich jetzt mal gesagt, zugunsten der gesundheitlichen Sicherheit. Übrigens auch noch ein paar. Sonst hätte es sagen müssen, okay, wir machen jetzt bis zum 10. Spieltag keine Zuschauer in keinem Stadion. Auch noch ein Thema, das wir jetzt gar nicht großartig thematisiert haben. Ich will es jetzt auch nicht komplett aufräumen, aber dass der VfB auswärts vor 7.500 Zuschauern spielen muss im DFB-Pokal und zum Beispiel Leverkusen das Heimrecht tauscht und dann vor 400 Zuschauern den unterklassigen Gegner entfängt und somit dann deutlichen Vorteil hat in der ersten Runde. Sowas wird auch einfach hingenommen. Also dieses Wettbewerbsverzerrungsding, das ist auch etwas, das wird einfach immer so klein geredet, habe ich das Gefühl. Also das kommt immer mal ganz kurz so auf, das wird auch mal thematisiert, aber im Endeffekt wird sofort dann gesagt, ja, 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 jetzt kommst du hier wieder mit Wettbewerbsverzerrung, hör doch auf. Aber letzten Endes ist es genau das. Genau, ich hatte jetzt im Pokal ein kleines Problem mit, aber ich hätte tatsächlich im Liga-Problem ein großes Problem damit. Absolut. Wenn manche Klubs halt wirklich alle zwei Wochen vor Tausenden von Heimfans spielen können, während andere Klubs halt wirklich vor leerem Haus spielen müssen. Jetzt im Pokal fand ich es auch schon schwierig, gerade, du hast es angesprochen, dieser Tausch des Heimrechts, dass halt irgendwie alle oberklassigen Klubs ihre Auswärtsspiele zu Hause dann bestritten haben, während der VfB dann echt vor siebeneinhalb Tausend antreten muss. Das ist nicht okay. Ich meine, aufgrund der Hygienekonzepte macht das ja schon durchaus Sinn, weil was bringt das jetzt Oberneuland oder so, wenn sie das Heimrecht behalten und die Einnahmen, die sie haben, also nicht durch Zuschauer, sondern durch TV oder was weiß ich, Sponsoreinnahmen oder so, dann direkt ins Hygienekonzept stecken müssen. Also, wie das dann genau abläuft, ob der DFB da auch noch unter die Arme greift und so, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, aber trotzdem kann ich schon nachvollziehen, dass man es halt eben dreht, um die kleineren Vereine dann zu entlasten, aber das konterkarriert natürlich diesen ganzen Wettbewerb ein Stück weit. Also, diese erste Runde, muss man sagen, hat man sich bis auf weniger Ausnahmen eigentlich schenken können, weil es gab halt dann die erwartenden Ergebnisse, auch in erwartbarer Höhe und weniger diese wirklich ganz großen Überraschungen. Es gab zwei welche, gar keine Frage, es war auch bei dem einen oder anderen Verein knapp, aber ja, es war jetzt keine klassische erste Pokalrunde, muss man sagen. Und dann sind wir eigentlich schon beim Thema, also nach unserem kleinen Intro hier sind wir jetzt wirklich beim Spiel angekommen. Jetzt geht es um das erste Pflichtspiel des VfB Stuttgart, aber ich kann euch schon beruhigen, das wird jetzt hier keine Tiefenanalyse, sondern eher etwas oberflächlicher. Warum habe ich mich dafür entschieden? Ganz einfach, grob gesagt, war das das klassische Spiel, das wir eigentlich in den letzten Monaten in der zweiten Liga fast wöchentlich erlebt haben, bis auf wenige Ausnahmen. Der VfB im Ballbesitz muss das Spiel machen, der Gegner wirft im Endeffekt alles, was sie haben, in die Waagschale, kämpfen und reißen sich den Arsch auf, versuchen dem VfB das Leben so schwer wie möglich zu machen. Am Ende geht in dem Fall aber der VfB als Sieger hervor. Ich habe auf Twitter geschrieben, 2019, 2020 hätten wir das Spiel wahrscheinlich 1-0 verloren. Lass uns so ein bisschen über das Spiel sprechen, Sebastian. Verletzungsproblematik haben wir schon thematisiert, dementsprechend gab es, glaube ich, auch für dich keine große Überraschung in der Startelf. Vielleicht Massimo, dass der dann direkt wirklich vom Lazarett sozusagen in die Startelf rutschte. Stenzels Vaterglück haben wir auch so nicht kommen sehen. Der fehlte aufgrund, ja, ich glaube, der Geburt eines Sohnes. Ich meine, ich habe Sohnen hinter dem Kopf. Das weiß ich nicht. Okay, dann habe ich es wahrscheinlich mir jetzt gerade ausgedacht. Er wurde auf jeden Fall Vater, das können wir festhalten. Ja, aber von der Startelf an sich warst du wahrscheinlich jetzt auch nicht besonders überrascht. Hast ungefähr damit recht. Also, Massimo hat mich schon sehr überrascht. Vor allen Dingen, weil der Materazzo, ich weiß nicht, ob er das jetzt, ob er da irgendwie dann den Gegner auf eine falsche Fährte locken wollte oder ob er das wirklich so offenherzig gesagt hat, als er sagte, dass Massimo halt irgendwie auch nur Luft für 60 bis 70 Minuten hat. dass da zum Beispiel dann nicht ein Churlinov spielt, das hat mich schon ein bisschen verwundert. Also, ich fand es cool, Massimo von Anfang an zu sehen. Aber das war dann auch die einzige Überraschung. Aber ich hätte wirklich gedacht, er nimmt vielleicht dann Castro auf links. Aber nö, es kam Massimo und ja, es war okay. Es war okay. Defensiv, mit Sicherheit ausbaufähig. Also, da bin ich immer noch Ja, aber auf beiden Seiten. Ja, er ist schon robust in seinem Zweikampfverhalten. Ich meine, dass es unter Walter, als er da zum ersten Mal getestet wurde, auch noch einen Ticken härter war und Durchsetzung stärker. Vielleicht ist er auch ein bisschen zurückhaltend aufgrund seiner Verletzung, weiß ich nicht genau. Nach vorne hin fand ich es eigentlich ganz okay. Hat gute Pässe gespielt, hohe Passquote, weit über 90 Prozent, also 95 Prozent oder so. Das war echt gut. Ja, und sie hat vor allem auch was zugetraut. Genau. Das eine oder andere vermasselte Dribbling, aber man darf ja nicht vergessen, er ist ja der, der nach seinen zwei Fehlern gegen Holstein Kiel, fast glaube ich, ja wirklich komplett in der Versenkung verschwunden ist. Von Holger Badstuber aus der Mannschaft geschmissen wurde. Ja, genau. Und er war ja, für Wochen war er weg und jetzt ist er auf einmal wieder drin und in der Startelf und dann, ja, traut er sich jetzt auch wieder Übersteiger, die dann vielleicht nicht funktionieren, aber er traut sie sich und das fand ich wirklich total positiv. Also wo ich denke, an dem können wir in der kommenden Spielzeit wirklich noch viel Freude haben. Ja, also ich sag mal so, ich bin immer noch irgendwie unentschlossen, was Massimo angeht. Also man erkennt immer wieder das Potenzial, das er hat. Gar keine Frage, du siehst den spielen und denkst so, ja, der hat das Tempo, der hat die Kreativität. Also eigentlich hat er vieles, was du brauchst, um heutzutage ein erfolgreicher Bundesligaspieler zu werden. Aber dann merkst du in manchen Situationen, dass er dann doch etwas, also dann fehlt so, ich nenne es einfach mal der Killerinstinkt oder so, also die Zielstrebigkeit. Könnte man vielleicht besser sagen dazu. Das fehlt mir dann in manchen Momenten und er wirkt dann, ja, wie soll man sagen, also manchmal wie so ein Schüler, der da auf dem Platz rumturnt. Also wie so ein, ich weiß nicht, U19-Spieler, obwohl er ja dann doch schon ein bisschen älter ist und auch mehr Erfahrung hat. Also ich meine, der ist 20 jetzt. Also der könnte theoretisch wahrscheinlich sogar noch U19 spielen, aber er hat halt deutlich mehr Erfahrung und hat in der zweiten Liga Spiele absolviert, hat einige Profispiele jetzt schon absolviert, aber trotzdem irgendwie, ja, warte ich so auf den nächsten Schritt, muss ich sagen. Aber vielleicht bin ich da jetzt auch zu hart mit meiner, mit meinem Fazit, weil er natürlich nach einer langen Verletzungspause und vielen Wochen ohne Pflichtspieleinsatz vielleicht gar nicht diese Härte haben kann, die ich jetzt von ihm so ein Stück weit einfordere. Vielleicht kommt das einfach noch im Laufe der Saison. Lass mich noch einen Satz über die Rostocker verlieren, muss man auch kurz sagen, also um die mal so ein bisschen einschätzen zu können. Man hört ja immer Drittligist und denkt dann, ja, das muss ja einfach locker von der Hand gehen, aber ich bin der Meinung, die Rostocker haben definitiv eine Defensive auf Zweitliga-Niveau, haben einen richtig starken Torhüter mit Markus Kohlke, der hat das auch gegen den WfB gezeigt, mit fünf hervorragenden Paraden. Dazu kommen noch drei Schüsse, die er von innerhalb, also drei Schüsse, die von innerhalb des Strafraums abgegeben wurden, die er gehalten hat. Auch das ist heraushebenswert und insgesamt hat er in der letzten, in der abgelaufenen Saison nur 43 Gegentore bekommen. Auch das ist nicht so schlecht. Also da hat man schon einen richtig, richtig guten. Das Problem der Rostocker ist definitiv die Offensive. Da fehlt es so ein Stück weit an Qualität und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum die Rostocker, ich glaube jetzt dreimal in Folge Sechster geworden sind in der dritten Liga, aber eigentlich gerne aufsteigen wollten und auch in dem Jahr wieder so ein paar Ansprüche anmelden, in die zweite Liga aufsteigen zu wollen, aber ich bin der Meinung, defensiv, ja, da könnte es klappen, aber offensiv fehlt es einfach an Qualität, um einfach mal so ein bisschen einzuschätzen, mit wem wir es hier zu tun hatten, denn ich fand, so konnte man es dann auch auf dem Platz beobachten. Also der VfB war über 90 Minuten das bessere Team, 17 Mal schoss man aufs gegnerische Tor, defensiv ließ man vor allem in den letzten 20 Spielminuten aus meiner Sicht zu viel zu, sagen wir mal, so dass die Rostocker dann am Ende auf sieben Abschüsse oder so kamen. Wie war jetzt dein Eindruck vom ersten Pflichtspiel, Sebastian, fehlte da vor allem dann in der Halbzeit 2 die Balance im Spiel des VfB, also was würdest du jetzt sagen, wie gehst du aus dem Spiel raus, welche Erkenntnisse hast du gewonnen? Also ich muss sagen, ich war nach 45 Minuten total begeistert, weil normalerweise, wenn der VfB im Pokal gegen einen Drittligisten spielt, was ja die letzten zwei Jahre auch schon so war, dann geht der VfB rein, also nach meinem Empfinden, und ist sich dessen bewusst, dass er zwei Klassen oder eine Klasse im letzten Jahr besser ist und ist dann immer komplett überrascht, wie körperlich dann der Gegner zur Sache geht und lässt sich dann wirklich den Schneid abkaufen. Und das war am Sonntag überhaupt nicht der Fall. Also das Team von Matarazzo war von der ersten Sekunde an wirklich im Spiel. Die waren präsent, die waren konzentriert, die haben auch körperlich dagegen gehalten, die haben sich wirklich von dem harten Spiel der Rostocker nicht den Schneid abkaufen lassen, sondern haben dagegen gehalten. Da war ich total begeistert. Und sie haben sich Chancen rausgespielt, viele Chancen, haben halt dann kurz vor der Halbzeit das Tor gemacht. Es hätten vermutlich eher 2-3 sein müssen, wenn man die Chancen effizient nutzt. Und ich war zur Halbzeit wirklich komplett zufrieden, also mit dem Auftritt vom VfB. In der zweiten Halbzeit hatte ich dann so ein bisschen den Eindruck, als ob Rostock abbauen würde. Also da dachte ich, okay, die haben vielleicht wirklich in der ersten Halbzeit alles reingeworfen, was sie haben. Und dachte, wenn der VfB jetzt das 2-0 macht, dann ist das Ding halt wirklich safe. Ja, dann sind wir durch. Und dann, ja, hat der VfB auch nachgelassen, wollte vielleicht dann verwalten und hat dann Rostock dann zurück ins Spiel geholt. Hat echt dann zu wenig dagegen gehalten. Ja, und dann kam halt noch dieser Killerpass von Endo leider in die falsche Richtung. Und noch die andere Großchance der Rostocker. Und dann waren auch die 7.500 im Ostseestadion wieder da. Und dann gegen Ende war es dann echt so eine Zitternummer halt. Also ich gebe dir da recht, der VfB war über 90 Minuten die bessere Mannschaft. Aber wenn Rostock so ein bisschen, bisschen kaltblütiger im Abschluss ist, dann machen die ihr Tor halt noch. Also sei es halt wirklich durch den Endo-Fehlpass oder dann gab es noch diese eine Flanke da von links, die man dann auch wirklich verwandeln kann. Also da waren echt noch Chancen zum Ausgleich da. Also ich fand die erste Halbzeit vom VfB, wie gesagt, richtig gut. Die zweite war mir dann irgendwie, ja, zu lasch einfach. Also da hätte man einfach den Rostockern das 2-0 einschenken müssen und dann wäre das Ding durch gewesen, hat man nicht geschafft und hinten raus war es dann echt wieder ein bisschen wackelig. Ja, man hatte das Gefühl, dass die Rostocker in die zweite Halbzeit gingen mit dem, mit den Gedanken, dass das Ding ja eigentlich gelaufen sei. Also nach dem Früh oder nach dem Tor vom VfB in der zweiten Halbzeit, in der ersten Halbzeit, gegen Ende der ersten Halbzeit, so jetzt haben wir es ganz konkret hier, wirkten die Rostocker auf mich so wie, ja, das Ding ist durch. Und dann hat der VfB eigentlich dafür gesorgt, dass die Rostocker wieder zurückkamen. Zum einen natürlich der Endo-Fehlpass, den wir vielleicht nachher ganz kurz nochmal ansprechen werden, aber auch durch das eigene Auftreten. Also es wirkte nicht mehr so zielstrebig, es wirkte eben nicht mehr so, als ob man alles dagegen setzt jetzt. Ja, es war dann einfach nicht mehr diese 100%, die man dann auch in Rostock braucht, um, ich sag mal, souverän weiterzukommen. Aber was du angesprochen hast, die Härte, die der VfB hier eher angenommen hat, als in den zurückliegenden Jahren, die habe ich auch nochmal statistisch so ein bisschen hinterlegen können. Und zwar, man merkte ja grundsätzlich, dass die Rostocker ähnlich aufgetreten sind, wie viele Zweitliga-Gegner in der abgelaufenen Saison gegen den VfB. Also man setzt auf Zweikampfherte, das zeigt dann eben auch eine Statistik wie 19 zu 10 Fouls für die Rostocker und auf Laufbereitschaft. Oft wurden Stuttgarter Offensivspieler gedoppelt. Das war einfach auffällig, dass man sich da offensichtlich gedacht hat, wenn der Silas am Ball ist, dann schicke ich auf jeden Fall mal zwei hin. Und der Neidhardt zum Beispiel fand ich, hat das auch wirklich gut gemacht, obwohl Silas eine gute Partie abgeliefert hat, hat der Neidhardt jetzt keine schlechte gemacht. Das war der Gegenspieler auf Rostocker Seite für Silas. Trotzdem fand ich, dass der VfB teilweise, also sagen wir es anders, in der zweiten Halbzeit damit überfordert war. Ja, also gerade dann nicht einen Weg fand, wieder diese, oder in diese Intensität, in diese Intensität zurückzufinden, die sie in der ersten Halbzeit hatten. Also versteht man das ungefähr, was ich meine? Ich fand, in der ersten Halbzeit war genau alles so, wie du es beschrieben hast. Der VfB nimmt die Härte an, versucht wirklich dagegen zu halten und in der zweiten Halbzeit hat man dann so ein bisschen nachgelassen und fand dann keinen Weg zurück, einfach wieder diese, diese Zweikämpfe so anzunehmen, wie das noch in der ersten Halbzeit war. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ob das vielleicht nicht für die Bundesliga ein Problem werden könnte. Ja, also siehst du da vielleicht dann auch in Sachen Physis ein Problem, auf den VfB zu kommen? Weil du hast halt auch viele junge Spieler, die vielleicht noch nicht so daherkommen, wie dann eben die Erfahrenen, von denen wir ja vorhin schon gesprochen haben. Nee, in der Physis sehe ich das Problem nicht. Für mich war es eher so ein Konzentrationsproblem einfach. Ich glaube, die haben gedacht, okay, wir führen jetzt halt 1-0 und das bringen wir nach Hause gegen den Drittligisten und dann wurde es halt schlampig. Und klar, in der Bundesliga, da ist dann halt nach diesem Katastrophenpass von Endo, kassierst du das 1-1 in den meisten Fällen und dann kriegst du noch das 1-2 oder das 2-1 und dann ist es halt durch. Also, ich glaube, es war ein guter Härtetest einfach. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Also das, was, die Frage, die sich mir auch noch aufdringt, ist halt, von wem geht das jetzt aus? Also ein Stück weit könnte man jetzt sagen, zu dem Zeitpunkt, als der VfB es ein bisschen nachgelassen hat, wären eigentlich die erfahrenen Spieler, die ja auch auf dem Platz standen, gefragt gewesen, ja, dass das, den jungen Spielern zu vermitteln, dass es hier noch nicht, dass es eben noch nicht durch ist, ja, dass wir noch, weiß ich nicht, 30, 45 Minuten, oder ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt, das dann wirklich bemerkbar war auf dem Platz, durchhalten müssen. Und das passierte ja offensichtlich nicht, oder ob es dann eher die älteren Spieler sind, die so ein Stück weit rausgenommen haben, die Frage drängt sich mir halt auch noch ein Stück weit auf. Warum? Weil Hitzesberger was gesagt hat nach dem Spiel, was mich zum Denken angeregt hat, nämlich er meinte, wir waren zu lange am Ball, statt einfach zu spielen, da bezieht er sich mit Sicherheit auf die zweite Halbzeit, einige wollten das zweite und dritte Tor machen, andere verwalten. Es gab unterschiedliche Ideen, sagt Thomas Hitzesberger. Ja, das klingt ja schon danach, als ob da zwei Herzen sozusagen in der Brust des VfB-Spiels schlugen, zumindest in der zweiten Halbzeit. Aber das klingt für mich dann auch vor allem danach, dass es keine klare Ansage gab, was du machen willst. Genau, und das ist jetzt meine Frage. Von wem geht das aus? Mit 1 zu 0 nach Hause fahren oder willst du halt 3 zu 0 gewinnen? Und das war ja schon eklatant. Du hast ja in der zweiten Halbzeit gesehen, Rostock hat gedrückt und der VfB, der hatte ja unfassbar große Räume zum Kontern und sie haben sie halt wahnsinnig schlecht genutzt. Da kam halt kein Pass mehr dahin, wo er hinkommen muss und das war eklatant einfach. Und das scheint ja schon noch ein grundsätzliches Problem zu sein, dass die Mannschaft nicht wusste, wollen wir jetzt das 1 zu 0 verteidigen oder wollen wir das 2 zu 0 schießen? Und wenn das sogar der CEO dann sagt, dann muss man da ja wirklich dann auch daran arbeiten, dass man der Mannschaft vielleicht in der Halbzeit sagt, was sie wirklich machen soll. Insgesamt muss man trotzdem sagen, wirkte das Stuttgarter Spiel facettenreicher als in der Zweitligasaison. Also jetzt muss man vielleicht auch so fair sein und so ein bisschen die Testspiele mit einbeziehen. Also gegen Rostock fand ich in der ersten Halbzeit relativ facettenreich, aber ich möchte trotzdem dann auch noch so ein bisschen die Testspiele, die wir zuletzt gesehen haben, berücksichtigen. Also mir gefällt der Mix aus Kurzpassspiel, lange Bälle, Seitenverlagerungen. Das hat man vor allem in den Testspielen gesehen. Ja, also im besten Fall geht es dann über eine Zwischenstation hintenrum, alles relativ schnell und dadurch, dass oft die Gegner sehr kompakt stehen und eben das Spielfeld nicht breit machen, hast du dann einen relativ großen Raumgewinn. Jetzt gegen Rostock hat man das nicht so oft gesehen, weil die Rostocker natürlich mit einer anderen Taktik angedrehten sind gegen den VfB, aber ich glaube, dass wir das in der Bundesliga häufiger sehen werden. Das könnte interessant sein. Und was ich auch ansprechen möchte, ist die Steil-Klatsch-Kombination, die man häufiger mal gesehen hat. Also gerade, wenn du vorne einen Kalajic drin hast, ist das glaube ich echt eine Stärke von ihm, dass er da angespielt werden kann, den Ball klatschen lassen kann und vor allen Dingen dann auch aufgrund seiner Größe, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, einige Kopfballduelle gewinnen kann. Also das möchte ich hier nicht unerwähnt lassen. Also es war nicht wieder alles schlecht beim VfB, bevor das dann nachher wieder in den Kommentaren auftaucht zur Sendung. Ihr redet immer alles schlecht. Nein, also es gab einfach da schon eine Entwicklung, eine Weiterentwicklung im Vergleich der Zweitliga-Saison. Auch die Dribblings fand ich gut, die gezeigt wurden. Silas ist natürlich da immer ganz weit vorne. Massimo hat es ein paar Mal versucht, die Davi und auch Mangala hat einige Dribblings angesetzt. Also es sieht im Großen und Ganzen danach aus, als könne sich jetzt der Gegner nicht auf ein taktisches Konzept vorbereiten, das der VfB spielt. Auch wenn du jetzt noch das Pressing-Verhalten mit reinnimmst, das VfB-Stücker, das variiert ja auch stark. Also selbst wenn man sich das Spiel zwei, dreimal anschaut, kommt man, also ich zumindest, immer mal wieder zu anderen Rückschlüssen. Also man denkt, okay, jetzt hat man verstanden, wie das Pressing-Verhalten des VfB funktioniert, aber irgendwie hat man es dann doch nie ganz so kapiert. Also zumindest ich nicht, muss ich dazu sagen. Also einerseits ist das natürlich eine Stärke des Teams, andererseits kann sowas auch zu Abstimmungsproblemen führen. Könnte man jetzt die Frage stellen, geht Matarazzo mit dieser Herangehensweise ein zu großes Risiko ein? Dass man da so viele Facetten mit reinbringt, also in allen möglichen Bereichen, offensiv, defensiv? Ich würde sagen, dass jetzt auch wieder das berühmte, wenn es die Mannschaft nicht überfordert, dann kann man es ja wirklich probieren und dann gucken, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut und dann ein bisschen aussieben. Aber also ich hatte jetzt gegen Rostock zumindest nicht das Gefühl, dass sich die Mannschaft irgendwie von den Trainervorgaben taktisch überfordert. fühlt. Also ich fand das gut. Also haben alle einen guten Job gemacht, denke ich. Alle einen guten Job. Und was wir auch noch besprechen müssen, was ja vielleicht ein bisschen überraschend war, Castro agierte zusammen mit Idavi sehr offensiv, war auch an zwei guten Szenen beteiligt, zum Beispiel als er zu Beginn der ersten Halbzeit Mangala den Ball auflegte und dessen Schuss dann stark von Kohlke gehalten wurde. Wie gefällt dir diese neue Rolle von Castro? Muss man ja schon so sagen, das ist ja eigentlich erstmal ungewohnt für uns, so als offensiver Achter, fast schon als Zehner? Ne, also ich fand ihn auch gut, war sehr präsent, hat viele schlaue Pässe gespielt. Er ist dann oft aber auch in so eine Situation gekommen, wo er dann irgendwie durch Pässe oder mit Pässen geschickt wurde, hat die dann auch bekommen, aber ihm fehlt dann halt auch wirklich so ein bisschen das Tempo und die Dynamik, um daraus halt dann direkt eine Torchance zu entwickeln. Und dann gibt es da nochmal so eine Zwischenstation, er passt nochmal in die Mitte und so weiter. Da fehlt ihm halt einfach das Tempo. Aber grundsätzlich, er bekommt die Welle, er kann sie verarbeiten, er kann daraus neue Situationen kreieren. Also mir hat Castro wirklich gut gefallen. Und ich hatte es schon eben gesagt, ich weiß nicht, ob es an der Kapitänsbinde liegt, aber er war präsenter als in vielen Spielen, hat sich öfter angeboten, war lauter auf dem Platz, hat Kommandos gegeben, hat mir schon gut gefallen. Ja, ich fand ihn jetzt auch nicht schlecht. Mir hat so ein Stück weit, ja, ich fand ihn in den Zweikämpfen nicht immer ganz so glücklich. Vielleicht lag es dann auch wirklich daran, dass er lange Wege gehen musste, dass er oft sprinten musste, dass es dann nicht mehr so ganz gereicht hat von der Kondition her, weiß ich nicht. Aber ich fand ihn in den Zweikämpfen nicht so gut wie, ja, wenn er dann ein bisschen defensiver eingesetzt wird. Aber mit Sicherheit hat das damit zu tun, dass er halt dann, ja, einfach ein bisschen ausgepumpter war. Aber ansonsten hat es ganz gut funktioniert, glaube ich, gegen Hansa Rostock. Ich weiß nur nicht, ob ich Gonzalo Castro in dieser Rolle in der Bundesliga sehen möchte. Muss ich jetzt einfach mal abwarten. Also ich kann es mir momentan nicht vorstellen, weil ich einfach davon ausgehe, dass er ständig abgelaufen wird und Bälle nicht erreichen kann. Und dann, wie gesagt, auch in die Situation kommt, er sprintet da hinterher, kommt vielleicht an den Ball, aber muss dann erst mal fünf Luftzüge holen. Da ist der Ball dann schon wieder auf der anderen Seite. Ist natürlich jetzt alles ein bisschen gemein von mir, weiß ich schon. Aber so ganz überzeugt, ja, als wirklich, als so verkappter Zehner von Castro bin ich bislang noch nicht. Diese offensive Achterrolle oder wenn er sich dann so als, oder abwechselt als linker Mittelfeldspieler, dann mal offensive Acht, mal Acht, manchmal lässt er sich ja noch ein Stück weit zurückfallen, ist fast schon ein Sechser. Da fand ich ihn ein bisschen besser, muss ich sagen. Aber nichtsdestotrotz ist das ein anderer Castro als noch in seiner ersten Saison, als er ja komplett unterging. Also da ist ja nichts mehr von ihm gesehen. Und ich fand das jetzt auch in dem Spiel nicht mehr ganz so schlimm, wie es oft schon war mit Castro, dass er sich dem Spielniveau anpasste. Also umso schlechter das Spiel wurde, umso schlechter wurde Gonzalo Castro, aber dann auch andersrum. Umso besser das Spiel wurde, umso besser wurde Gonzalo Castro. Ich fand es jetzt in dem Fall eigentlich schon, dass man von ihm gemerkt hat, dass er immer noch so einen kreativen Impuls setzen möchte. Gerade dann, als es diese großen Räume gab, des VfB, war er immer wieder ein Spieler, den du schicken konntest. Das ist ja auch zumindest mal so ansatzweise eine Qualität. Also ob du dann natürlich auch was Vernünftiges mit dem erreichten Ball anzufangen weißt, ist das Nächste. Aber es war ein Spieler, der sich dann oft angeboten hat und auch die Räume gesucht hat, die sich geboten haben. Also das muss man schon lobend erwähnen. Ich habe gerade über die verschiedenen Facetten gesprochen, die der VfB jetzt im Offensivspiel vor allem zeigt. Und einen müssen wir vielleicht noch kurz erwähnen, der eigentlich eine gute Vorbereitung gespielt hat, nämlich Philipp Klement. Und mit ihm könnte der VfB noch eine weitere wichtige Facette im Offensivspiel hinzufügen. Und zwar sind das gute Standards. Denn aus meiner Sicht konnte man schon erkennen, dass die Davi und Castros Ecken dann doch eher an die schlimme Standardphase 18, 19 erinnert. Als man als VfB, wenn wirklich bei jeder Ecke einfach nur froh war, wenn der VfB anschließend kein Kontertor gefangen hat. Also das könnte auch noch eine Überlegung sein, dass du eben dann durch Standards mehr Chancen kreierst und überhaupt dann erstmal zu Chancen kommst. Also es ist halt die Frage, wo passt jetzt Klement noch rein und wen lässt du für Klement draußen? Aber ein bisschen schade fand ich, dass Klement erst sehr, sehr spät ins Spiel kam. Also vielleicht mal grundsätzlich als Frage, wie schätzt du Clemens Vorbereitung ein und wo siehst du ihn aktuell so im Team-Ranking? Ah, schwierig. Also ich sehe ihn eher nicht in der Startelf aktuell. Weil es ist auch niemand, der in der Bundesliga schon gezeigt hat, dass er es irgendwie drauf hat. Und ich glaube, deswegen wird Matarazzo eher auf die Davi setzen. Aber ja, klar, die Standards waren gut, aber ich meine, wir reden jetzt noch immer über das Spiel gegen Rostock, als ob es das erste Saisonspiel in der Liga gewesen wäre. Aber der VfB hat ja tatsächlich gegen den Drittligisten gespielt. Und wir wissen natürlich, nach einer Niederlage im ersten Jahr und einem knappen Sieg im zweiten Jahr und jetzt einem knappen Sieg im dritten Jahr, wissen wir, dass ein Pokal-Erstrundspiel zum Auftakt der Saison gegen Rostock jetzt nicht unbedingt das typische Spiel gegen den Drittligisten ist, sondern schon ein echter Härtetest. Aber ich bin trotzdem ja sehr, sehr gespannt, wie sich dann halt die VfB-Aufstellung dann gegen Freiburg machen wird. Also da, wir haben schon angesprochen, Castro in einer relativ neuen Rolle, das hat jetzt gegen Rostock ja relativ okay funktioniert. Aber klappt das denn auch wirklich gegen Freiburg und auch Endo zum Beispiel gegen Rostock mit viel Licht, aber auch sehr viel Schatten? Also da bin ich komplett gespannt. Aber ich sehe, um auf deine Frage zurückzukommen, Klement dann erst mal auf der Bank. Gut, dann wollen wir auch so langsam, aber sicher zum Abschluss kommen, was das Thema Hansa Rostock und erste Runde im DFB-Pokal angeht. Vielleicht noch zwei, drei Sachen. Chancenverwertung muss man vielleicht nochmal ganz kurz thematisieren. Ja, das bleibt aus meiner Sicht ein Stuttgarter Problem. Haben wir ja auch oft drüber diskutiert in der abgelaufenen Saison. Auch heute oder am Sonntag hat man sich wieder fünf Großchancen erspielt, konnte dann nur eine nutzen. Liegt das jetzt einfach daran, dass González und damit die nötige Qualität fehlt oder überschätzen wir vielleicht auch Spieler wie Sascha Kalajic, Roberto Massimo und Silas Wamangituka? Wie siehst du es da? Hm, ist das einfach unterliegend? Nee, ich glaube, das Problem werden wir, glaube ich, durch die Saison tragen, weil auch ein Kalajic sagt von sich selbst, der ist halt nicht der klassische Knipser und ich finde, er hat gegen Rostock gezeigt, dass er für seine Körpergröße irgendwie unfassbar flexibel und gelenkig ist. Er hat aber auch gezeigt, dass er jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht der eiskalte Knipser ist, weil er sonst hätte er ein Tor gemacht. Ja, und ich glaube, so eine gewisse Abschlussschwäche, die wird uns auch in der Bundesliga-Saison begleiten, weil wir jetzt vorne drin niemanden haben, der die Qualität hat und dann auch die Kaltblütigkeit, um aus jeder Chance ein Tor zu machen. Also, ich sehe jetzt bei uns im Kader niemanden, der nach 34 Spieltagen zweistellig getroffen hat. Das muss halt einfach dann eine Mannschaftsleistung sein. Da müssen halt viele so ein bisschen treffen und dann funktioniert es. Was hältst du denn von dem, um nochmal auf Kalajdzic kurz zu kommen, von dem taktischen Mittel, das wir zum Beispiel in der 67. Minute gut beobachten konnten? Da wurde nämlich von Kobel ein ganz langer Ball auf Kalajdzic geschlagen, der den dann weiterleitet, auf Castro in dem Fall und dann ging es über die Davi wieder zu Kalajdzic und der bedient dann Czulinov, der eigentlich das 2-0 machen muss, aber mal wieder an Kulke scheitert. Aber trotzdem, das ist ja ein taktisches Mittel, das zum Beispiel Union auch perfektioniert hat, zur Zeit, als Andersson für Union gestürmt hat und jetzt komme ich nicht auf den polnischen Torhüter, der aktuell für Augsburg jetzt unterwegs ist. Kinkiewicz. Kinkiewicz, genau. Das haben die ja häufig gemacht oder man hat das auch bei Bielefeld perfektioniert, dass der Torhüter die langen Bälle hinten rausschlägt und somit eigentlich wirklich aktiv zur Spieleröffnung beiträgt. Ist dir das auch positiv aufgefallen? Mir ist es positiv aufgefallen, dass Kobel dann oft lange Bälle geschlagen hat oder Anton auch auf Kalajcic, der verteilt die Bälle und so überbrückt man relativ schnell den engen Mittelfeldraum, wo dann Gegner gut gestaffelt stehen und wenn du da jemanden hast, der natürlich dann zuverlässig ablegt, dann könnte das ja durchaus auch ein weiteres taktisches Mittel sein für den VfB. Ne, das ist super, vor allen Dingen, wenn du halt mehrere Optionen hast und wenn du mit Kalajcic halt vorne so einen Wandspieler hast, den du lang anspielen kannst, der die Bälle halt dann relativ verlässlich auf seine Mitspieler ablegt, ist das natürlich ein taktisches Mittel, vor allen Dingen, wenn du halt auch andere Optionen hast. Also wir nennen uns Saisonbeginn unter Tim Walter, da wäre das ja No-Go gewesen, da musste ja dann Kobel von hinten raus kombinieren und das ist ja auch noch in der Mannschaft drin, also das hast du, dann hast du halt schnelle Außen, du hast dann mit Silas jemanden, der kann über den Flügel irgendwie ins Dribbling gehen und darum geht es ja, du musst verschiedene Optionen haben, du hast einen langen Ball auf Kalajcic, du hast irgendwie Flachpassspiel auf die Flügel ins Dribbling oder halt wirklich komplettes Flachpassspiel nach vorne und wenn der VfB da mehrere Optionen hat, ist das super und natürlich eröffnet da Sascha Kalajcic mit seiner Körpergröße und dann Ballsicherheit im Ablegen natürlich auch eine neue Option nochmal und die scheint ja auch schon im Spiel implementiert zu sein. Ja, dann sind wir wieder bei dem Facettenreichtum, von dem wir vorhin schon geschwärmt haben, muss man sagen und Kalajcic war übrigens auch ein ganz wichtiger Faktor vor dem 1 zu 0, denn er, er zwang den Ballverlust im Rostocker Mittelfeld, damit wir das Tor ja auch nochmal ganz kurz abgehandelt haben, Mangala spielte dann einen langen Ball auf den rechten Flügel, auf Massimo, der dann so ein bisschen rumeiert, muss man sagen, aber dann trotzdem Endo anspielt und der legt dann weiter zu Didavi, da muss man sagen, Didavi macht das richtig gut gegen Rosbach, wie er sich da durchsetzt und setzt wirklich einen guten Schuss an den Pfosten, der dann eben genau vor die Füße von Silas prallt und dann ist man einfach nur froh, dass der VfB dann auch trifft, weil es wäre halt so typisch VfB gewesen, wenn Silas das Ding irgendwie in den Himmel zimmert und wir dastehen und denken, das kann einfach nicht wahr sein, aber in dem Fall ist das Ganze gut gegangen und das Tor hat gereicht, der VfB ist eine Runde weiter und wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, ich möchte es abschließend dennoch mal erwähnen, über weite Strecken war das eine sehr konzentrierte Vorstellung des VfB, man gewann viele zweite Bälle, auch das war auffällig und ließ kaum Chancen zu, in der zweiten Halbzeit ging dann so ein Stück weit die Kompaktheit flöten, das hat mir eigentlich in vielen Testspielen immer ganz gut gefallen, wie kompakt der VfB auch agieren konnte, ist dann echt schwer, Räume zu finden gegen Stuttgart, außer es gibt die berühmt-berüchtigten individuellen Fehler und ja, gerade in der zweiten Halbzeit litt so ein Stück weit das Zusammenspiel zwischen Defensive und Offensive und wenn man daran noch so ein bisschen feilt, dann bin ich dann auch ganz optimistisch, was das erste Spiel am kommenden Samstag gegen Freiburg angeht. Gut, dann müssen wir über ein paar Spieler sprechen, bevor wir zu unserem neuen Segment kommen, nämlich dem Spieler der Saison, möchte ich Vataru Endo schon im Vorfeld hervorheben, denn der zeigte einmal mehr eine großartige Leistung aus meiner Sicht, mit Abstand die meisten Ballkontakte, nämlich 92, vier Tackles erfolgreich gesetzt, er spielte die meisten Pässe von allen Feldspielern, führte und gewann die meisten Zweikämpfe auf den Platz, übrigens Kalajdzic führte und gewann die meisten Luft-Zweikämpfe, also auch das ist eine Qualität, wieder zurück zu Endo, drei von drei erfolgreichen, erfolgreiche Dribblings, negativ muss man natürlich erwähnen, den Fehlpass in der 62. Minute und was auch in dem Spiel besonders auffällig war, er trennte sich aus meiner Sicht oft zu spät vom Ball und rannte dann so mit Kopf nach unten, nach vorne und hat dann irgendwie versucht, die Situation noch halbwegs zu lösen, aber mir fehlte da so ein bisschen die Frische und die Schnelligkeit im Kopf in manchen Situationen bei Endo, aber insgesamt eine sehr, sehr gute Leistung. Du kriegst einfach rein, wenn du noch zu von mir angesprochenen Spielern was sagen willst. Er war wieder total präsent, hat super viele Bälle gewonnen, aber ja, was du jetzt angesprochen hast, trennte sich zu oft zu spät vom Ball, habe ich auch festgestellt und nicht nur bei Endo, sondern bei vielen, also gerade in der zweiten Halbzeit, da wurde oft grundlos nochmal mit Ball in den nächsten Zweikampf ins nächste Dribbling gegangen, anstatt den Ball mal abzuspielen, also war nicht nur ein Endo-Problem, sondern es war bei vielen VfB-Spielern so, das habe ich nicht so richtig verstanden und auch bei Endo bin ich gespannt, weil ich habe für mich persönlich so diesen Endo-Move am Mittelkreis festgemacht, also er hat den Ball und wartet dann, bis sein Gegenspieler kommt, bis zur letzten Sekunde und macht dann halt seinen Endo-Move und hat dann wieder Raum und spielt ihn halt ab und ich bin mal gespannt, ob das in der Bundesliga auch funktioniert oder ob sich Endo zu so einem One-Trick-Pony entwickelt, also das hat mir gegen Rostock nicht so gut gefallen, also klar, es gibt dann vom VfB Filmroom dieses GIF, wo er sich glaube ich gegen vier Rostocker durchsetzt, mit irgendwelchen Dribblings und Ball zurückziehen und nochmal drehen und nochmal drehen, aber ob das in der Bundesliga funktioniert, wenn er richtig Druck bekommt, da bin ich mal gespannt, also ich bin ja auch großer Endo-Fan, aber das fand ich gegen Rostock war echt schon so ein Tick drüber und immer wieder dasselbe, die Rostocker haben es irgendwie nicht so auf die Hätte bekommen, das zu unterbinden, aber ob das in der Bundesliga auf Strecke funktioniert, da bin ich skeptisch. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir von demselben GIF sprechen oder von derselben Szene, aber wenn du die meinst, die ich jetzt auch gerade im Kopf habe, dann lag es aber auch daran, dass er sich gegen vier Leute durchsetzen muss, weil er zuvor nicht rechtzeitig abgespielt hat, also auch da bringt er sich selber erst in diese Situation. Genau, 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 das meine ich auch, also er hat oft zu spät abgespielt, muss dann seine eigenen Fehler ausbügeln, macht das brillant, aber er ist mir gegen Rostock auch zu oft in diese Situationen gegangen, also er hätte normalerweise, er spielt den ersten Gegenspieler aus und kann dann eigentlich einen sauberen Pass spielen, macht es aber nicht, sondern geht in den nächsten Zweikampf und den nächsten und den nächsten und gewinnt dann meistens alle, aber oftmals auch nicht und das wäre mir einfach so ein bisschen zu riskant und ich glaube, das kannst du gegen Drittligisten vielleicht so machen, aber gegen Freiburg schon nicht mehr und da bin ich mal gespannt, wie das in der Bundesliga funktioniert. Maschin Kaminski, habe ich auch noch auf dem Zettel, hat aus meiner Sicht sich den Stammplatz in der Dreierkette gesichert mit seinem Auftritt, acht Klärungen, fünf abgefangene Bälle, wirklich ganz, ganz solider Auftritt, auch so als Führungsspieler, muss ich wirklich sagen, ist er mir da positiv aufgefallen und er hat ja in der Zweitligasaison durchaus mal so seine Problemchen gehabt, was das Aufbauspiel betrifft und hat da den ein oder anderen Fehlpass gespielt. Das war heute oder am Sonntag nicht der Fall. Ich bin der Meinung, Maschin Kaminski ist jemand, der sich relativ sicher sein kann, dass er am kommenden Samstag in der Startelf steht. War ein guter Auftritt von ihm. Ja, absolut. Gegen Rostock so ein bisschen Unsung Hero, also fehlerfrei und gute Bälle gespielt und du meinst dann, er spielt in Freiburg statt Kempf. Würde ich, also ohne jetzt meinen Startelf-Tipp schon vorwegzunehmen, würde ich sagen, das sieht schon ganz gut aus. Nee, aber dafür, dass Kaminski ja eigentlich nur in die Startelf gerückt ist, vermutlich gegen Rostock, weil Pascal Stenzel gerade Papa geworden ist, hat er seine Rolle super ausgefüllt und war dann eigentlich von den drei Innenverteidigern ja tatsächlich der Stärkste und hat dann auch nicht zu Unrecht dann von Castro die Kapitänsbinde übernommen, also ganz starke Leistung und ich gebe dir recht, also in der zweiten Liga sah er oft schlecht aus, also ich vermute, er war nach einer langen Verletzungspause auch einfach noch nicht so richtig fit und musste dann irgendwie gleich durchspielen, weil er kann definitiv besser spielen als das, was er in der zweiten Liga gezeigt hat und das hat er gegen Rostock eindrücklich bewiesen. Abwehrspieler, sind wir gleich beim nächsten, Weidemar Anton, der ja bislang immer als Zentraler Innenverteidiger ja fast schon zu glänzen wusste, muss man sagen, also der hat wirklich eine gute Vorbereitung gespielt, jetzt zu Beginn gegen Rostock als rechter Innenverteidiger, da hat er so ein paar Probleme gehabt, ich würde mal sagen durch wachsender Start, aber dann gut zurück ins Spiel gefunden, auch hier sechs Klärungen, drei Tackles, er blockte noch weitere wichtige Bälle, hat einiges abgefangen und ich würde einfach mal sagen, auch was die Spieleröffnung angeht, das wusste man zwar schon, aber trotzdem hat er da auch ein paar gute Bälle geschlagen, gute Pässe gespielt, also auch Weidemar Anton dürfte relativ safe seinen Platz in der vermutlich Dreierkette sicher haben, ja, also ist für mich absolut eine Verstärkung, gute Partie in Rostock, wie gesagt, nach anfänglichen Schwierigkeiten sich zurückgeboxt, das ist ja auch eine Qualität, wenn es mal nicht so läuft, wieder zurückzukommen. Silas, muss man natürlich auch erwähnen, er zielte nicht nur das entscheidende Tor, sondern spielte auch die meisten wichtigen öffnenden Pässe von allen Spielern, ist die Linie, und das muss man wirklich einfach erwähnen, auf- und abmarschiert, hat sich da wirklich richtig den Arsch aufgerissen, wie man so schön sagt, dazu hat er sechs seiner zehn Zweikämpfe gewonnen, finde ich, ist ein guter Wert für einen Spieler, der auch oft ins Risiko geht, hat zwei Großchancen herausgespielt, hat Bälle abgefangen und in der Schlussphase half er hinten auch noch aus, klärt er einige Male, also für mich war das wirklich eine richtig, richtig gute Leistung von Silas, der natürlich immer noch so seine Problemchen hat, manchmal den richtigen Zeitpunkt für das richtige Abspiel zu finden, aber einfach, wie engagiert er hier seine Rolle als Wingback wahrgenommen hat, fand ich schon herausragend, muss ich sagen, also das war wirklich eine richtig, richtig starke Leistung von ihm, in Sachen Qualität kann man mit Silas dann noch ein Schippe drauflegen, aber wie er sie ausführt, die Rolle, gut. Ja, absolut, ich habe heute auch irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, zeigte sich nicht immer sicher als linker Verteidiger, wo ich dachte, er ist ja auch kein Verteidiger, ich meine klar, zum Wingback muss er die ganze Linie rauf und runter spielen und natürlich auch verteidigen, aber wenn irgendjemand kein Verteidiger ist, ist es dann halt Silas und er ist ja quasi jetzt unser Samuel Eto'o, der irgendwie dann bei Mailand unter Mourinho mal rechter Verteidiger gespielt hat, da muss er jetzt irgendwie reinwachsen, er nimmt das an, weil ich glaube, so als Kreativkünstler könnte es ja auch sein, dass er sagt, ich verteidige halt nicht, aber ich fand ihn gegen Rostock auch richtig, richtig stark und er ist ja auch die ganze Linie rauf und runter irgendwie gedoppelt worden, wirklich von der Rostocker Eckfahne bis zur Stuttgarter Eckfahne, was ihn auch sichtlich dann genervt hat und mich auch genervt hat, aber er ist da irgendwie durchgekommen und hat das Tor auch gemacht und klar fehlt ihm auch teilweise dann die Präzision, aber immer, wenn er den Ball hat, denkst du nach wie vor, da kann jetzt irgendwas passieren, weil er hat die Geschwindigkeit und ich glaube, auch er war dann vielleicht in der Sommerpause nochmal in dem gleichen Gym wie Lee Eckloff, weil er wirkt nochmal irgendwie ein Stück breiter und robuster halt, also da freue ich mich brutal drauf, auf Silas in der Bundesliga, das kann großartig werden. Also den größten Fortschritt hat er für mich nicht in der Physis gemacht, sondern im taktischen Verständnis. Auch, ja. Ja, das ist immer noch nicht jetzt irgendwie, was weiß ich, Top-Niveau, dass er da reicht, aber wenn... Er ist kein Stratege, ne, aber... Das ist schön gesagt, aber wenn du dich erinnerst an die ersten Spiele, ja, da hast du ja das Gefühl gehabt, da ist ein wilder Hund und das meine ich jetzt wirklich nur positiv auf dem Platz, der einfach den Ball hinterher jagt und einfach nur sozusagen die Beute erlegen möchte. Das war ja wirklich völlig wild und das fand ich jetzt schon in den Testspielen besser und auch jetzt gegen Westdok. Jetzt gilt es natürlich wann er zehn Übersteiger machen soll oder wann er abspielen sollte. Also das ist mittlerweile drin. Also das... Nee, also man sieht bei ihm ja wirklich wöchentlich, wie er besser wird, auch in seiner Entscheidungsfindung und so weiter und deswegen glaube ich wirklich, dass er auch in der Bundesliga wirklich einen entscheidenden Faktor spielt. Bis zum 5. Oktober kann er jetzt stagnieren, nicht, dass da noch irgendwie was anbrennt und dann darf er weiter besser werden. Das ist absolut richtig. Kobel, will ich auch noch ganz kurz erwähnen, rettet er natürlich hervorragend. Und nach dem Fehlpass von Endo, ja, Jubel da auch auf dem Boden sitzen, fand ich ein bisschen schade, dass das nicht eingeblendet wurde. Man hat es nur wirklich in dieser einen Einstellung gesehen, als er den Ball gehalten hat gegen Verhoek. Und ja, ansonsten der sichere Rückhalt, den man sich hier in Stuttgart viele Jahre gewünscht hat. Vielleicht noch ein bisschen, ja, ausbaufähig, was die langen Abschläge angeht. Die Rostock haben das ja sehr, sehr gut gemacht, haben den VfB früh zugestellt, sodass es nur noch diesen langen Ball gab. Und da, muss ich sagen, hat Kobel jetzt, was auch schwierig ist, ja, nicht die Qualitäten zum Beispiel von dem Manuel Neuer oder so, was ja auch jetzt nicht weiter überraschend ist. Aber das ist ja eine Qualität, die kann man trainieren. Die kann man trainieren. Die Präsenz, die er ausstrahlt, die kannst du nicht trainieren. Die hast du oder die hast du nicht. Und das finde ich halt bei Gregor Kobel, also fand ich schon immer überragend. Also, wie gesagt, ich habe es auch nie verstanden, dass man jetzt am Ende der letzten Saison oder in der Sommerpause jetzt diskutiert hat, ob jetzt Kobel der richtige Torwart ist oder ob man den wirklich braucht. Also, der strahlt halt so eine Sicherheit da hinten aus. Und das hat er jetzt gegen Rostock auch für mich eindeutig bewiesen. Ja, also Rostock hat halt eine, sie hatten zwei große Chancen, aber sie haben halt eine riesen 1 zu 1 Chance und erklärt die einfach ganz souverän. Hat dann noch diese eine, auch in der zweiten Halbzeit, diese Faustabwehr, die sitzen muss. Die sitzt auch perfekt. Und ja, du hast bei Kobel wirklich das Gefühl, wenn da eine Flanke in den 16er kommt, er hat die. Also, er fängt die runter oder er faustet die raus und du musst halt nicht irgendwie Sorge haben, dass er drunter herspringt oder irgendwie ein falsches Timing hat. Er ist mit 1 zu 1 stark, er ist auf der Linie gut, Strafraumbeherrschung passt, das ist alles super. Also, das ist genau der Keeper, den du brauchst. Und jetzt auch so mit dem Wissen im Hinterkopf, dass er im Winter dann, Entschuldigung, im Sommer auch hätte zur Hertha wechseln können und sich dann bewusst für Stuttgart entschieden hat. Also, dieses Thema Identifikation kommt dann bei ihm auch noch so ein bisschen mit. Also, ich bin ein ganz, ganz großer Gregor Kobel-Fan und wie gesagt, die langen Abschläge, die kann man trainieren, aber ich habe bei ihm wirklich immer ein gutes Gefühl, dass er dahinten keinen Scheiß baut. Ja, und hätte er sich für die Hertha entschieden, dann hätte er nicht am 22. oder 23.12. in der zweiten Runde das DFB-Pokal mitspielen dürfen. Die Auslösung findet sich uns... Ist echt ein Tag vor Weihnachten? Wenn es doof läuft, ja. Oder zwei. Auf jeden Fall kurz vor Weihnachten. Ja. Die erste Runde wurde gelost, obwohl irgendwie die Hälfte der Mannschaft noch gar nicht feststeht. Und jetzt steht genau ein Gegner nicht fest und jetzt muss man einen Monat warten, bis dann gelost wird. Das ist echt übel. Ja, so läuft es heutzutage in Corona-Zeiten. Hauptsache, die Zuschauer haben Spaß. Und die Bayern haben genug Regeneration. Ja, also das ist mir auch ganz wichtig. Dann kommen wir jetzt... Also die Bayern spielen ihr Spiel gegen... Weißt du's? Nö. Ich hab den Namen der Amateurmannschaft leider vergessen, aber ich denke mal... Genau, also der FC Bayern spielt sein Erstrundenspiel im Pokal noch gegen eine Amateurmannschaft und erst danach wird die zweite Runde ausgelost und das ist Ende Oktober? Das ist am 18. Am 18. Also Mitte Oktober wird gelost. Mitte Oktober wird gelost. Ist nicht mehr so klar. Dann wissen wir, welches Auswärtsspiel der VfB als nächstes wird. Sehr wahrscheinlich wird's ein Auswärtsspiel, genau, weil dann sind ja wieder Zuschauer zugelassen. Eben. Wir kennen das. Gut, Sebastian, dann kommen wir jetzt zu einem neuen Segment und zwar kommen wir zu dem Segment Spieler der Saison. Da muss ich erst mal klarstellen, dass ich mir dieses unglaublich tolle Segment abgeschaut habe bei dem sehr zu empfehlenden Podcast 1912FM. Das ist ein Holstein-Kiel-Podcast. Wir hatten auch schon einen der Macher hier bei uns zu Gast. Der hat uns davon berichtet, was Atakan Karasor so alles kann und Tim Walter für, wie sagen wir, Schwächen und Stärken hat. Ich hab's aufsichtlich so formuliert. Atakan Karasor saß übrigens in Rostock 90 Minuten auf der Bank. War auch lange verletzt, muss man sagen. Ja, okay. Kann man jetzt an der Stelle natürlich festhalten, weil er in der Corona-Runde wichtiger Innenverteidiger war oder überhaupt in der Rückrunde eigentlich eine gute Innenverteidigerrolle eingenommen hat. und ja, jetzt einfach so ein bisschen darunter gelitten hat, dass zwei Innenverteidiger nachverpflichtet wurden, im defensiven Mittelfeld für ihn so richtig kein Platz mehr ist. Aber man weiß ja, so eine Saison ist lang und er wird schon seine Chance bekommen. Ja, ich wollte nur kurz erwähnen, weil du hast ja im DFB-Pokal die fünf Wechsel und Materazzo hat viermal gewechselt und am Ende saßen Koulibaly hat er da auch ne, halt, du hast absolut recht, einmal einen, dann zwei. Schulinoff, Klement, Al-Ghadoui, Koulibaly. Du hast absolut recht. Nehme ich wieder zurück. Und auf der Reservebank verweilten dann am Ende noch Bredlo, Aydonis, Karasor und Mack. Ja. Einer muss halt auf der Strecke bleiben. So ist das halt. Und diesmal war es der Karasor. Aber er hätte noch mal wechseln können. Aber er hätte noch mal wechseln können. Er hätte noch wechseln können, ja. Aber vielleicht darf er dafür am Samstag von Anfang an ran. Wer weiß das schon. Naja, es ist eher unwahrscheinlich. Gut, kommen wir zum Spieler der Saison. Jetzt wird es nämlich erstmal kompliziert. Jedenfalls für mich, damit ich alles hier richtig vortrage. Sebastian, du musst zuhören und mich korrigieren, wenn ich was Falsches sage. Also, wie gesagt, inspiriert wurde das Ganze jetzt von 1912FM. Die haben nämlich ein Punktesystem, über das sie dann einen Spieler der Saison ermitteln. Und das funktioniert wie folgt. Sebastian und ich haben jeweils sechs Punkte pro Spieltag zur Verfügung und dürfen die auf maximal sechs Spieler verteilen. Wir können aber auch sagen, wir verteilen sechs Punkte nur auf zwei, auf drei oder auch auf nur einen Spieler. Was bedeutet das jetzt als Fallbeispiel? Sebastian fand gegen Rostock den Kobel so gut und alle anderen VfB-Spieler unglaublich scheiße, dass er sagt, ich gebe meine sechs Punkte heute dem Herrn Kobel. So, dann bekommt Gregor Kobel sechs Punkte. Es kann aber auch sein, dass er Sebastian sagt, für mich waren alle Spieler relativ gleich gut, sechs waren vielleicht noch ein bisschen besser als die anderen fünf. Oder wenn du jetzt mit Einwechseln denkst, komm, wir lassen das einfach weg. Ich gebe diesen sechs Spielern jeweils einen Punkt, dann kriegt eben jeder einen Punkt. Oder er sagt, ich fand drei Spiele besonders gut und verteile die Punkte nach dem 3-2-1-Prinzip. Hat man das so ungefähr jetzt nachvollziehen können, wie ich das Ganze meine, Sebastian? Also ich konnte dir komplett folgen. Wenn nicht, würde es sich über die nächsten Folgen aufklären. Also wir vergeben Punkte, aber nicht nur wir, sondern auch ihr kommt mit ins Spiel. Wenn ihr einen Twitter-Account habt, werdet ihr in Zukunft nach den Spielen ein Tweet bei at vfbstr erblicken können. Da fragen wir euch dann nach eurem Spieler des Spiels sozusagen. Und jetzt ist es wichtig, dass wenn ihr da mitmachen wollt, ihr wirklich nur den Namen des Spielers unter diesem Post schreibt. Ich brauche keinen GIF, ich brauche keine kreativen Namen und auch keine Erklärung. Es reicht wirklich nur der Spielername. Alles andere verwirrt mich und führt dann auch unter Umständen zur Diskratifikation des genannten Namens. So, im ersten Fall jetzt vom Rostock-Spiel, ja, da habe ich darauf verzichtet, das Ganze zu sanktionieren, aber ich behalte oder, ja, ich behalte mir das vor, dass ich das in Zukunft machen werde. Also bitte postet nur den Namen. DFB-Chefankläger Ricky Kindermann. So sieht es aus. Ich hau da wirklich dann richtig mal ins Bett. Und ihr, wenn ihr dann praktisch euren Spieler des Spiels sozusagen miteinander wählt, habt drei Punkte zur Verfügung. Sprich, euer gewählter Spieler bekommt dann nochmal zusätzlich drei Punkte. Jetzt mache ich nochmal ein Beispiel, damit es dann auch wirklich jeder verstanden hat. Also, wir nehmen jetzt mal das Spiel Rostock gegen den VfB Stuttgart. Der Sebastian gibt dem Kobel sechs Punkte, der Ricky gibt dem Silas drei und dem Endo drei und die Zuhörer stimmen auf Twitter mehrheitlich für Castro. Dann hätten wir den Fall, dass, jetzt habe ich vergessen, wem ich die Punkte gegeben habe, äh, ja genau, dass Castro drei Punkte bekommt, dass Endo drei Punkte bekommt, Silas drei Punkte bekommt und Kobel sechs Punkte. In der rauffolgenden Woche geht das dann wieder weiter. Die Spieler können weiter Punkte addieren und am Ende der Saison haben wir aufgrund unserer Punktesystems den Spieler der Saison zusammen ermittelt. Das probieren wir jetzt mal in der kommenden Saison. Wenn das Ganze nicht so viel Spaß macht oder irgendwie nicht so funktioniert, wie wir uns das jetzt hier vorstellen, dann kann es natürlich auch sein, dass wir es noch modifizieren im Laufe der Saison, aber das ist jetzt erst mal, äh, ich sag mal, das Spielprinzip. So, Sebastian, wie soll man anfangen? Soll ich dich jetzt direkt fragen nach deinen Punkten oder soll ich erst mal die Twitter-Punkte hier einfließen lassen? Also, meine Punktvergabe, meine sechs Punkte für das Spiel in Rostock und ich dachte, ich, äh, fange jetzt mal, ja, relativ, äh, vorsichtig an und hab mir überlegt. Also, ich teile meine sechs Punkte auf drei Spieler auf, die jeweils zwei Punkte bekommen und wir haben 1-0 in Rostock gewonnen und für mich bekommt dann erst mal zwei Punkte der Spieler, der für das Tor gesorgt hat. Das ist Silas, weil er auch sonst wirklich gut gespielt hat. Zwei Punkte bekommt der Spieler, der für die Null gesorgt hat. Das war Gregor Kobel, weil er halt diese, eine Riesenchance der Rostocker, ja, souverän zunichte gemacht hat, also auch Gregor Kobel bekommt von mir zwei Punkte und dann gibt's noch einen dritten Spieler, der zwei Punkte bekommen muss und, ähm, das ist für mich, äh, Marcin Kaminski, weil er, ja, doch relativ überraschend in der Startelf war und Pascal Stenzel vertreten hat und dann einen sehr, sehr souveränen Job da hinten drin geleistet hat. Das ist interessant. Also mit Kaminski habe ich jetzt nicht gerechnet. Ähm, bei mir sieht's wie folgt aus. Äh, ich schwanke immer noch. Ich, ich, ich versuche jetzt gerade währenddem ich rede, mich festzulegen. Mhm. Aber, ich sag, wie es ist, ich gebe Endo zwei Punkte, weil ich der Meinung war, äh, weil ich der Meinung bin, dass Endo wieder mal ein hervorragendes Spiel abgeliefert hat und ich befürchte, dass ohne Endo das Ganze deutlich schwerer geworden wäre, als es letzten Endes war, auch wenn er diesen Fehlpass gespielt hat, aber trotzdem die Sachen, die er abfängt, die Pässe, die er spielt, wir haben jetzt mehrfach darüber schon gesprochen, es ist einfach richtig, richtig stark. Dann bekommt, ähm, Silas von mir ebenfalls zwei Punkte, aufgrund des Tores und aufgrund auch seines Einsatzes, den er gezeigt hat. Also, ähm, auch da haben wir schon vorhin bei der Spielbesprechung eigentlich alles gesagt. Sehr, sehr gute Leistung. Und, dann gebe ich jeweils einen Punkt an Orel Mangala, weil ich den auch sehr gut fand, und vor allem zu Beginn des Spiels hat er, fand ich, wirklich eine richtig, richtig starke Leistung gezeigt, kaum Fehler gemacht, kaum Fehlpässe gespielt und man muss auch einfach sagen, es gibt kaum vergleichbar pressing-resistenten Spieler wie Mangala in unserem Kader. Also, ich glaube, da zeichnet er sich wirklich ganz, ganz besonders aus und ich hoffe jetzt einfach, dass er endlich die Leistung zeigen kann, die wir alle so sehr uns wünschen würden von ihm, weil, dass er es kann, hat er ja schon angedeutet und hat auch, glaube ich, in Hamburg schon dann regelmäßig gezeigt, wie gut er da als Achter, als Sechser spielen kann und die gute Leistung gegen Rostock möchte ich hier mit honorieren und ich gebe auch Gregor Kobel den einen Punkt, weil ohne Gregor Kobel hätten wir wahrscheinlich in die Verlängerung gemusst, wie er den Ball gegen Verhug gehalten hat, das war schon richtig, richtig stark. Das wären dann meine Punkte. So, dann kommen wir abschließend, Sebastian, zu den Hörerpunkten, den dreien, die vergeben werden und die sind ja richtig wichtig, denn kein Spieler konnte drei Punkte von uns bekommen, deswegen sind jetzt die Hörer, diejenigen, die hier das Zündlein an der Waage sind, für den ersten richtig großen Sieger des Spieltags und ich mache es auch. Du hast die ganzen Tweets jetzt ausgezählt? Ja, also das System ist, dass ich wirklich jeden Tweet mit einem Like versehe, den ich auf meiner Strichliste hinterlegt habe und jetzt mache ich es dann doch ein bisschen spannend, weil ich merke, dass es auch spannend war, denn es gibt zwei Spieler, die auf gleich viele Stimmen kommen, die belegen aber beide dann nur Platz zwei, nämlich Kobel und Silas vereinen beide 17 Punkte auf sich, aber mit überwältigender Mehrheit gewonnen und zwar mit 27, nee, mit 28 Stimmen hat das ganze Wataru-Endo. Das ist der, der die meisten Nennungen erzielen konnte und somit auch, wenn ich das richtig sehe, ja, direkt in Führung geht hier bei unserem Tippspiel. Das ist die einzige, was er stattfindet. Es tut mir auch ein bisschen leid, dass er von mir keine Punkte bekommen hat, aber ich finde, er hatte schon stärkere Auftritte. Da gebe ich dir recht. Es gab schon bessere Endos für uns. Ja. Absolut. Gut, das war zum ersten Mal der Spieler der Saison, wird jetzt fortgeführt. Ich hoffe, euch gefällt das einigermaßen und es wird das mir spannend. Mir gefällt es auf jeden Fall. Ja, siehste, das freut mich und wir kommen jetzt gleich auch schon wieder zum Startelf-Tipp, aber Sebastian, erst mal muss ich so ein bisschen was über Freiburg erzählen. Da freue ich mich natürlich schon. Ja, los, hau raus. Unser Gegner, unser erster Gegner in der neuen Bundesliga-Saison. Da freue ich mich natürlich drauf und ich haue jetzt hier einfach so ein paar Sachen raus zum Thema Freiburg. Wenn du Nachfragen hast, immer her damit und wenn du natürlich was hinzufügen möchtest oder selber noch irgendwas weißt, was ich vergessen habe, dann immer raus damit. Also, los geht es natürlich wie jedes Jahr, muss man fast schon sagen, dass die Freiburger in der Sommerpause einige Leistungsträger abgeben mussten. Diesmal war Alexander Schwolo derjenige, der die Freiburger verlassen hat. 8 Millionen kassierte Freiburg von Hertha für den Spieler. Luca Weitschmidt verschlägt es nach Portugal. Der wechselt zu Benfica für 15 Millionen Euro und vielleicht mit einer der größten Überraschungen für mich zumindest ist, dass Robin Koch zu Leeds United wechselt für 13 Millionen Euro. Damit habe ich nicht gerechnet. Also, dass er vielleicht nach England geht, ja, aber dass er dann zu Leeds geht, potenzieller, ja, Fahrstuhl-Club, kann man glaube ich schon so sagen, auch wenn die sich jetzt anschicken, in der Liga bleiben zu wollen. Ich hätte gedacht, dass Robin Koch woanders hingeht, aber sei es drum. Er ging zu Leeds, also insgesamt 36 Millionen eingenommen, das ist schon mal ganz ordentlich und was man auch noch erwähnen muss, was so ein bisschen untergeht, glaube ich, bei diesen ganzen teuren Abgängen, die viel Geld in die Kassen der Freiburger gespült haben, ist der Abgang von Mike Franz, der der klassische Leader und auch Kapitän bei den Freiburgern war, jetzt in der Rückrunde gar nicht mehr so oft zum Einsatz kam, aber glaube ich ganz, ganz wichtig für die Mannschaft und für das Mannschaftsgefüge war, denn der wechselte zu Hannover 96. Für ihn war kein Platz mehr in Freiburg und er musste sich umorientieren. Da bin ich mal gespannt, ob man das vielleicht dann in kritischen Phasen, so in kritischen Saisonphasen, dann merkt, wenn so ein wichtiger Mannschaftsspieler fehlt. Dennoch muss man sagen, es ist jetzt nicht so, dass Freiburg komplett zusammenfällt und man sich direkt Sorgen machen muss, also gerade wenn man so schaut, wer da noch übrig bleibt, kann man glaube ich davon sprechen, dass Freiburg immer noch ein sehr stabiles Gerüst hat. Also zum einen müssen wir über den neuen Käpt'n reden, Christian Günther, Linksverteidiger, den wir nachher noch genauer unter die Lupe nehmen werden, aber dann hast du natürlich auch Spieler wie Nils Petersen, Vincenzo Grifo, übrigens beide dann Stellvertreter von Christian Günther, wenn der mal als Kapitän ausfallen sollte. Dann gibt es natürlich noch Jonathan Schmid, Dominik Heinz, Nikolas Höfler, die alle viel Erfahrung auf dem Platz vereinen und ich glaube schon, dass die Freiburger vielleicht im Gegensatz zu anderen Jahren, als sie ja auch schon Leistungsträger abgeben mussten, immer noch gut dastehen, muss man sagen. Also da mache ich mir noch nicht allzu große Sorgen, dass Freiburg da direkt, weiß ich nicht, auf 17, 18 landen könnte. Ja, ich sehe Freiburg schon als eine der Mannschaften, an die durchaus Platz 12, 13 erreichen können. Also ich glaube, das wäre auch schon ein Erfolg, auch wenn sie letztes Jahr Achter waren. Ich glaube 12, 13, da sind die ganz zufrieden. So, wie lief es für die Freiburger jetzt zuletzt? Vor allem natürlich in der Vorbereitung und natürlich im DFB-Pokal. Also sie gewannen gegen Waldhof Mannheim mit 2 zu 1, kamen da weiter, haben eine richtig, richtig starke erste Halbzeit gespielt, aber nur ein Tor geschossen. Kwon hat das Ding gemacht. Es gab vier Aluminium-Treffer. Man könnte jetzt sagen, dass das Spiel ähnlich lief, wie das der Stuttgarter in Rostock, aber ich würde sagen, Freiburg war noch etwas dominanter in der ersten Halbzeit und spielte auch, ich sage mal, erwachsener in der ersten Halbzeit. Man vergaß so ein Stück weit das Tore schießen, viermal Aluminium, ich habe es erwähnt, ist natürlich ein bisschen blöd gelaufen, aber das war wirklich ein guter Auftritt in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit spielten sie dann etwas pomadiger und ja, Mannheim fand besser ein Spiel und nutzte dann auch zumindest eine Chance, hätten meiner Meinung nach durchaus die Verlängerung verdient gehabt, aber am Ende, ja, setzt sich dann schon die individuelle Qualität durch. So, kurze technische Probleme hier mit der neuen Aufnahmesoftware, das haben wir euch gar nicht erzählt, wir haben unser Aufnahmekonzept nochmal, ich möchte sagen, revolutioniert, Sebastian, und wie es immer so ist, bei der ersten Generalprobe hat alles funktioniert und das bedeutet ja eigentlich, wenn es funktioniert, dass dann die Premiere scheitert, weil wenn die Generalprobe scheitert, dann ist die Premiere wäre gut, habe ich das jetzt richtig im Theater-AG-Gedächtnisprotokoll Ich glaube schon, die Theater-AG, ja. Gut, wir haben über Freiburg gesprochen und den Freiburger Auftritt im Pokal gegen Waldhof Mannheim, eine pomadige zweite Halbzeit, die eigentlich mit einer Verlängerung hätte bestraft werden müssen, aber die individuelle Qualität der Freiburger hat am Ende dazu geführt, dass die Freiburger mit 2 zu 1 gegen Waldhof Mannheim gewonnen haben, eine Runde weiter sind, Pflichtaufgabe wurde also erfüllt, ich wollte jetzt noch was über die Testspiele sagen, insgesamt hat der SC Freiburg 5 Testspiele bestritten und konnte davon 2 gewinnen, gehen wir ganz kurz ins Detail, 1 zu 1 gegen den KSC, 1 zu 1 gegen Sandhausen, da möchte ich nochmal dran erinnern, wie wir die aus dem Stadion gefegt haben, ja, dann gab es ein 1 zu 3 gegen St. Gallen, also da gab es richtig auf die Mütze, aber jetzt gibt es dann die positiven Nachrichten, denn Freiburg konnte mit 4 zu 1 gegen Gornik Sapsche gewinnen, das ist der aktuelle polnische 1. Klasse heißt die Liga, glaube ich, Tabellenführer und der Ex-Verein des Ex-Stuttgarters David Kopacz, der jetzt beim Würzburger natürlich Top-Projekt mit dabei ist und eben nach Würzburg zu den Kickers gewechselt ist und dann gab es noch ein 8 zu 1 Erfolg gegen den FC Dornbirn, noch nie gehört den Verein, du wahrscheinlich auch nicht Sebastian, oder? In Dornbirn, das ist in Österreich irgendwie, ich glaube in der Nähe vom Bodensee oder so, da gibt es irgendwie ein Autorennen oder so, aber also Dornbirn, klar, kenne ich. Okay, und es gibt auch eine österreichische Zweitliga-Mannschaft, die mit 8 zu 1 eben gegen Freiburg verlor. Ja, wie gesagt, so richtig erfolgreich war diese Vorbereitung nicht, allerdings war es jetzt auch nicht irgendwie eine Katastrophe, es gab einen großen Erfolg aus meiner Sicht gegen Sapsche, das ist schon eine Ansage gewesen, dass man da 4 zu 1 einfach mal so gewinnt, es ist kein schlechter Verein mit einer guten Mannschaft und ansonsten würde ich sagen, eher etwas holprig, wenn man das so zusammenfassen kann. Ein Spieler, der in der Vorbereitung wirklich einen guten Eindruck hinterlassen hat, war der Herr Jong aus Südkorea, der wirklich eine gute Vorbereitung gespielt hat, ist ein Rechtsaußen, kann auch als hängende Spitze spielen, bin mal gespannt, ob wir den in Stuttgart in der Startelf sehen können. Gut, dann muss man natürlich darüber sprechen, was die Freiburger auszeichnet, aus meiner Sicht sind das vor allem die guten Standards, oft getreten von Vincenzo Griffo, von Jonathan Schmid und von Christian Günther, der für die Ecken zuständig ist. Warum sind die Standards so gut? Die Freiburger haben einen Herren, der nennt sich Florian Bruns und ist eine absolute Koryphäe, was Standards angeht. Also Freiburger Standards sind eigentlich immer gefährlich und der Herr Bruns scheint sich da auch immer wieder neue Sachen einfallen zu lassen, sodass diese Standards gefährlich bleiben. Da müssen wir also aufpassen, dass wir nicht wie der letzte Vollidiot da stehen und alle sagen, Mensch, das habt ihr nicht gewusst, dass die Freiburger gute Standards treten können. Habt ihr wohl eure Hausaufgaben nicht richtig gemacht oder STR versäumt. Gut, außerdem sind die Freiburger... Ist das der Florian Bruns, der lange bei St. Pauli gespielt hat? Ja, Fußballspieler halt, ehemaliger Fußballspieler. Fußballspieler, ja. Ich weiß jetzt nicht... Aachen und St. Pauli, ne? Die ehemaligen Stationen von Herrn Bruns kenne ich nicht, muss ich ehrlicherweise gestehen, aber ich kenne ihn hauptsächlich aus einem tollen Straßenfunk, als es nämlich eben um diese Standards und so geht. Unter anderem geht es um diese Standards. Also das empfehle ich an der Stelle. Also ich könnte die Stationen kurz sagen, weil ich seinen Wikipedia-Eintrag kurz aufgerufen habe. Also Junioren, TUS, Bloherfelle, VFL, Edewecht, Edewecht, FC Rastädte, VFL, Bad Zwischenahn und den VfB Oldenburg und dann bei den Herren VfB Oldenburg, SC Freiburg von 99 bis 2002 45 Spiele gemacht. Dann 1. FC Union Berlin, dann Alemannia Aachen, dann FC St. Pauli von 2006 bis 2013, 171 Spiele, dann Werder Bremen 2, 13 Spiele für die deutsche U21 und dann als Trainer Werder Bremen 2, dann Co-Trainer bei Werder Bremen und jetzt bei SC Freiburg. Guck mal, so viele tolle Sachen und was bleibt bei mir hängen, ist für die Standards bei Freiburg zuständig. Also hätte er sich den ersten Teil seiner Fußballerkarriere komplett sparen können. Gut, was zeichnet die Freiburger noch aus? Zweikampfstärke und Laufstärke, dafür sind sie ja eh schon bekannt, aber unter Christian Streich sind das zwei ganz, ganz wichtige Faktoren und was mir aufgefallen ist, im Spiel gegen Mannheim, gerade in der Schlussphase, als dann wirklich nochmal von den Mannheimern alles nach vorne geworfen wurde, eine sehr schön kompakte Spielweise. Also das hat mir gut gefallen. Einmal sah man auch Christian Streich am Spielfeldrand stehen, wie er geschrien hat, eng, eng, eng. Mehr sagt er nicht mehr und dann wissen die Spieler direkt, eng heißt kompakt. Wir müssen also zusammenrücken und wenig Raum anbieten im Zentrum und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also könnte sein, dass der VfB da über die Außen irgendwie was anrichten muss und da kennen wir ja den einen oder anderen Schocker da, der da vielleicht eine Idee haben könnte. Es gibt natürlich auch Probleme bei den Freiburgern. Zum einen lassen sie zu viele Chancen zu und sind in Kontersituationen sehr anfällig, also verteidigen konnte er nicht besonders gut und sie haben auch noch das Problem, dass sie nicht die beste Chancenverwertung haben. Also da ist natürlich das Spiel gegen Mannheim das beste Beispiel für. Du musst eigentlich als SC Freiburg in der ersten Halbzeit glaube ich mit 3-0 den Platz verlassen. Alles andere ist ja fast schon eine Enttäuschung und das ist jetzt nicht nur aufgrund der vielen Lattentreffer und Pfostentreffer, sondern auch so war Freiburg so drückend überlegen, dass du hier eine deutlichere Führung herausspielen musst und da mangelt es so ein bisschen bei den Freiburgern. Also da könnten sie sich noch so ein bisschen verbessern, meiner Meinung nach. Was kann ich noch erzählen? Ich kann was zu wichtigen Ausfällen sagen, denn die Freiburger haben ähnlich wie die Stuttgarter auch Verletzungsprobleme und die sind nicht besser geworden nach dem letzten Spiel eben im DFB-Pokal. Also wir fangen mal mit den bekannten Ausfällen an. Yannick Haberer fehlt aufgrund einer Sprunggelenksverletzung, war auch nicht im Trainingslager dabei und da gab es in der Sommerpause ja schon, ich möchte sagen, Verschwörungstheorien, dass er den Verein verlassen könnte. Warum Verschwörungstheorien? Die bildeten sich wie folgt, also er verletzte sich am Sprunggelenk und lässt sich dann daraufhin nicht in Freiburg bei den Ärzten behandeln, sondern bei anderen Ärzten. Und das ist natürlich dann gleich immer, ja da horcht man auf als Fan. Also warum bleibt er nicht bei unseren Ärzten und es halten sich wirklich schon länger die Wechselgerüchte, möchte ich sagen. Dabei ist er auch ein ganz, ganz wichtiger Spieler, der Herr Haberer und ich bin mal gespannt, wie das noch weitergeht. Aber er fehlt definitiv aufgrund einer Sprunggelenksverletzung. Gleiches gilt für den Neuzugang, der sehr interessant werden dürfte. Gus Till, ja, der wurde verpflichtet trotz einer Bänderverletzung. Man muss dazu sagen, es könnte vielleicht für den Kader reichen am Samstag. Also da bin ich jetzt überfragt, ob er für den Kader vielleicht schon in Frage kommt, nur noch nicht für die Startelf. Aber ich sage mal so, es wird auf jeden Fall knapp. So könnte man es sagen. Aber ich glaube, im darauffolgenden Spiel, ich weiß gar nicht, gegen wen Freiburg dann am zweiten Spieltag antreten muss, da gehe ich davon aus, dass er zumindest auf der Bank sitzt. Ist eine offensive Acht, ist auch als offensive Acht eingeplant. 22 Jahre alt, wurde ausgeliehen von Spartak Moskau für zwei Jahre. Man hat auch noch eine Kaufoption. Und das ist schon ein sehr interessanter Spieler. Der wechselte im Sommer 2019 für 16 Millionen von Alkmaar zu Spartak Moskau. Es gab auch viele andere Vereine, die Bock auf ihn hatten, weil er eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat bei Alkmaar. Wurde er auch im März 2018 zum niederländischen Nationalspieler. Und dann ging es irgendwie so ein bisschen den Bach runter, muss man sagen. Hat er irgendwie, ja, ich sage mal, so eine kleine Down-Phase, ist er in so ein kleines Down reingelaufen, möchte ich sagen. Das hängt vielleicht auch so ein Stück weit mit dem Trainer bei Spartak Moskau zusammen. Das ist nämlich Domenico Tedesco. Der setzte nämlich gar nicht auf ihn. Und ja, folgerichtig hat er dann versucht, sich irgendwie neu zu orientieren. Und dann kam das Angebot von Freiburg und das könnte passen. Also das ist ein sehr interessanter Spieler. Ich hätte wirklich Bock, den jetzt auch gegen Stuttgart zu sehen, weil ich befürchte, dass ich nach diesem Spieltag dann nicht mehr allzu viel von Freiburg mitbekommen werde. Den muss man mal so ein bisschen auf dem Zettel haben. Vielleicht könnte das so ein typischer Freiburg-Transfer werden. Weißt du, Spieler, die man eigentlich schon so ein Stück weit abschreibt, die dann aber doch irgendwie zum SC Freiburg kommen, sich da dann wohlfühlen und dann wirklich den Turbo zünden, möchte ich mal so sagen. Und ein weiterer Ausfall kam noch hinzu und zwar direkt vor dem Pokalspiel gegen Mannheim verletzte sich der eigentlich geplante Stammtorhüter Marc Flecken. Nachdem Schwolo gegangen ist, hat Flecken das Rennen um den Platz zwischen den Pfosten gewonnen. Am Ellbogen zog sich da eine Bänderverletzung zu beim Aufwärmen und wird lange Zeit ausfallen. Da gibt es noch nicht mal eine genaue Ausfallzeit. Es heißt einfach nur längers. Und die Verpflichtung von Florian Müller, die heute bekannt gegeben wurde, der wechselt nämlich auf Leihbasis von Mainz nach Freiburg, deutet wirklich darauf hin, dass bei Flecken, ich sag mal, zumindest in der Hinrunde nichts mehr geht. Und dass das Vertrauen in Benjamin Uphoff auch begrenzt ist, obwohl er es gegen Mannheim sehr gut gemacht hat. Er hat es gegen Mannheim gut gemacht. Ich fand, er hat es auch beim KSC in der abgelaufenen Saison sehr gut gemacht. Für mich klar einer, der dafür verantwortlich ist, dass der KSC nicht abgestiegen ist. Also ich wäre schon daran interessiert gewesen, Uphoff mal als Bundesliga-Torhüter auflaufen zu sehen und gerne auch gegen den VfB und da kann er dann von mir aus auch scheitern. Das ist jetzt gar kein so großes Problem damit. Nee, aber Uphoff hat eigentlich wirklich eine gute Saison gespielt in Karlsruhe und es hieß auch, dass man Uphoff jetzt nicht nur als klare Nummer zwei holt, sondern der soll ruhig auch Flecken herausfordern, aber offensichtlich konnte er die Verantwortlichen nicht überzeugen, sonst hätte man Florian Müller nicht dazu geholt und der wird jetzt auch im Tor stehen gegen den VfB, da lege ich mir schon fest. Aber der Ausfall von Marc Flecken ist natürlich echt bitter. Also für Flecken und für Freiburg. Jo, ist echt doof gelaufen für Ja, aber klar, ich meine für Freiburg, du musst halt Spolo ziehen lassen und machst dann halt deine Nummer zwei zur Nummer eins und holst dann Benjamin Uphoff und dann verletzt sich deine neue Nummer eins. Also du brauchst ja tatsächlich dann noch einen Keeper und da muss man mal abwarten, also wie auch dann die Ansage ist aus der Führungsriege dann von Freiburg, was dann die Personalien Uphoff und Müller angeht. Also sind die jetzt in einem Zweikampf oder ist Müller gerade Nummer eins oder doch nicht oder so. Also das finde ich spannend. Mal gucken. Also ich denke auch, dass Florian Müller vermutlich dann in Stuttgart im Tor stehen wird. Aber ich glaube auch nicht, dass Benjamin Uphoff dann irgendwie so komplett ja, von der Bühne verschwunden ist. Nee, der wurde auch so verpflichtet, sagen wir mal, mit der Ansage. Ja, hast du ja gesagt, ja. Ja, du könntest, du könntest dann schon jemand werden, auf den wir auch mal irgendwann setzen, aber vielleicht nicht gleich zu Saisonbeginn. Und der Flecken, der hat ja, erinnere dich mal, schon für einen Lapsus gesorgt. Das war ja der Torhüter, der eine Trinkpause eingelegt hat und dann ein Tor bekommen hat. Ich weiß nicht, wann das war 2018, 2019 oder 2017, 2018. Ja, also wenn sowas nochmal passiert, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass der Streich den direkt aus dem Schwarzwald verbannt. Also, es wäre echt mal schön, Streich dabei zu sehen, wie sowas passiert. Gut. Spieler, auf die man achten sollte. Ihr kennt diese Rubrik vielleicht noch aus Vor-Corona-Tagen, da haben wir das regelmäßig gemacht, dann kamen die Corona-Zeiten, wir haben uns eigentlich auf das Fanradio dann mehr versteift und haben diese Rubrik Spieler, auf die man achten sollte, so in diese Live-Übertragung rübergenommen. Das ist jetzt ja nicht mehr der Fall. Deswegen findet die hier wieder ihren Platz. Und da möchte ich loslegen mit Yannick Keitel. Das ist ein Sechser, Freiburger Eigengewächs, 20 Jahre alt, gerade erst U21 Nationalspieler geworden und hat wirklich großes Potenzial. Also, das ist echt ein Spieler, der, davon gehe ich jedenfalls aus, in den nächsten Jahren definitiv auch noch bei besseren Vereinen spielen wird als bei Freiburg. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht despektierlich, sondern das ist echt ein, ja, mit Talent gesegneter Spieler, den ich durchaus dann irgendwann mal in Frankfurt oder, möchte Wolfsburg ja gar nicht hier erwähnen, aber so Mannschaften, da sehe ich den durchaus. Also, der wird schon das Interesse auf sich ziehen, da bin ich mir sicher. Und der Vertrag von Keitel läuft auch nur noch bis 2021. Also, da könnte es wirklich sein, dass er jetzt auch aufgrund des Ausfalls von den vorhin angesprochenen Yannick Haberer durchaus mehr Spielpraxis bekommt und sich dann empfehlen kann für größere Aufgaben. Also, Yannick Keitel einfach mal beobachten, hat am vergangenen Sonntag für Freiburg in Mannheim nur eine Halbzeit gespielt, wirkte etwas müde, muss man sagen. Also, kann sein, dass das mit dem U21-Spiel gegen Belgien zu tun hat, dass man ja 4-1 verlor oder 1-4, so ist es richtig. Ja, aber das ist ein Spieler, auf den könnte man dann doch mal achten. Christian Günther, habe ich vorhin schon angesprochen, den neuen Kapitän, der geht auch irgendwie so ein bisschen unter. Für mich ist das einer der besten Linksverteidiger in der Bundesliga, aber kaum jemand spricht so über den. Also, natürlich, klar, die ganzen Fußball-Nerds und so, die kennen den gar keine Frage, aber wenn du mich jetzt oder wenn du jetzt, sagen wir mal so, in einem deutschen Stadion nach Top-Linksverteidigern fragst, dann wird der Name Christian Günther, glaube ich, nicht allzu oft fallen, was eigentlich schade ist, weil ich finde, er gehört zu den Top-Linksverteidigern. 27 Jahre alt, kommt aus Villingen-Schwenningen, hätte es also durchaus auch beim VfB in der Jugend schaffen können, aber die Freiburger haben den relativ früh abgefischt und er ist eigentlich ein klassisches Eigengewächs, der Freiburger hat also da alle Jugendmannschaften durchlaufen, sehr gute Standards, haben wir schon vorhin thematisiert, spielt viele wichtige Pässe, ist der schnellste Freiburger übrigens, das könnte also ein interessantes Duell werden mit Silas, Günther gegen Silas, mal gucken, ob man das ohne Super-Slow-Mo überhaupt mit dem menschlichen Auge erfassen kann, was da uns geboten wird. Also Günther wie gesagt mit viel Tempo unterwegs auf seiner Seite und ein einziges Manko, wenn man das überhaupt so sagen kann, ist vielleicht noch der Luft-Zweikampf, da muss er sich ein bisschen verbessern, aber das, was er da so auf seiner linken Seite macht, das ist schon gehobene Klasse, muss man sagen. Den letzten, den ich hier empfehlen möchte, ist ein Spieler, der sehr wahrscheinlich nicht in der Stadt stehen wird, aber aus meiner Sicht auch ein sehr interessanter Spieler, Ermedin Demirovic, Stürmer, 22 Jahre alt, ausgebildet beim HSV und in Leipzig, 2018 wechselte er dann von Leipzig nach Alaves, wurde dort oft verliehen, dreimal in zwei Jahren, also das ist dann wirklich eine Menge und ja, in der abgelaufenen Saison, also 2019, 2020, spielte er auch verliehen dann für St. Gallen, hat da aber wirklich gut gespielt, 28 Spiele, 14 Tore erzielt, sieben Vorlagen dann auch noch zum St. Gallener Erfolg, wenn man das so sagen kann, beigesteuert und ist jetzt eben nach Freiburg gewechselt und passt auch ähnlich wie der vorhin schon angesprochene Kollege, wie ist er nochmal, Till, gut in das Freiburger Beuteschema, also junger Spieler mit Entwicklungspotenzial, von manch einem schon abgeschrieben, also das ist eigentlich genau so ein typischer Freiburger Transfer, wird vermutlich von der Bank kommen, wenn er kommt, einfach mal beobachten, guter Spieler, auch von seinem ganzen Auftreten, sehr, sehr wuchtiger Typ, gefällt mir ganz gut, ja, und Sebastian, ich muss natürlich auch noch Kevin Schlotterbeck erwähnen, er kommt ja aus Weinstadt, ja, der Homeboy, ja, klar, muss man natürlich sagen, das ist deine Heimatstadt, was dann wahrscheinlich so ein bisschen auch darauf hoffen, dass Schlotterbeck kein ganz schlechtes Spiel ab soll wird, sollte er überhaupt eingewechselt werden, muss man sagen, weil ich gehe nicht davon aus, dass er von Beginn an spielen wird, ja, das war es eigentlich, was ich jetzt zu Freiburg sagen kann, denn man muss natürlich sagen, zu Beginn der Saison ist es alles noch so ein bisschen vage und ich möchte mich da mit Prognosen zurückhalten, außer eben die, dass ich der Meinung bin, dass Freiburg die Klasse halten wird, sie werden zwar, ja, vielleicht nicht ganz so souverän durch die Saison gehen wie 2019, 2020, da waren sie glaube ich nie schlechter als Platz 10 oder so, oder Platz 9 sogar, also das ist echt eine sehr, sehr starke Saison gewesen von Freiburg, aber die Freiburger wissen das natürlich, auf gute Spielzeiten folgt dann meistens immer eine etwas nicht so gute, also da müssen wir mal abwarten, ob es dann nicht weiter runter geht, als wir das momentan prognostizieren, mögliche Aufstellung, vielleicht kann ich das noch ganz kurz sagen, jetzt mache ich hier schon die Startaufstellung für die Freiburger, also Florian Müller aus meiner Sicht im Tor, wird den Vorzug vor Uphoff erhalten, in der Abwehr sehe ich dann Jonathan Schmid, Philipp Lienhardt und Dominik Heinz und natürlich Christian Günther als Kapitän Linksverteidiger, dürfte sehr wahrscheinlich gesetzt sein, Nikolaus Höfler und Yannick Keitel erwarte ich als Doppel-Sechs und dann haben wir im rechten Mittelfeld noch die Frage, spielt Schallai, der leicht angeschlagen von einer Länderspielreise aus Ungarn zurückkam, hat auch ein paar Minuten gegen Mannheim gespielt, ja, aber Kwon hat kein schlechtes Spiel gemacht, also da ist noch die Frage, Kwon oder Schallai, linkes Mittelfeld ist eigentlich safe mit Grifo, da rechne ich eigentlich auch nicht damit, dass sich da groß was anderen wird und im Sturm, Nils Petersen dürfte gesetzt sein und auch der Prinz-Eisenhaar-Herz der Freiburger, Lukas Höhler dürfte seinen Platz sicher haben, Young könnte vielleicht so ja als Überraschung dann doch auftauchen in der Startelf, aber ich gehe von Petersen und Höhler aus, ja, das ist mein Startelf-Tipp, zumindest für die Freiburger Seite, Sebastian, und jetzt kommen wir mit großem Trommelwirbel zu unserem Startelf-Tipp, ja, jetzt geht es nämlich los, wie wird der VfB in Freiburg auftreten, nee, Quatsch, andersrum, wie wird der VfB zu Hause gegen Freiburg spielen, Mensch, ich wollte gerade sagen, ja, ich habe es durcheinander gemacht, sorry, ja, möchtest du loslegen? Du, ich kann beginnen, ich kann noch kurz vorab schicken, dass ich gerade gesehen habe, dass der VfB trotz des Heimspiels und trotz der heute verabschiedeten Stadienöffnungen vermutlich auch am Samstag nochmal vor leerem Haus spielen wird, habe ich gerade in den lokalen Medien gesehen, dass es wohl alles dem VfB viel zu kurzfristig ist und das, ja. Damit konnte man nicht rechnen, obwohl es immer hieß von Seiten des VfB Stuttgart, wir sind auf alles vorbereitet und also mehr oder weniger uns überrascht überhaupt nichts, aber dann in dem Fall ist es doch gelungen. gut. Aber das, ja, hindert uns ja nicht daran, eine, eine Startelf-Aufstellung zu stellen. Genau, die Tipps. Tipps. Also ich glaube, dass der VfB, ja, ja, sehr, sehr ähnlich spielen wird wie in Rostock. Das heißt, Gregor Kobel im Tor. Ja, gehe ich mit. Und dann davor eine Dreierkette. So, dann fange ich jetzt mal mit der Dreierkette. Bei mir ist es relativ schnell. Stenzel Anton Kaminski. Ich gehe davon aus, dass Kempf nicht nur die Kapitänsbinde verliert, auch keinen Platz im Mannschaftsrat findet, sondern er wird auch jetzt wieder auf der Bank sitzen, denn von den Optionen, die sich da mir bieten, ist Kempf, ja, die Schwächste. Also ich denke, Stenzel verdrängt Kempf aus der Schatte. Ja, ich glaube, da gehe ich mit. Ja, da gehe ich mit. Christian lehnt sich hier an meinen Tipp an. Ich muss ihn natürlich nebenbei notieren. Sonst vergesse ich es wieder oder vergesse einen Spieler und dann kriegen wir wieder Tweets, warum wir nur mit 10 Mann spielen. Natürlich ist das einfach die Überlegenheit, die hier zum Ausdruck gebracht wird von Seiten des VfB. dann Doppel-Sechs, Mangala-Endo. Ja, beide gegen Rostock absolut schadlos, also Endos fehlt, passt mal außen vor gelassen. Nee, war gut, klar, passt. Okay, jetzt habe ich dann doch eine Änderung im Mittelfeld und zwar wird Massimo bei mir nicht wieder von Beginn an spielen, sondern... Du bringst Schurlin auf. Nein, nein, ich stelle Castro auf die rechte Seite oder auf die linke Seite. Ja, müssen wir mal gucken, ob jetzt Silas rechts oder Castro rechts spielt. Ich gehe mal davon aus, dass... Also nach dem Spiel im Rostock dachte ich eigentlich, Silas müsste eigentlich beide Wingbacks spielen. Ja, als müsste man... Weil der war mal links, mal rechts, dann wieder rechts, mal links, also da wusste es ja gar nicht mehr, was Sache ist, während man Massimo irgendwie nur so ganz, ganz selten gesehen hat, aber Silas war omnipräsent eigentlich. Also es kann auch sein, dass man sich da einfach abwechselt zwischen Castro, dann kann ich es ja schon mal sagen, ich bringe Clement von Beginn an für Massimo und Didavi. Also da könnte es auch mal sein, dass ein Didavi auf die linke Seite ausweicht. Weißt du, dass es ein bisschen fluider wird, das Ganze und nicht so fest gezucht. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass Massimo auf der Bankplatz nehmen muss und Clement seine Möglichkeit bekommt. Also wie sich das dann genau darstellen wird, wie Materazzo da taktisch plant, das lasse ich jetzt mal außen vor. Ich habe es jetzt mal so bei mir notiert, dass Castro auf rechts spielt, Silas auf links, das kann auch andersrum sein oder bei mir ist auch Didavi dann auf links, keine Ahnung. Auf jeden Fall mein Mittelfeld Castro, Silas, Clement, Didavi und dann mache ich es auch noch voll, Sascha Kalajcic im Sturm. Ja, da gehe ich ihn so weit mit, dass Massimo auf der Bank Platz nehmen muss, aber ich bringe dann für ihn Schulinov als anderen Wingback neben Silas. Okay, und Clement bleibt auch auf der Bank, also du spielst wieder mit. Clement auch auf der Bank, ich bin auch Castro, Didavi, Kalajcic. Okay, das notiere ich mir noch schnell und dann haben wir den ersten Startelf-Tipp für die neue Saison abgegeben. Das macht doch einfach viel mehr Spaß als dieses Fanradio, wenn du mich fragst. Ich darf halt nicht. Mensch, wir wurden ja auf Twitter genötigt, wir sollten wieder das Fanradio machen. Ich würde es ja gerne machen, aber ich darf nicht, es geht leider noch nicht. Jetzt wartet einfach mal eine Weile ab. Ich habe mir vorgenommen, dass ich meiner Frau jetzt jeden Samstag Nachmittag so auf den Sack gehe, dass sie irgendwann sagt, geh doch in dein Zimmer rüber und mach das scheiß Fanradio. Genau, so, das ist der Plan. Drück die Daumen. Entweder Scheidung oder Fanradio, eins wird auf jeden Fall am Ende dabei rauskommen. Gut, kommen wir zum Transfer-Update, das sollte heute etwas schneller gehen. Nein, ich sehe, es geht doch nicht schneller, es gibt eine wichtige Ergänzung beim Transfer-Update, denn es gab einen Artikel, eine Kolumne, möchte ich sagen, von unserem Freund Christian Prechtel, der in der Kontext Wochenzeitung vom 2.9. einen Beitrag verfasste und den überschrieb mit Bökingen statt Barcelona. Das klingt schon mal gut. Kurze Zusammenfassung oder grobe Zusammenfassung, Sebastian, du korrigierst mich, wenn ich etwas Falsches sage. Ich versuche es, ja. Laut Christian Prechtel waren Eric Abidard, der ehemalige Sportdirektor des FC Barcelona und oder, das weiß ich jetzt nicht genau, Ramon Planes, Barca's neuer Sportdirektor und ehemaliger Assistent von Abidard, am 9. März beim Heimspiel des VfB gegen Bielefeld in Stuttgart. Die wollten sich mit Thomas Hitzesberger und Markus Rüth treffen und angeblich einen Grundstein für eine Kooperation legen. Ja, also da gab es wohl Interesse von Barcelona, dass der VfB so eine Art Farmteam wird für die Katalanen, wie man so schön sagt. Also die Idee war wohl, Spieler auf dem Sprung in Barcas erste Mannschaft in der deutschen Bundesliga-Spielpraxis zu geben, sich im Bereich der Jugendarbeit gegenseitig zu befruchten, Leihgeschäfte zu machen und Kontakte zu knüpfen, wie es so schön heißt. Angeblich soll sich die sportliche Führung des VfB unhöflich gegenüber den Funktionären aus Barcelona verhalten haben. Ich zitiere hier aus Christian Prechtels Artikel, nenne ich es jetzt einfach mal, da schreibt er, kein Danke für den Besuch, kein Bekunden irgendwelchen Interesses an einer wie auch immer gearteten Kooperation, kein gesondertes Interesse an Spielern, hinter denen halb Europa her ist. Was zur Hölle denken sich unsere Leute, frage ich mich. Also fragt sich der Herr Prechtel. Und noch ein Zitat, einen Bundesliga-tauglich, einen Kader, hatte er schon lang nicht mehr, dieser VfB. Aber jetzt hat er nicht mal mehr einen Kader. Tja, das ist mal so kurz zusammengefasst, ein, ich sag jetzt mal, bitterböser Artikel von Christian Prechtel. Da lässt er nicht viel Gutes an, Sven Mislentat und Thomas Hitzesberger. Sebastian, du hast das Ganze dir wahrscheinlich auch durchgelesen. Deine Einschätzung, bitte. Also ich kenne den Chris Prechtel persönlich und ich schätze ihn auch sehr und auch das, was er schreibt, aber ich kann mich jetzt über den Text im Besonderen nicht wirklich empören. Also da ist mir ja zu viel drin, von dem ich nicht weiß, ob es stimmt. Also ich fange jetzt nicht an wie Halb-Twitter. Was sind die Quellen? Also ich glaube schon, dass das halt vielleicht ungefähr so stattgefunden hat. Ja, aber ich kann mich darüber nicht wirklich empören und ich weiß dann tatsächlich auch nicht, ob ich mir wünsche, dass der VfB Stuttgart ein Farmteam vom FC Barcelona wird, wo wir doch noch vor kurzem auf Augenhöhe in der Champions League gegeneinander gespielt haben. Also, nee, weiß ich nicht. Also wie groß der Nutzen ist für den VfB Stuttgart in so einer Kooperation und dass die Umgangsformen dann vom VfB Stuttgart nicht stimmen, das mag sein, aber das kann ich halt einfach nicht nachprüfen. Und insofern, ich habe es auch gelesen, ich habe dann irgendwie den Bass, den es dann vor allen Dingen auf Twitter und auch im Transfermarkt.de Forum gab, darüber irgendwie ja relativ amüsiert zur Kenntnis genommen, aber das war für mich jetzt kein Text, über den ich mich besonders echauffieren oder aufregen kann. Da gab es finde ich andere Texte vom Chris Prechtel, die ja dann für mich auch mehrere Substanz hatten, über die ich mich mehr aufgeregt habe, also nicht über den Text, sondern über den Sachverhalt, aber das ist für mich jetzt irgendwas, das habe ich tatsächlich so mehr oder weniger an mir vorbeiziehen lassen. Ja, also was man sagen muss, Chris Prechtel ist eigentlich immer sehr gut informiert, also das ist jetzt keiner, der sich irgendwas aus den Fingern saugt. Das darf man festhalten, er schreibt keinen Scheiß. Ja, also und wenn er das so detailliert und explizit schreibt, dann wird da was dran sein, gar keine Frage. Es ist eine verlässliche Quelle, ja, also das muss man schon sagen, oder er hat verlässliche Quellen, so ist es richtig und das Ding ist natürlich trotzdem, du hast es ja schon gesagt, so ganz genau wissen wir trotzdem nicht, wie das alles abgelaufen ist, wie hat sich der FC Barcelona das vorgestellt, wie ist der FC Barcelona dem VfB gegenüber aufgetreten, kann ja auch sein, dass da schon was nicht gepasst hat, all das erfahre ich jetzt hier nicht im Artikel, aber ich möchte noch eine andere Frage aufwerfen, was mich so ein bisschen wieder nervös macht, ist, dass es ja offensichtlich immer noch Leute gibt, die Interesse haben, solche Informationen nach außen zu tragen und dann auch kein Problem damit haben, wenn die öffentlich publiziert werden, also weißt du, wie ich meine, also es scheint ja immer noch einen fließenden Informationsstrom aus dem VfB heraus zu geben und da unterstelle ich jetzt einfach mal, dass da auch wieder persönliche Interessen verfolgt werden und das macht mich schon wieder so ein bisschen unruhig, ja, also auch, wir haben ja zu Beginn der Ausgabe schon darüber gesprochen, beim VfB wird man als Fan irgendwie immer nervös, sobald sowas ans Tageslicht kommt, bei anderen Vereinen kommt es vielleicht gar nicht ans Tageslicht und man fragt sich danach, ja, wie kann denn das schon wieder sein, dass es da Leute gibt, die eben solche Informationen dem Prechtel stecken, der es dann aufschreiben kann und ein großes Ding draus macht, weil natürlich gibt es da vielleicht Punkte, über die man diskutieren kann, ja, wir haben ja vorhin dann auch schon mal darüber geredet, ob Misslintats Kaderplanung die richtige sei oder so, gar keine Frage und hier wird halt jetzt viel zusammengeworfen bei diesem Artikel und sorgt wiederum für Unruhe, ja, im Vorfeld zu der Saison und ich weiß gar nicht, ob das jetzt, jetzt gerade angebracht ist, ich kann es wirklich nicht beurteilen, weil mir fehlen zum einen hier noch ein paar Informationen, die ich bräuchte und zum anderen denke ich mir, ja, du hast es schon angesprochen, möchte ich wirklich Barca's Farm-Team werden, ist das dann der richtige Weg für den VfB? Ja, da werden Spieler, die sich sehr wahrscheinlich kaum mit dem VfB identifizieren, hierher geschickt, ob die jetzt hier spielen wollen oder nicht, weiß ich auch nicht 100 Prozent, jetzt hat man vielleicht mal Glück und zwei, drei Spieler schlagen voll ein, im schlimmsten Fall landet der VfB in der Euroleague, ja, dann gehen die zwei, drei Spieler, weil sie so gut waren und dir werden zwei, drei Spieler hierher geschickt, die gar keinen Bock haben auf den VfB und du gehst direkt wieder baden und steigst ab, also sowas muss man natürlich dann auch berücksichtigen, wenn man als Farm-Team auftritt, dazu kommt natürlich, du bildest dann Spieler aus, kassierst dafür keine Ablöse, jetzt kann man sagen, ja, als Gegenleistung bekommst du halt die Qualität, aber bekommst du dann auch wirklich Qualität? Ich meine, die schicken da jetzt nicht den Spieler zu uns, der bei Barca, weiß ich nicht, nur, ja, pro Spiel 30 Minuten, für 30 Minuten eingewechselt wird, weil ich denke eher, die schicken da einen Spieler, der keinen Bock hat auf Barca B und dann beim VfB, ja, mitkicken soll. Und ja, ich bin noch nicht so ganz überzeugt von diesem Modell, das kann natürlich, wenn das auf Augenhöhe stattfindet, so eine Beziehung, kann das wirklich was Tolles werden? Gar keine Frage, aber hm, ja, ich möchte mich jetzt hier einfach nicht darüber aufregen, dass Thomas Hitzesberger da falsch entschieden hat oder sich nicht richtig verhalten hat, weil es fehlen einfach zu viel Information und es wirkt ein bisschen so, was vielleicht auch unfair ist dem Prechtel gegenüber, als ob hier einfach versucht wird, Dreck, mit Dreck zu werfen, aktuell. Und eigentlich ist er überhaupt nicht der Typ, der einfach nur mit Dreck werfen möchte, sondern bei Prechtel hat er ja nicht immer das Gefühl, und hab's auch weiterhin, sag ich schon, dass er wirklich den VfB als Großes und Ganzes im Kopf hat und denkt, was da momentan passiert von Seiten Hitzesberger und Missentat, wird auf lange Sicht dem VfB zumindest nicht gut tun. Das vermute ich einfach bei Prechtel. Aber die Infos, die er jetzt geliefert hat, reichen für mich noch nicht aus, um in den Kanon mit einzustimmen. So möchte ich das mal für mich beschließen. Gut, dann bleiben wir noch ganz kurz bei einem Thema, das auch zum Transfer-Update passt. Wir gehen jetzt nicht noch mal die komplette Verletztenliste durch, aber noch mal, Sebastian, die Frage, wir haben viele Verletzte, sollte aus deiner Sicht der VfB noch mal auf den Transfermarkt zuschlagen? Also in Anbetracht dessen, dass man ja vermutlich keine Kohle hat, dann nur, wenn es wirklich, wirklich passt. Ja, und man braucht keine Alibi-Transfers, wenn man jetzt einen Spieler bekommen kann, der sofort hilft, auf der neuralgischen Position, die man bisher, ja, also sei es komplett vorne im Sturm zum Beispiel, dann ja, ansonsten würde ich sagen, nee, dann kann man vermutlich die Verletzungspausen der relevanten Spieler auch aussitzen und hoffen, dass es ja, hoffen, dass es gut geht, das ist ja offensichtlich auch das Motto, Missenthal hat zwar gesagt, es ist bitter, dass fast alle, die gerade auswahlen, Offensivspieler sind, aber er sagt auch, wir sehen trotzdem keine Notwendigkeit, aktiv zu werden und nach, und nach zu verpflichten und er ergänzt noch, genau für diese Phasen haben wir die noch gesunden Jungs wie Borna Sosa, Tongi Gullibali und Darko Shulinov, die allesamt Flügel oder Wingback spielen können und Hamadi Al-Ghadoui und Sascha Kalajic für das Zentrum, es ist ja wirklich jetzt nicht irgendwie die komplette Hinrunde, die man da überbrücken muss, sondern wir reden hier von drei bis maximal fünf Spieler spielen, auf den Flügeln ist das Problem noch nicht mal so eklatant, Borna Sosa ist ja inzwischen auch wieder zurück, also da sehe ich doch durchaus die Möglichkeit, dass man das kompensieren kann, ich muss noch ganz kurz ergänzen, dass sich Hamadi Al-Ghadoui erschreckend schwach, es war nicht lange, aber erschreckend schwach in Rostock fand, also da gab es ein paar Szenen, da wirkte er auf mich wirklich wie ein Regionalliga-Spieler, fast ganz unbeholfen in manchen Situationen, das ging viel, viel zu schnell für ihn und ich hoffe, dass das einfach nur ein schlechter Tag von ihm war und er sich dann noch ein bisschen steigern kann, das wollte ich noch ergänzen und es gibt noch eine kleine Kritik meinerseits in Richtung Nikolai Stübner, der neue bei der Bild, muss man ja dazu sagen, der mir eher negativ mit seinen Artikeln auffällt, weil die haben jetzt wirklich diesen typischen Bildcharakter, muss man sagen. Der Kollege, der das vorher unter seinen Fittichen hatte, Christoph Lothar, den fand ich von den Artikeln her dann deutlich lesbarer, um es mal so auszudrücken. Also ich habe halt keinen Bock auf so einen Mickey-Maus-Artikel, ich möchte halt schon Sportjournalismus mitverfolgen und das war bei Herrn Lothar definitiv eher der Fall als jetzt bei Herrn Stübner und er ließ sich dann auch gleich dazu hinreißen, in Sachen González vom Verletzungs-Schock zu schreiben, wo ich mir dachte, also irgendwo ist jetzt dann vielleicht auch mal, ja weiß ich, einen Zacken drüber, ja also ich finde, man braucht es jetzt nicht schlimmer machen, als es ist, der fällt halt bis Mitte Oktober aus, ja, aber das gibt es halt immer mal wieder, dass das wichtige Spieler vier, fünf Spiele ausfallen und das muss man dann halt auch irgendwie kompensieren können, ja und wenn du das nicht kannst, wirst du so oder so auf längere Sicht in der Liga untergehen, also kannst du ja jetzt nicht, was ich meine, du kannst ja jetzt nicht einfach mal auf Verdacht fünf Spieler kaufen, obwohl jetzt gerade, naja Mann, alle gesund wären und wenn dann sich wichtige Spieler verletzen, hast du diese vier, fünf Spieler Gott sei Dank schon verpflichtet, die du dann reinwerfen kannst, das wirst du beim VfB nie mitmachen sowas oder nie erleben. Erstens mal fehlt die Kohle, zweitens mal werden sich die guten Spieler nicht auf die Bank setzen und darauf warten, dass sich Nicolas González verletzt und genauso finde ich es jetzt halt völlig übertrieben vom Verletzungsschock zu sprechen und ja, so zu tun, als müsse der VfB unbedingt nachverpflichten, weil man müsse ja mehr oder weniger die komplette Saison ohne den wichtigsten Spieler auskommen, ja, finde ich etwas übertrieben. Auch die Stuttgarter Nachrichten, ja, bedienen sich da der ein oder anderen Effekt, hascherischen Headline, also auch da denke ich mir manchmal, okay, habt ihr denn nichts anderes, über das ihr halbwegs vernünftig schreiben könnt, muss es dann immer alles so übertrieben dargestellt werden, ich weiß nicht, ob man es unbedingt braucht. Gut, das nur am Rande. Dann kommen wir jetzt zu den Fakten und zwar zu Spielern, die den VfB vorerst, muss man sagen, verlassen haben. Pablo Maffeo hat einen neuen Verein gefunden, wir haben ja alle damit gerechnet, muss man fast schon sagen, dass er bei Girona bleiben wird. Ich habe mir die Nächte um die Ohren geschlagen und habe Girona zugeschaut über drei oder vier furchtbar schlechte Spiele, damit sie dann in der, was, 94, 95, 95... Die 96. Minute sogar. Schlimm, oder? Also, wenn man als VfB-Fan nicht genug gebeutelt wäre, dann rafft man sich einmal auf und routet halt irgendwie mal für ein paar Wochen für Girona und wird man so enttäuscht. Furchtbar. Es waren grauenhafte 180 Minuten, denn ich habe mir da... Also es waren sogar noch längere, es war sogar noch länger. Es waren ja eigentlich waren es ja, wenn man beide Spiele hin und rückspielt zusammen zählt, sind es 180 Minuten, aber ich habe mir ja auch noch das Champions League-Finale angeguckt, was ich auch nicht so geil fand. Also es war wirklich nicht besonders schön, aber ja gut, lassen wir das einfach so wie es ist. Maffeo geht nicht nach Girona, der geht jetzt zu Huesca. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. SD Huesca, würde ich sagen. Ist ein Aufsteiger, Leihgebühr eine Million Euro. Das ist schon ordentlich, wenn man sich überlegt, dass Mafropanus dem VfB 250.000 Euro kostet. Ist eine Million für so ein Maffeo. Ist schon ordentlich. Es gibt auch eine Kaufoption, die ist aber nicht irgendwie an Klassenerhalt oder so gebunden, sondern es gibt einfach die Kaufoption, die kann Huesca nach dem Jahr ziehen. Und Maffeo ist auch schon in der Schatten getreten, hat ein tolles Tor geschossen im ersten Spiel gegen Villarreal, die übrigens ja auch mal interessiert waren an Maffeo, die aber ein bisschen Tat nicht zufrieden stellen konnten mit ihrem Angebot. Also Maffeo direkt im ersten Spiel mit dem Tor, allerdings dann auch gleich die andere Seite von Maffeo, Handelfmeter verschuldet und am Ende steht Huesca nur mit einem Punkt da. Aber trotzdem. Aber das Tor, das Tor oder der Angriff zum Tor von Huesca, wow, also der war richtig geil herausgespielt. Also der Gegenspieler von Maffeo war vermutlich noch im Winterschlaf oder so, ich weiß es nicht, aber der Angriff vor dem Treffer, der war schon richtig schick. Also für den Aufsteiger war nett. Also mal gucken, was Huesca noch so in der Saison dann zu bieten hat. Es sah gut aus, da gebe ich dir absolut recht, aber es war natürlich auch ganz, ganz schlecht verteidigt. Ja, so möchte ich es auch verteidigt, klar. Bevor wir dann zur U21 und U19 kommen, da gibt es auch interessante Verschiebungen, möchte ich mal so sagen, gibt es natürlich weiterhin Namen, die sich in Stuttgart halten, sollte zum Beispiel González doch noch wechseln. Zum einen wurde Silvé Garvoulat wieder thematisiert. Wir erinnern uns, der sollte ja eigentlich schon im Winter zum VfB kommen. Da gab es schon ein Angebot über fünf Millionen Euro für Garvoulat. Da hat allerdings Bochum gesagt, nix ist. Das ist unser wichtigster Mann im Kampf gegen den Abstieg. Damals stand Bochum wirklich hinten drin und Garvoulat war der Einzige, der halbwegs vernünftig gespielt hat und regelmäßig getroffen hat. Das sollte sich dann in der Rückrunde wandeln, denn Garvoulat entwickelte sich so ein Stück weit zum Enfant Terrible, denn es gab Probleme in der, in der Trainingslager zur Rückrunde und er traf dann auch nicht mehr so regelmäßig, muss man sagen. In der Rückrunde hat er nur noch drei Tore und eine Vorlage in zwölf Spielen abgeliefert und zuvor lief das dann deutlich besser. Also 15 Tore und fünf Vorlagen konnte er da, ja zum Klassenerhalt, muss man im Nachhinein sagen, für Bochum beisteuern. Die haben ja wirklich eine gute Corona-Runde gespielt, aber wie gesagt, bis zur Corona-Pause lief es nicht ganz so gut. Also jetzt ist das Gerücht um Garvoulat wieder angeheizt worden. Angeblich soll auch Köln, ja, liebäugeln mit einem Transfer von Garvoulat. Ich denke mal, das hat sich jetzt eigentlich erledigt, nachdem, genau, nachdem Andersson verpflichtet wurde. Union Berlin hörte man immer mal wieder als Interessent. Eintracht Frankfurt, das könnte ich mir ehrlicherweise ganz gut vorstellen. Mainz, Gladbach, Heidenheim, also selbst Heidenheim soll Interesse haben an Garvoulat und eben auch der VfB. Aber wenn man die Ablöseforderung hört, dann gehe ich eigentlich davon aus, dass der VfB da aus dem Rennen ist. Man spricht da von vier bis fünf Millionen Euro. Bochum hat eigentlich jetzt auch nicht unbedingt Druck, den zu verkaufen. Der hat einen Vertrag bis 2023 und ja, also ich würde mich zwar freuen, wenn wir so eine Qualität im Kader hätten, aber ich weiß halt nicht, ob ich einen Spieler brauche, der ein bisschen beleidigt war, nachdem er nicht gehen durfte und im Trainingslager für Unruhe sorgte und dann eben auch nicht mehr die Leistung abrufen konnte. Vielleicht auch ein bisschen verletzungsbedingt, das muss man nämlich dazu sagen. Er hat sich so ein bisschen mit muskulären Problemen rumgeplagt in den letzten vier Corona-Spielen. Also vielleicht konnte der auch nicht mehr das abliefern, was er in der Hinrunde zeigte. Gar keine Frage, es ist ein hervorragender Fußballer, aber menschlich mache ich da noch so ein kleines Fragezeichen dahinter und finanziell glaube ich, dass der VfB sich diesen Spieler eh nicht leisten kann. Interessanter wird es bei Sammy Farai, so würde ich ihn aussprechen, ein Spieler, den ich noch nie gesehen habe. Dementsprechend kann man sich schon vorstellen, wo er wo spielt, nämlich in Frankreich. Das ist ein typischer Mistentat-Spieler. 18 Jahre alt, spielt für den FC Suchon in der Ligue 2, ganz genau. Jetzt muss ich nämlich nochmal überlegen, was das französische Wort für zwei ist. Ich hätte ja nie Französisch, von daher kann man das mir glaube ich nachsehen. Der Vertrag von Farai läuft im Juni 2021 aus. Dementsprechend geht natürlich jetzt schon langsam, aber sicher, ja, das Wettbieten los, möchte man fast schon sagen. Denn es handelt sich hierbei um einen technisch herausragenden 18-Jährigen, der auf der Suche nach einem neuen Vertrag ist. Und das ruft natürlich einige Interessenten hervor. Zum Beispiel auch hier wieder Eintracht Frankfurt, Villareal, beide interessiert. Und eben auch der VfB Stuttgart zu Show sei wohl auch sehr daran interessiert, dem Jungen natürlich seinen ersten Profi-Vertrag zu geben. Aber Farai guckt sich die ganze Sache nochmal an oder beobachtet erstmal den Markt, möchte man so sagen, und wird sich dann wahrscheinlich für das lukrativste Angebot entscheiden. Ja, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das schon ein Transfer ist, der in diesem Sommer über die Bühne gehen würde. Ich denke eher, das wäre dann was für 2021. So ist meine Prognose. Außer, die Show will hier nochmal abkassieren, aber ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, wenn der Spieler bislang noch keinen Profi-Vertrag unterschrieben hat. Da fehlt mir jetzt Fachwissen, muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber das ist ein Spieler, könnte sein, dass der Herr Mislintat uns hier wieder ein französisches Talent nach Stuttgart holt. So, jetzt kommen wir zu unseren Talenten. Erik Hottmann, da gab es von mir die Meldung im letzten Transfer-Update, dass der MSV Duisburg Interesse hat an Hottmann. Da hat kurz danach Thomas Krücken klargestellt, Erik wird seine nächsten Entwicklungsschritte beim VfB machen, sprich eine Laie ist kein Thema mehr. Dementsprechend kann sich also die zweite Mannschaft des VfB auf Erik Hottmann freuen. Man muss aber sagen, dass Erik Hottmann momentan im Aufbautraining ist, hat sich längere Zeit mit einer Verletzung rumschlagen müssen und braucht noch ein bisschen, wird dann aber, wie gesagt, hier beim VfB zwei seine, so wie Thomas Krücken es beschreibt, nächsten Entwicklungsschritte machen. David Tomic ist nicht mehr Teil des VfB Stuttgart und wird dementsprechend auch nicht mehr, keine weiteren Entwicklungsschritte hier machen, denn der wechselt jetzt auf einmal zum MSV Duisburg. Die haben ja händeringend nach einem neuen Stürmer gesucht, nachdem der Duisburger Top-Stürmer der abgelaufenen Saison nach München gewechselt ist, zu Türkgücü. Und Tomic soll jetzt diese Lücke schließen. Ärgert mich ein bisschen, dass der wechselt, weil ich fand ihn eigentlich beim VfB wirklich, wirklich gut. Hat in 19 Pflichtspielen, 19, 20, in der Saison 19, 20, 14 Tore geschossen, drei Vorlagen abgeliefert. In der ersten Saison für den VfB, 18, 19, hat er ein paar Probleme gehabt. 32 Pflichtspiele bestritten, nur in Einführungsstrichen sieben Tore geschossen, fünf Vorlagen beigesteuert. Also er brauchte sozusagen ein Jahr, um hier beim VfB richtig Fuß zu fassen. War dann richtig gut und dem hätte ich durchaus was zugetraut. Also ärgert mich ein bisschen, dass der vom Bord geht und dann auch noch ablösefrei. Ist natürlich echt ärgerlich. Und in Duisburg hat er jetzt einen Einjahresvertrag bekommen plus Option. Also das werde ich irgendwie mit einem Auge, glaube ich, verfolgen, was mit Tomic in Duisburg passiert. Ärgert mich ein bisschen. Genauso wie der Abgang von Benedikt Hollerbach. Denn als ich davon hörte, dass Tomic wechselt, dachte ich, ja, wir haben ja noch den Hollerbach, der wird die Lücke schon schließen können. Der hat ja auch immer gut gespielt, in der A-Jugend zumindest. 19-jähriger Offensivspieler, so möchte ich es mal sagen, kam 2019 von den Bayern. Der wechselt jetzt zum SVW in Wiesbaden in die dritte Liga. Hat dort seinen ersten Profi-Vertrag bekommen. Zwei-Jahres-Vertrag. Und ja, das ist schon ein Spieler, auch der hätte beim VfB durchaus noch den ein oder anderen Schritt gehen können. Hat in 23 Pflichtspielen für den VfB 13 Tore geschossen, sechs Vorlagen beigesteuert. Auch ein gutes Hallenturnier in Sindelfingen gespielt. Und wie gesagt, wirklich ordentlich performt. Irgendwie logisch, dass der Angebote bekommt aus der dritten, vielleicht sogar aus der Regionalliga von ambitionierteren Vereinen als dem VfB 2. Ist halt schade, dass er dann auch geht. Also der VfB konnte den Spieler hier nicht vom Projekt Stuttgart überzeugen. Gleiches gilt für Maurice Gramny, der nach Frankfurt wechselt in die U19. Und das ist so ein Zufall, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, das ist eben kein Zufall. Der neue U19-Trainer der Frankfurter ist zufälligerweise Jürgen Gramny. Und ihr werdet es jetzt wahrscheinlich von alleine entschlüsselt haben? Es ist der Sohn von Jürgen Gramny, der Herr Maurice Gramny. Und auch ein großes Talent. Also auch da ein bitterer Abgang, muss man sagen. Ja, den werden wir dann übrigens schon am kommenden Samstag, meine ich, wiedersehen. Denn da trifft die U19 der Frankfurter hier in Stuttgart auf eben die Stuttgarter U19. Ja, gespannt, wie sich das dann verhält. Es gab auch einen Zugang für die U21 in dem Fall. Und zwar wurde Marco Wolf von Bayer Leverkusen 2 verpflichtet, 19 Jahre alt. Ein Rechtsaußen-Offensiver-Mittelfeldspieler. Hat eigentlich eine gute U19-Saison für die Leverkusener gespielt. 28 Pflichtspiele bestritten, 9 Tore geschossen, eine Vorlage geliefert. Hat auch schon in der UEFA Youth League gespielt. Also durchaus ein erfahrener Spieler. Und Leverkusen hat auch insgesamt eine gute U19-Saison gespielt. Platz 4 hinter Köln, Dortmund und Gladbach. Das ist wirklich so die Bundesliga West. Die U19-Bundesliga West ist wirklich eine richtig, richtig stark besetzte U19-Bundesliga. Also wenn ihr Bock habt, ein bisschen Jugendfußball zu verfolgen. Es gibt ja vom DFB jedes Wochenende, ich meine am Sonntag kommen die schon raus, die Zusammenfassungen der einzelnen U19-Spiele von ganz Deutschland, also von allen Bundesliga-Begegnungen. Und da erkennt man relativ schnell, dass die Bundesliga-Bundesliga West wirklich sehr, sehr hohe Qualität bietet. Und Marco Wolf konnte sich da zumindest durchsetzen. Und dann bin ich einfach mal gespannt, wie es für ihn hier in Stuttgart laufen wird. Ja, das war es mit dem Transfer-Update. Mehr gibt es nicht zu vermelden. Und ich würde sagen, Sebastian, dann kommen wir zu unserer Jugendabteilung. Die U21 ist ja schon in die Saison gestartet. Leider nicht ganz so erfolgreich. Allerdings konnte man auch ein Stück weit damit rechnen. Also den Auftakt machte man in Kassel. Dort verlor man 0 zu 2, nachdem es eigentlich gar nicht so schlecht losging für unsere U21. Also sie schlugen sich da achtbar. Man muss sagen, im Nachhinein ist man auch ein bisschen schlauer. Kassel hat auch das zweite Spiel dann gewonnen. Also die machen einen sehr, sehr guten Eindruck, muss man sagen. Auch hier wird ja in den Stuttgarter Lokalmedien schon der Notstand ausgerufen nach zwei Spielen. Wenn man genau hinschaut, und da nehme ich gleich das nächste Ergebnis vorweg, das es am vergangenen Wochenende gab. Da verloren nämlich die U21 mit 0 zu 3 gegen Homburg. Wenn man genau hinschaut, dann sieht man halt, dass Kassel und Homburg die beiden Mannschaften sind, die aktuell auf Platz 1 und Platz 2 stehen in der U21-Tabelle, äh, in der U21-Tabelle, sage ich schon, in der Regionalliga-Tabelle. Und dementsprechend also gut in die Saison gestartet sind. Und der VfB hat halt weiter das Problem, was man auch schon in der Oberliga hatte. Es fehlt irgendwie so ein bisschen, ja, an, wie soll man sagen, an Robustheit. Man nimmt wirklich diese Spielhärte einfach nicht an. Man hat da einfach Probleme, wenn sehr körperlich gespielt wird. Ähm, ja, irgendwie wirkt die Mannschaft noch nicht ganz reif. So könnte man es sagen, ja. Und dann hast du noch das Problem, dass sich zum Beispiel Florian Kleinhansel als wichtiger Linksverteidiger im ersten Spiel dann direkt mal das Schlüsselbein bricht, sieben bis acht Wochen ausfällt. Badstuber im zweiten Spiel dann, ich meine Adduktoren-Probleme hat, auch nicht spielen kann. Benedikt Hollerbach im ersten Spiel aus disziplinarischen Gründen nicht im Kader war. Kurz danach wechselte er ja zu WN Wiesbaden. Aber auch da fehlt dir halt ein wichtiger Spieler. David Tomic fehlt. Und so kann man sich dann, glaube ich, schon ein bisschen erklären, warum zum einen die U21 Probleme hat, Tore zu erzielen. Und auf der anderen Seite dann, ja, einfach zu einfach Tore kassiert. Da passiert noch relativ viel im Abwehrverbund. Da ist noch nichts richtig gefestigt. Und, ja, ich glaube einfach, dass man hier ein bisschen Geduld haben muss. Und es wird definitiv eine schwere Saison. Also ich verstehe auch gar nicht, warum jetzt schon so eine Hektik aufkommt. Es sollte eigentlich jedem klar gewesen sein, dass der VfB nur um den Klassenerhalt spielen wird und nicht irgendwie jetzt, weiß ich nicht, ein Kandidat ist für einen Drittliga-Aufstieg oder so. Davon sind wir weit entfernt. Und ich glaube auch nicht, dass das die Planungen der Stuttgarter sportlichen Führung sind, dass der VfB in der Saison irgendwie oben in Wörtchen mitspricht oder einen sicheren Mittelfeldplatz erreicht. Ich glaube, es geht wirklich nur um den Klassenerhalt. Und ich finde, da sollte man auch Frank Fahrenhorst jetzt so ein bisschen die Zeit geben, die er vielleicht braucht, um eine Mannschaft zu finden. Auch da verändert sich übrigens immer relativ viel, ja. Also auf einmal hast du einen Badstuber im Kader, den du irgendwie unterbringen musst. Du verlierst wichtige Spieler, die abgegeben werden. Hollerbach, Domic, Kleinhansel, der sich verletzt, ja. Jetzt heißt es für das nächste Spiel, das übrigens morgen stattfinden wird, oder wenn ihr es hört, heute, denn am Mittwoch spielt der VfB gegen Elversberg. Da heißt es dann, ja, Luca Mack und Antonis Aydonis, die brauchen auch Einsatzzeit. Das ist natürlich erstmal Qualität, die du dazu gewinnst. Aber trotzdem können andere Spieler vielleicht nicht spielen. Und ja, du kriegst vielleicht jetzt nicht unbedingt die Eingespieltheit hin, die du vielleicht jetzt bräuchtest. Und vor allem, wenn du davon sprichst, dass irgendwie die Mannschaft das Problem hat, die Spielhärte anzunehmen, dann wäre es vielleicht gerade gut, wenn die Spieler regelmäßig spielen könnten und dann nicht auch noch Platz machen müssten für Spieler aus dem Profikader, die auch ihre Einsatzzeit brauchen. Was aber Plan der VfB-Führung ist, also man hat den Kader der U21 absichtlich etwas kleiner gehalten, um dann eben Spielern aus dem Profikader die Möglichkeit zu geben, das ein oder andere Mal bei der U21 auszuhelfen und mitzuspielen. Ja, jetzt fällt dir das vielleicht ein bisschen auf die Füße zu Beginn der Saison. Ja, wir hatten jetzt wieder eine kleine technische Panne. Wir thematisieren das gar nicht lang. Das passiert einfach, wenn man eine neue Software ausprobiert, dann kann das ein oder andere auch mal schief gehen. Aber ich glaube, wir haben auch mehr oder weniger das Thema U21 und vor Korkser Saisonstart ausgiebig behandelt. Mein Appell, gebt Frank Fahrenhorst, gebt der U21 einfach noch ein bisschen Zeit. Ich hoffe einfach, dass das Ganze sich noch halbwegs zum Guten wenden wird und der VfB die Klasse halten wird. Eigentlich bin ich auch positiver Dinge, dass das Ganze so eintreten wird. Ich finde, die Mannschaft hat Potenzial und Frank Fahrenhorst ist jetzt auch nicht die schlechteste Wahl als Trainer. Also bitte ich da noch so ein Stück weit um Geduld und vielleicht auch Verständnis für das ein oder andere schlechte Ergebnis. Gut, dann kommen wir zu U19, die bislang noch kein Pflichtspiel bestritten hat in der neuen Saison. Aber das wird sich am Samstag um 12.30 Uhr ändern, denn dann wird Eintracht Frankfurt hier in Stuttgart gastieren. Und unser ehemaliger Cheftrainer, ehemaliger U23-Trainer, ehemaliger U19-Trainer Jürgen Kramny, sein Debüt als U19-Eintracht Frankfurt-Trainer feiern. Und er wird wahrscheinlich seinen Sohn mitbringen, sofern der gesund ist und einsatzfähig ist. Und er wird dann vielleicht auch ein paar Minuten spielen. Also da geht es dann los für die U19. Und es gab ja auch ein paar Tickets, die man ergattern konnte, wenn man sich rechtzeitig registriert hat über vfb.de, denk mal, Ticketshop oder sowas. Also das findet man relativ leicht. Ich weiß jetzt nicht, wie der aktuelle Stand ist, ob es noch Tickets gibt. Ich gucke gerade. Ja, es gibt noch, es gibt noch Tickets. Also das Ticket kostet fünf Euro. Ich weiß gar nicht, muss man Mitglied sein oder nur registriert auf der vfb-Website, weil ich musste mich jetzt gerade irgendwie einloggen. Aber es gibt definitiv noch Tickets. Also wer Bock hat auf Jugendfußball, und ich kann es immer nur wieder empfehlen, es macht einfach Spaß, sich Jugendfußball anzuschauen, dann nutzt die Möglichkeit am Samstag um 12.30 Uhr und unterstützt die U19. Die kann das definitiv gebrauchen. Das wird auch eine schwere, interessante Saison für Nico Willig und seine U19 haben auch viele wichtige Spieler wieder verloren, die dann eben eine Altersstufe nach oben gewechselt sind. Also das ist mit Sicherheit spannend zu beobachten, wie das für die U19 in der jetzt anstehenden Saison so laufen wird. Und dann gibt es noch was im Jugendbereich, das hat, glaube ich, heute viele Vfb-Herzen erwärmt. Und zwar haben wir einen Rückkehrer zu vermelden. Mathieu Delpierre wird Athletiktrainer bei der U15 hier beim Vfb Stuttgart. Also ganz ehrlich, ich hätte gedacht, wenn Mathieu Delpierre mal zurückkommt, wird es irgendwie eine andere Aufgabe, die ihr übernimmt. Aber es ist erst mal nur der Athletiktrainer bei der U15. Und der macht es ehrenamtlich, habe ich gelesen. Natürlich macht er es ehrenamtlich. Er ist ja gelernter Sport- und Gymnastiklehrer, habe ich gelesen. Zuerst habe ich übrigens Gymnasiallehrer gelesen, weil ich es einfach nur überflogen habe. Aber es ist dann doch nur der Gymnastiklehrer. Aber gut, man weiß ja nicht. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht in der heutigen Zeit. Die Jugend wird ja immer verroter und dann will man vielleicht eher Gymnastiklehrer sein als Gymnasiallehrer. Gut, also Mathieu kehrt zurück von 2004 bis 2012 beim Vfb Stuttgart. Natürlich Mitglied der legendären 2007er Meistermannschaft. Also er wird jetzt in Zukunft das Team um Kai Oswald, der die U15 trainiert, verstärken. Ich freue mich trotzdem, dass er hier zurück ist. Auch wenn er es nur ehrenamtlich macht. Egal, Hauptsache wieder im Verein. So sieht es aus. Unser Rausschmeißer, so ist es richtig heute, kommt von Klaus Vogt, muss man sagen. Denn der Vfb feierte ja am 9. September 127. Geburtstag. Sebastian, ich hoffe, du hast angemessen gefeiert. Natürlich. Natürlich. Und anlässlich dieses 127. Geburtstags wurde am Gründungsort des Vfb, nämlich in der Gaststätte zum Becher von Klaus Vogt ein Schild enthüllt, das an dieses Ereignis erinnern soll. Ja, also am 9. September, um das nochmal ganz kurz hier zusammenzufassen, am 9. September 1893 natürlich, sorry, gründeten 20 junge Männer eben in der Gaststätte zum Becher, die sich, glaube ich, in der Kernstraße befindet, in Stadtmitte, den FV Stuttgart, der sich im April 1912 dann mit dem Kronenklub Cannstatt zum Vfb zusammenschloss. Ja. Und wie gesagt, dieses Ereignis wird jetzt gewürdigt mit einem Schild der Kernerstraße. Genau, ja. Was auch noch interessant ist, Klaus Vogt hat was gesagt, was mir sehr gut gefällt. Und zwar meinte er, er möchte den Vfb in Stuttgart gerne noch präsenter machen. Und ich muss sagen, das finde ich wirklich eine sehr, sehr gute Idee. Also ich finde gerade so, zum Beispiel so ein Schild, das einfach an diese Gründung erinnert. Oder, weiß ich nicht, irgendwie ein Haus, in dem ein wichtiger Spieler gelebt hat oder so. Also wenn sowas möglich ist, würde ich das schon cool finden. Oder irgendwie so eine Art Stolpersteine für die Geschichte des Vfb Stuttgart. Das würde ich schon cool finden, wenn sowas möglich wäre. Natürlich muss man da immer abwarten, ob es nicht irgendwelche Idioten gibt, die dann zum Beispiel so Schilder klauen oder beschmutzen mit irgendwelchen schwachsinnigen Graffitis oder so. Aber im Prinzip finde ich die Idee, den Vfb in Stuttgart präsenter zu machen, sehr charmant. Also das ist ein guter Vorschlag von Klaus Vogt. Und vielleicht kann er das Ganze... Ja, total. Auch die Stadtbahn und die Busse im Vfb-Design mit zwölfter Mann, die rumfahren, sind ja auch ein komplettes Highlight in der Stadtszenerie. Also das macht schon Sinn. Also der Vfb ist ja wirklich ein großer und wichtiger Teil von Stuttgart. Und insofern ist es auf jeden Fall eine gute Sache, den Vfb in Stuttgart präsenter zu machen. Und auch damals die Ausstellung zum Vfb zum 125-jährigen Jubiläum im Mercedes-Benz Museum, die kam ja auch super an. Also ich glaube, das ist ein guter Plan, der sich auch wirklich dann realisieren lässt. Wir hoffen es zumindest. Also gerade, das muss ich auch noch ganz sagen, in Degerdorf zum Beispiel, finde ich, da müsste der Vfb noch viel präsenter sein. Also da muss man einfach die armen Seelen schützen. Also vielleicht kann man da eine Offensive starten. Nein, Spaß beiseite. Gut, ihr merkt schon, wir geraten langsam aber sicher ins Schwafeln. Und damit wollen wir euch hier natürlich nicht belästigen, sondern wir wollen ja von Anfang bis Ende halbwegs vernünftigen Content liefern. Und ich bin der Meinung, Sebastian, wir haben jetzt das Ende dieser Ausgabe erreicht. Sind auch etwas erschöpft, muss man sagen. Es ist immer so, diese technischen Pannen, die treiben uns zur Weißglut. Aber ich würde sagen, insgesamt kriegt die neue Software von mir trotzdem noch zwei Minus für ihren ersten Einsatz. Also es hat ganz gut funktioniert. Ja, okay. Aber das musst du sagen. Ich habe mit der Software nichts zu tun. Also wir haben bewährte Hardware, neue Software. Aber du hast ja schon davon geschwärmt. Und ich glaube auch, ja, trotz der zwei, drei Pannen heute Abend hat sie sich bewährt. Also hoffen wir jedenfalls. Ja, aber also ich habe jetzt echt richtig Bock drauf, dass am Samstag wieder Fußball gespielt wird. Also Erstliga-Fußball vor allen Dingen. Ja, das wird schön. Und am Dienstag nehmen wir dann auch schon wieder auf. Ja. Und haben dann wahrscheinlich wieder was zu meckern. Ja, im schlimmsten Fall. Natürlich. Wir haben uns ja mit Prognosen zurückgehalten. Vielleicht das ganz kurz noch so als Rauschmeißer, Sebastian. Ja. Gegen Freiburg. Was, was, mit was rechnest du? Mit was du hoffst, ist mir schon klar. Aber was denkst du, wie wird es für den VfB ausgehen? Äh, eins zu eins. Eins zu eins. Ich bin optimist. Ich tippe auch auf den Unentschieden, muss ich sagen. Also, ja, ich sage... Ich bin komplett zufrieden damit. 2-2, sage ich. Ja, müssen wir mal gucken. Also ich glaube, ich glaube, für, 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 für ein Team wie Freiburg gibt es auch wirklich angenehmeres, als am ersten Spieltag bei einem Aufsteiger auswärts zu spielen. Äh, seit neun Jahren konnten die in Stuttgart nicht mehr gewinnen. So. Der Christian Streich ist fuchsteufelswild. Der hat schon ein paar Mal gesagt, er konnte noch nie in Stuttgart gewinnen. Und das kotzt den richtig an. Das heißt, der wird seine Jungs richtig heiß machen, ja, und wird dann trotzdem, leider Gottes, ohne Sieg nach Hause fahren. Das maximal mit einem Punkt halt, ja. Ja, aber auch den, ähm, also, muss man ja bei VfB. Glücklich. Glücklich. Und man muss immer beim VfB sagen, der ist erstmal nur auf Bewährung vergeben, der Punkt. Weil es könnte ja sein, dass man später nochmal Einspruch einlegt. Übrigens an der Stelle die Frage, was ist eigentlich aus dem Einspruch? Ja, genau. Was ist eigentlich daraus geworden aus dem Wien-Wiesbaden-Spriedel? Ja, man wollte ja nochmal prüfen, ob man nicht nochmal Einspruch einlegt. Aber gut, das ist auch wieder eine andere Geschichte. Jetzt schwafeln wir wirklich wieder. Also, vielen Dank, dass ihr uns hier zugehört habt. Ich hoffe, euch macht es nichts aus, dass diese erste Ausgabe nach der Pause dann doch wieder eine beachtliche Länge erreicht hat. Aber es gab halt einfach viel zu besprechen. Also seht uns das nach. Vielen Dank. für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Sebastian, danke, dass du hier dabei warst. Und natürlich, ach Mensch, das habe ich schon ganz vergessen. Der wichtige Hinweis. At Vertikalpass auf Twitter. Vertikalpass.de. Dein Blog, den du bestückst mit hervorragenden Texten. Bitte klickt da drauf, wenn ihr ihn nicht eh schon abonniert habt und kennt. Ich kann es nur empfehlen. Und dein Twitter-Account ist natürlich at Butze auf Twitter. Jetzt habe ich aber alles untergebracht. Ja, vielen, vielen Dank. Bis dann. Ciao. Genau. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018